hallo meine lieben leute und ein herzlich willkommen wieder zum neuen live online live stream mit dabei heute der liebe mark rumpelde pumpe heute gerichtstermin leute erstell an wie versprochen mittwoch 20 30 geht es los das heißt wir haben noch nicht mal mehr eine stunde zeit das freut mich ja gerichtstermin ich muss sogar ein bisschen früher dort sein aber habe nicht gesagt ihr solltet vielleicht zehn minuten früher da sein anziehen oder 20 minuten war es eine halbe stunde da war es jetzt schlecht auf jeden fall leute lasst schon mal komplett kostenlosen leichter las komplett kostenlosen abo da sagt euren freunden bescheid sie sollen hier fett erst mal ein abonnieren denn wir sind kurz davor die eine million zu knacken ist wie noch 13.000 leute also wenn ihr vielleicht irgendwo um die ecke 13.000 leute kennt schreibt die man fragt die man ja kommst du da vielleicht abonnieren schaut mal vorbei würde mich freuen genau so ist es gut wir starten durch alle schreiben endlich also wird auch langsamer zeit dass die zahnung startet gell ich muss mich heute aber erstmal in schale werfen und ich mache mal ein funkgerät an so ist es wo ich habe noch vom admin stream die sachen upsie upsie warte dann werden wir gleich mal los wenn man gleich die ganzen herrschöne die uns aber ich habe mein geld wieder gesettet weil ich das aus versehen letzt mal vermischt habe mein geld ist wieder gesettet wie es gehört dann gehen wir mal alles wegschmeißen was in mir gehört alles raus hier das ding gehört nicht mir die gehören mir die sachen das weiß ich aber die sechsen noskern auf jeden fall nicht und sonst habe ich glaube ich alles legend an die kennzeichen oder man direkt kennzeichen man da die können auch nicht mehr ne so jetzt haben wir alles legend oder alles legend alles legend perfekt gut irgendwann mal ein paar sachenchen ab erst mal nicht auf zu mit dem ding erst mal hole ich mir mal rubblöschen das was ich mache bevor wir das nämlich vergessen ist wichtig und richtig ob die gerichtsverhandlung heute gut ausfällt oder nicht ist halt die frage und ich muss immer so zu 1 zu 7 fahren die waffen abgeben weil nicht dass ich dort durchsucht werde ich werde so oder so durchsucht und dann ist alles weg ne erst mal eine doppelte anzeige wegen illegalen waffeleisens so 800 ich habe gewonnen oha wenn ich jetzt noch mal einen win mache dann bruder verloren und jetzt ein 10 taui komm ein 10 taui muss drin sein 800 auf komm schmutz aber immerhin einmal gewonnen 800 in dem fall verloren aber passt schon wir müssen tanken wo geht es los jetzt fast in die tankstelle gerast gibt hä waren da die frühe zapfsäulen komplett hier äh leute kaufst du so vor oder waren hier immer zapfsäulen hier oder hat die wer hochgesprengt also jetzt no joke da waren doch immer zapfsäulen hier oder nicht ich verstehe das nicht kann sein das haben vielleicht irre ich mich gerade ich weiß es nicht so dankeschön an der haut raus schuldern schuster robin sind die geboren side talks kann man bei der im imf folder addon autos einfügen ja wie nein kann man nicht kann man nicht steht aber auch fett dabei man kann der uns autos einfügen kann beim imf selber und tv moin und grüße grüße zurück als wann hier aus der tankstelle stone man abend wie geht es wie steht es und kennst mich noch natürlich kurs geht raus und ich wollte aber keinen furz für dich dann habe ich das geld wieder so ich gehe mal in funk reich schon mal weil das da ist du willst du sie mann bisschen was los ne 121 leute auf dem server perfekt ich call mal durch ob er bei der rechtsfahrung dabei sein möchte heute um 20 30 habe so 1 07 hallo check 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 wer hat heute um 20 30 zeit bei der gerichtsverhandlung dabei zu sein wir alle habt ihr alle zeit okay ja ich überlege noch wegen anwalt ob ich mir einen zuziehen soll kennt ihr einen anwalt ist gar nicht schlecht gerade schlecht gell ich komme auch vorbei auf ihre büder basis unser entmobil aber das kennzeichen das müsste sein das haben wir uns extra schön gesaved dass andere das nicht hat wobei andere will das gar nicht haben ein gräntiger noch ein geiles kennzeichen das ding ich vergiss das irgendwie schnell das eigentlich fährt vielleicht ist er seit 300 und auch seit 300 fährt es mit bams komm einmal mitnehmen noch und dann ich glaube den kannst du aber abladen kaufen oh 36 schau ich bremse wieder mal ab bevor die polizei kommt also das gefühl nämlich hier vorne steht immer polizei rum da bin ich ja mal sehr vorsichtig hier ach komm wir fahren durch ist nach vorne so dankeschön an Können kann Jean-Pierre findet deine videos mega cool und finde ich witzig kurz geht raus an dich Luca Zipper ist auch dabei moin kennst du mich noch alles nachträglich ich hab noch nie was an einem Luca Zipper in meinem Stream äh heute hast du meine Warten noch bei dir im Auto Alex1275 bitte verarsch Andl ich weiß gar nicht ob Andl online ist und Ultra Meloncraft da hiekschön kennst du mich noch PS5 dein Content Ultra Meloncraft da sagt mir dann auch nix aber Kuskel draus vielleicht kann ich mir ein paar Namen echt nicht mehr merken oh da volles polizei uuuuuh fährt auch ein bisschen schnell die polizei hört er jetzt mich an einmal rechts an hä? der bremst hier mitten ab? ich hab nichts gemacht gar nix ich hab nichts gemacht ich hab angehalten weil der da mitten abgebremst hat oh mein Gott der zieht ja hinten sein Radar angehabt sowas von fix guten Tag guten Tag guten Tag immer einen Führerstein bitte jawohl haben sie ihn bekommen? ach ne ich hab ihn bekommen ja hat er einen Führerschein so bitteschön ja fast Herr Rumpirr jawohl wir haben sie geblitzt was schätzen sie damit wieviel? ich weiß nicht ich hab nur gesehen sie sind sehr schnell gefahren ich bin einfach hin nachher gefahren ja wir sind knapp über 130 gefahren äh sie sind mit 254 gefahren das ist knapp der Führerschein Sperre entgangen nur 6 kmh äh Gott sei Dank du hui 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 kommt aber trotzdem ne Rechnung auf sie hinzu naja das weiß ich das würde einmal 1500 Dollar machen ich stelle sie mal aus 1500 Dollar jawohl ja tut mir leid wissen sie ich hab einen Gerichtstermin und muss jetzt äh schnell schnell machen aber um äh 20.30 Uhr muss ich beim Gericht sein ne und jetzt muss ich mich nur umziehen muss noch schauen wegen Anwälten wie ist das? ach Anwälte brauchen sie auch noch ja ich muss äh beim Gericht fragen die ich krieg anscheinend auch eingestellt aber ich muss halt ein bisschen früher dort sein dafür ne ja ja auf jeden Fall um das ganze vielleicht äh durchzuplanen äh ich will nix sagen aber ich glaub ein Kollege hat im Gürtel falsch an echt? ja gucken sie mal beim Kollegen der hat so einen ganz komischen Gürtel an 10-1 der Gürtel ist wirklich komisch ja 7014 sehen sie das nicht? das ist ja alles als hätt er den irgendwo eingetumpt in so schwarzer Farbe ja da haben sie recht ach so ja Rookie hast du die richtige ja ich hab die richtige Ange wurde mir so gesagt dann müssen wir das vielleicht bei den vorgesetzten melden weil wenn das so ich muss das mal kurz genauer sagen ich denke mal er hat ja den falschen Gürtel von jemand anderem das angezogen aber irgendwie passt das nicht zusammen mir grade aufgefallen wo ich hier sie grade so anschauen hier von unten da sieht man ja nur den Gürtel das ist ja die ähm Vorschrift Rookie Outfit ja ja genau die Rookies haben ja dieses eine Outfit also ich hab ja auch ein Outfit was Vorschrift ist aber wir müssen uns das im Kleidungsladen selber zusammen stellen die kriegen das vom BD sozusagen gestellt vielleicht hat der Herr das ja falsch gemacht kann ja mal passieren ich hab auch mal meine Hose falsch rum angezogen und dann hat man so diesen Zettel von dir raus äh spicken sehen äh genau ja ahja peinliche Geschichte wenn Honee donated wird alles Robin wer sonst dann werde ich das jeden Fall mal weitergeben dass die vielleicht sich mal das Outfit von den Rookies anschauen im County mhm da hinten haben sie bezahlt sehr gut ok ich werde jetzt mal noch kurz in ihre Darbtenbank reinschauen ja äh ich bin grad in der Kontrolle ich äh ah ok die kommen gleich mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz mal kurz eingegriffen in der Bremse mitten auf der Autobahn das hätten sie auch anders reden können ich hab jetzt echt gedacht ich fahr hier noch auf hinten ah ja weil äh ich hab sie in meinem Rückspiegel ziemlich schnell fahren gesehen dann hab ich meinen Radar kurz gecleant weil ich schon wusste sie waren auf jeden Fall zu schnell mhm und dann dachte ich ich zieh sie mal raus ja weil äh machen sie das immer so dass sie mitten auf der Autobahn volle Kalle abbremsen ich hab mich übelst erschrocken also also als ich das Blaulicht angemacht hab ja um äh zu signalisieren dass wir jetzt eine Verkehrskontrolle durchführen aber wenn ich jetzt ganz normal weiter gefahren wäre dann hätten sie vielleicht gedacht ich fahr nur zum Einsatz ja ja gut ich weiß ja nicht sie können ja auch dann hinten ran fahren und mich ran bitten aber ich hab so halt wirklich jetzt ich hab wirklich gerade gedacht ich fahr hinten rauf um das ging es mir gerade also falls ich sie jetzt erschrocken dann werde ich das mal aufnehmen dann werde ich mir das auch ich hab mir also wirklich also hätte ich jetzt nicht richtig gut abgebremst dann wäre es jetzt echt puh ja ja vor allem mit der Geschwindigkeit ich wusste jetzt nicht genau wie viel sie fahren dann wäre das was gewesen dann ja dann wäre es ein Verkehrsunfall gewesen dann wäre das was gewesen dann wäre das was gewesen ja aber wir haben sie Gott sei Dank gut hingebracht jawohl guten Tag so Kollegen guten Tag ja ich schließt die Pause schon wieder rum ähm ihr könnt schon mal weiterfahren alles klar Frau Rumpf ich wünsche einen schönen Tag und bitte auch wenn es eilig ist bitte danke schön danke auch schönen Tag noch tschüss 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 Ja, ich wurde ja gerade angehalten und da ist gerade der US Marsch Service hinterher gefahren. Hat sich dort angehalten. Ich habe zuerst gedacht, ich werde jetzt festgenommen, weil ich irgendwo einen Scheiß gebaut habe, weil ich mich nicht erinnern kann. Aber pass auf, ich richtig eingestuhlt, weil immer wenn ein Backup kommt, denke ich, jetzt ist aus. Also ja, wir wollten sie was befragen. Ich denke mir so, oh nee, bitte nicht. Ja, wegen Übung und so weiter. Ja, am 26. ist Übung um 21 Uhr, weil die ja verschoben wurde. Am 26.3. um 21 Uhr ist Übung und ich habe jetzt mal zugesagt, weil wir wollten ja letztes Mal ja auch. Ja, ja. Aber nur, dass wir das mal auch intern, firmintern durchgeben können. Nur Elefantenschutzverein, wir töten, was trötet, was trötet. Was? Elefantenschutzverein, wir töten, was trötet. Perfekt. So will ich auch gerade abheben. Ah ja? Aber ich bin so, ich hebe ja mit dem Tumbo-Chat ab, ist das Problem. Abgehoben, ist abgehoben. Ja, ich gehe in die Bank, um abzuheben. Damals bei der Targo-Bank öfters angerufen und gesagt, ich hebe ab mit dem Tumbo-Chat. Die fand das nicht so lustig am Telefon. Kannst du mir glauben. Das war ziemlich genervt davon. Ach ja, die gute alte Jugendzeit. Gut, äh, wer ist heute eigentlich alles da? Ähm, ja, vier. Liam, der ist gerade unterwegs. Ich muss nur einen tragen. Dario kommt später wieder und Ryan sitzt im Gnast. Ach so, ja, das ist ja normal. Ist gut, Freddy. Ist gegangen. Blaben gegangen. Mit der Montage. Ja, und dann können wir dann eine Kocher-Aktion starten. Auf den Bergen. Ey, aber das war letztens echt geil. Ja, uns ist übrigens aufgefallen, dass der Kocher oben nicht so stark qualmt wie unten. Ach, äh, das meinst du, wenn der so weit oben qualmt, dass du es nicht so gut siehst, oder wie? Ja. Also, wenn du unten kochst, dann ist wirklich eine Rauchentwicklung. Ja. Siehst du bis in die Stadt gefühlt rein. Krass. Aber wenn wir oben gekocht haben, das war auch nichts. Ja, das ist, das ist die, äh, die Luft oben. Oh, Frau Feuerhoff, ja, perfekt. Hallo? Hallöchen. Hallo, äh, Herr Ruppe, hier ist die Frau Feger. Ja. Harris. Äh, sorry. Achso, ich hab sie noch als Feger eingespeichert, haben sie geheiratet? Ja, alles, ja, gestern, ich verspreche mich, eh noch, noch fünfmal, ist nicht schlimm. Und herzlichen Glückwunsch, wann kommt das Baby-Attraining? Ja, bitte, fahren Sie fort. Gar nicht. Achso, können Sie können fort, ja gut. Erstmal nicht. Ähm, jetzt bringen Sie mich aus dem Konzept. Sie wollten für heute einen Pflichtverteidiger haben, ne? Ja, ich wollte eh gleich rüberfahren, wir jetzt hätten wir sie sonst anrufen. Ja, ähm, nur ist es so, dass, äh, viele Notfall haben und nicht da sind, wenn wir momentan keine Pflichtverteidiger stellen können heute. Okay. Also, die können sich gerne selbst vertreten. Ja. Oder ich lasse mich vertreten. Äh, die würden dann noch Akteneinsicht bekommen. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was ich denen jetzt anbieten kann. Ja, wissen Sie, Butter, Beide, Fisch, dann mache ich das einfach, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, dann verteile ich mich halt selber, habe ich eh schon einmal gemacht. Ich werde mein Bestes probieren, ich habe, ich habe zwar kein Jura studiert, aber ich werde es schon einmal hinkriegen. Ja, das ist, das braucht man nicht. Ach, braucht man nicht? Was gibt es denn an Anwälte? Also nicht unbedingt, wenn die sich selber verteidigen, sie wissen ja, was passiert ist an dem Abend. Ähm, sie kriegen Akteneinsicht, ich frage den Staatsanwalt, äh, ob er ihnen die zusenden kann, ansonsten sende ich ihnen die zu und, äh, dann sehen sie ja im Prinzip einige schon ein und, ähm, ja. Äh, senden Sie mir das via DFUNK oder wo senden Sie mir das? Ja, per Mail, genau. Achso, okay, perfekt. Alles klar? Okay. Dankeschön. Super. Bis gleich, tschüss. Frau Fegas, das ist Frau Harris, das geht gar nicht klar, Bruder. Das geht doch nicht. Finde ich auch, so Undercover Cop mit einer MP5 und einer MP4 und einer Kugel 18 unterwegs ist. Fade mich. Äh, Frau Fegas heißt jetzt Harris. Ja, heiße Harris. Ja, die hat gestern... Ja, heiße Harris. Oh, heiße Harris. Wie heißt sie jetzt? Heiße? Heiße Fegas hieß sie doch. Ja, heiße Harris. Heiße Harris. Das klappt doch jetzt nicht mehr. Andrea heiße Harris. Heiße Harris. Ah doch, geht Andrea heiße Harris. Ja, jetzt verstehe ich das. Ich wollte eigentlich gar nicht fragen, aber warum habt ihr Masken auf? Meine Augenbrauen sind verschwunden über Nacht, deswegen muss ich jetzt mich tarnen. Okay. Ich dachte, ich stelle mich einfach mal dazu, damit er nicht alleine ist. Achso, perfekt. Komm mal passieren. Ich meine, das Problem bei dem Burger ist, wer packt den Ketchup auf den Teller unter den Burger? Das macht doch kein Mensch. Das machen nur kranke Menschen. Ja, ich weiß. Deswegen ist es nicht nur Pacos. Ja gut, da haben wir es auch abzettet. Von irgendwelchen Wilder rumgeklaut leider. Das ist das auch unterricht. Da steht was drauf. Also Burger Shot, cool. Immerhin viel Käse drauf. Ich bin jetzt bei den neuen Menschen bekannt als Mr. Burger. Perfekt. Klappt doch. Anwendität, ganz wichtig. Ich kriege eine Nachricht. So, ich muss mal meine Waffen einlagern. Ich bin nämlich komplett bewaffnet vom letzten Mal. Aber ich bin gleich wieder da. Äh, ist aber auch ein komischer Mensch. Ganz schön weg. Komplett bewaffnet, Alter. Guckt, guckt euch mich an, bitte. Dass ich alles dabei habe. Ich glaube, ich gehe so in den Ding reich auf P90. Alles angehalten worden. Alles mit am Start. Wisst ihr was? Ich lasse jetzt mal die Katze rein. Die, die kratzt gerade die ganze Zeit an der Tür. Ja, passt schon. Ich komme doch schon, mein Gott. Nicht einmal allein zu Hause. Komm, komm rein. Bitte, komm. Es ist offen. Du kommst nicht rein und gehst dann wieder raus von selber. Komm. Aber bitte nerv mich jetzt nicht, Prinzessin. Katzen sind so süß, aber sie können so nervig sein. Es ist unglaublich. Man darf die Tür nicht zusperren. Das darfst du nicht machen, bei Katzen. Wenn du die Tür zusperrst, die geht dann den ganzen Tag auf und sagt. Ich mache dir eigentlich immer zu, wenn ich live-stream. Aber wenn Schandl nicht da ist, dann lang. Jetzt geht er wieder raus. Jo. Das meinte ich. Der langweilt sich. Dann geht er wieder raus. Dann kommt er wieder rein. Na gut. Ist halt so. Kann man nichts machen. Ist eine Katze. Ist eine Katze. Die darf das. Benzin kann das dann immer mit Rüstung anwenden. Ganz wichtig. Waffen brauchen wir keine. Und Items haben wir nichts. Haben wir was Illegales dabei? Diamantring haben wir. Eine Panzerung haben wir dabei. Funkgerät. Ja, alles legal. Perfekt. Schwimmanzug. Alles am Start. Doch. Passt. Gut. Dann sind wir glaube ich ready für. Ach, ich brauche noch einen Anzug. Stimmt. Ich muss mich umziehen. Soll ich so einen ganz ausgefallenen Anzug kaufen? Gehen. Das könnte ich auch mal machen. Ich schaue mal, was im Outfit oben drin ist. Gucken wir mal. Ganz nach oben gehen und dann mal gucken, was es Frisches gibt. Ich bin einfach zu dumm hier rein zu gehen. Outfit wechseln. Outfit wechseln. Ich glaube, ich nehme meinen normalen Anzug. Wir haben so einen weißen Anzug. Und dann gibt es auch diesen pinken Anzug. Wo ist denn der? Hier. Der hier. Aber ich glaube, wenn ich mich so selber verteidige, glaubt mir keiner was. Also ich würde sagen, ich nehme den. Okay, das ist nicht der richtige Anzug. Einen weißen Anzug. Den hatte ich schon. Na komm. Ich nehme den normalen Anzug. Mit der amerikanischen Flagge drauf. Ist doch schön. So. Ist immer schön rausgeputzt, ne? Brille passt auch. Sport ist kein Mord. Perfekt. Wir haben alles, Leute. Wir haben alles für heute. Also jetzt geht es dann gleich Richtung Gerichtsgebäude. Wir haben jetzt noch. Ja doch. Nicht mal mehr 20 Minuten Zeit. Super. Kann sein, dass ich heute schon direkt in den Knast gesteckt werde. Ich habe keinen Bock drauf. Alter, ich gehe jetzt wahrscheinlich in die scheiß Waffenkammer. Oh, Alter. Warum sehe ich den jetzt erst? Freddy sein... Ist der noch offen? Sag mal, hat Freddy mit Absicht seinen Wagen da stehen lassen? Der Resten da immer stehen. Der verschimmelt da meistens. Ja, aber sonst würde ich den aufknacken und damit richtig fett Scheiße bauen. Kannst du machen. War aber schon lustig irgendwie. Ich muss halt den Kops dann sagen, dass... Mach nur davor ein Dispatch, sonst kommen die hier wieder mit 6 Autos angefahren. Hallo? Wie mit dem Bus? Ja, die sind schon einmal... Ey, ich bediene den gerade schon. Achso, okay. Hier ist ganz schön nebelig. Ich habe da angefahren. Aua. Hallo? Guten Tag. Ist es irgendwie Halloween heute oder bei dem Nebelwetter am Boden? Achso, die Rechte von mir. Okay, so ein bisschen. Das ist echt ein bisschen creepy, muss ich sagen. Jawohl. Schon gestrahlen kommt das Gefühl aus dem Boden. Hast du per Zufall gerade noch irgendeinen Werkzeugkasten, den ich dir abkaufen kann? Nope. Und der andere her? Negativ. Kein Werkzeugkasten. Okay, schade. Leider, leider. Aber fahren sie doch zur Mechaniker rüber, da gibt es ja Akzorkästen. Ja, ich weiß auch, die sind gerade ziemlich ausgelastet. Achso. Ja, ich habe aber schon gehört, dass er herstammt, wenn er dort ist. Ja, ich war gestern 14 Mal da, heute auch schon 8 Mal etwa. 17. Wie gestern? Nein, 14, keine 17. Ich habe gezählt. Äh, wie ist es auch? Steigst du aus, wenn es da drin geht? Ah ja, logisch. Stimmt, sorry. Er wollte sein Geld nicht haben. Er wollte es gar nicht. So, ich esse mal meine Pizza fertig. So, zack, zack. Wer kommt denn da? Uiuiui. Oh, weißt du, jetzt habe ich aufgemacht, das nervt die Katze natürlich drinnen. Ich glaube es nicht. Kriegt es der Minouifluor? Ja, um 20.30 Uhr, also geht gleich los, müssen eh gleich mal fahren. Ah, okay. Ich muss nochmal fix in die Funken, das kann sein, gehen. Leute, wartet ganz kurz. Das ist ganz schlimm, ein Schandeln nicht da als so Katze. Jetzt, jetzt versteckt er sich unter dem, ich schwöre euch, diese Katze. Was ist denn los mit dem? Versteckt er sich in seinem, in seinem Leben? Ich verstehe es nicht. Ich lasse ihn rein, es nervt er. Ich weiß, es springt davon, es ist noch eine junge Katze. Gut, er ist noch nicht mal ein Jahr alt, ich weiß. Ich weiß, er ist noch verspielt, dies, das, Ananas, aber trotzdem. Boah, es kann so nervig sein. So nervig kann er sein. Vor allem, wenn du dann die Tür zumachst, dann klopft der den ganzen Tag. Dann musst du aufmachen, wenn Schandeln nicht da ist. Jetzt rennt er wieder raus. Jetzt macht er die Tür auf und rennt nicht. Jetzt, aber jetzt, jetzt mach ich aber zu und lass ich nicht mehr rein. Jetzt geht er wieder unter den Ding. Nein, was machst du? Was ist los? Kommt jetzt. Jetzt hätte er wieder drauf. Ich bitte so, Alter. Hopp, hopp, wir gehen jetzt. Komm, wir gehen gemeinsam. Über zusammen was kommt. Hey, komm, ja. Jetzt schieß du raus. So. Jetzt kann er so viel kratzen, wie er möchte. Jetzt kann er so viel kratzen, wie er möchte. Jetzt lass ich nicht mehr rein. Ach, du Scheiße. Ich schwöre euch. Ach, so süß. Die Katze noch sind. Aber es kann so nervig sein manchmal. Schandl ist nicht da. Schandl kommt aber morgen wieder. Wenn Schandl nicht da ist und ich streame, dann hat die Katze nirgendwo sehen kann. Dann will die Katze zu mir und dann spielt die in dem Raum. Und ich muss halt aufpassen, weil er geht dann aufs Bett drauf, kratzelt dann überall. Und ach. Ich bin trotzdem lieb. Diese Verzweiflung. Ja, Schandl lässt mich allein mit den Kindern. Wir haben drei Katzen. Die müssen wir ja alle herbergen hier. Ist ja nicht so einfach mit drei Katzen. Wobei nur zwei Katzen sehr anstrengend sind, ja. Nur zwei von denen rein. Und einer noch ganz besonders. So. Save-Wand-Teable haben wir vorgelesen. Storm haben wir vorgelesen. Können kommen wir vorgelesen. Alex hat so sieben. Haben wir auch vorgelesen. Wir wechseln ein Auto. Und gleich wieder da. Jawohl. Max, liebe deiner Streams, kannst du mich schon meinen Kollegen Nick grüßen? Den Max und den Nick grüßen wir. Maurice, dunkel. Hi, ich schau dich schon seit fünf Jahren und es macht immer wieder Bock, deine Videos EDC zu schauen. Weiter. So, Dankeschön, Alex. Hexion, wann kommt wieder ein Video mit Frau Brot? Weiß ich noch nicht. Dann, wenn sie wieder da ist. Dann, wenn sie wieder da ist. Ultra Melonen Crafter hieß vorher U-Melonen Crafter. Achso, ja, gut dann. Macht da was hin, weil die essen ja auch keine... Kann sein. Lala XD18, moin. Hoffe, heute nur kurzes Knast-RP. Ob ich überhaupt Knast-RP bekomme, ist jetzt die Frage, Leute. Das Wetter scheint nicht so gut gelaunt zu sein gerade. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können ein bisschen die Zeit noch verstreichen lassen. 15 Minuten noch. Ich glaube, ich fahr schon mal vor. Ich brauch ja Akteneinsicht. Schiffe, ist das okay, wenn wir noch ein paar Leute zur Erwichtsverhandlung mitbringen, oder? Natürlich, ich fahr schon mal vor. Ich krieg mich noch Akteneinsicht. Was ist denn der Anklagepunkt? Ganz ehrlich, ich glaube, das war der Juve-Raub, wo wir kopfüber am Dach gelegen sind. Da muss ich gar nicht was gerechtführen. Das Lustige ist, nur sie haben an mir nichts gefunden. Also ich kann mich da relativ gut rausreden, denke ich mal. Das Wetter ist ja geil, Leute. Gebt euch das Wetter, ey. Schau euch das bitte an. Der Nebel unten, wie ist da hinten? Ey, guck. Ey, das ist ja mal krass. Das hatte ich nie gesehen. Das Wetter. Ey, wenn jetzt noch Stromausfall wäre auf dem Sauer, wäre das richtig heftig. Gebt euch das mal bitte. Also das Wetter haben wir noch nie gehabt. Das ist also, dass dieses Wetter mal kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, 1 zu 1000 oder so. Ich meine, L.A., ne? L.A. Wetter ist halt immer schön an sich. Die meiste Zeit, oder so. Aber wisst ihr, was das geil ist? Genau so hat es bei uns, ja, vor kurzem ausgesehen, wegen dem Sahara-Sturm, der da war. Ja, da war auch der ganze Himmel-Gelb. Aber hier ist es gerade wegen dem Licht, was reflektiert wird, die Straßenlaternen. Aber es ist so ähnlich, sah es aus. Halten wir ein bisschen her. Der ganze Sahara-Staub. Oh, Alter. Hä? Äh. Dem Ding geht es aber gut, oder? What the hell? What the hell? Also, das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Guck dich das bitte an. Alles gut bei Ihnen. Ja, ich sehe da eine Zaube ganz niedrig fliegen. Sehen Sie die auch? Ja, die saß da auch gerade, ja. Also, ich habe die auch in meinem Raum. Ja, bei mir fliegt die da gerade ganz niedrig und ganz komisch. Das kann das Wetter, glaube ich, sein. Bei mir sitzt sie gerade auf der Straße. Ja, da sind zwei. Einer ist auf der Straße, einer fliegt da ganz komisch. Keine Ahnung. Ich habe mich gerade richtig gewundert. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Die fliegen gerade rauf. Vorsichtig, nicht, dass sie umfahren. Ne, ne, ich fahre vorsichtig. Danke. Alles Gute. Gute Tag, genau. Ja, ebenfalls. Tschüss. Alter, diese Taube. Was ist denn da los? So, auf geht's. Ich habe alles Legales dabei. Perfekt. Everything I need, I need this year. Alter, das ist einfach echt creepy gerade, ne? Dieses Wetter. Also es fehlt echt nur nach der Stromausfall. Dann ist das hier echt perfekt. Alter, also das hat mir noch nie... Krass, 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 krass. Das gefällt mir. Unwetter könnte immer öfters sein. Das nervt auch nicht so wie Regen oder so, weil es nicht so laut ist. Regen ist immer so nervig, weil es übelst laut ist. Ja, da sind wir, Leute. Vorm Gericht. Jetzt geht es gleich los. Äh, Frankie, Grüße aus Magdeburg. Gang für 20 Euro von Frankie. Und Tobias Halbwirt. Wie geht es dir? Und mein Hund? Hat dir ein Bein gebrochen. Ui, dann aber alles gut mit dem Hund. Tobias. Und ein Kuss geht raus, Bananenpudding. Du könntest auch mal wieder Five Night at Freddy's Security Breach spielen. Ich weiß, soll ich echt machen. Bockt eh, aber ich habe jetzt ja so lange aufs Update gewartet, ist es ja gleich da, ne? Ja, okay. Grüße gehen raus und schönen Abend noch. Dankeschön an Okay. Guten Tag. Schönen guten Tag, da her. Wo sind ausweist? Ja, ne? Äh, ja, das wäre nicht. Sie sind wahrscheinlich der 20.30 Termin, ne? Genau. Ja, Herr Rumpet. Ist das öffentlicher Termin, oder? Äh, also ich habe bisher noch nichts anderes gehört. Okay. Ja, weil ich habe, ich habe gefragt, ob die kommen wollen, kommen ein paar Freunde vorbei. Ja. Wenn ich das ansehen, an den Spektakel. Jawohl. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Gut, dann würde ich Sie bitten, sich einmal umzudrehen. Jawohl. Würde ich einmal einen Blick in Ihre Taschen werfen, ob Sie irgendwas dabei haben. Natürlich, kein Problem. Ja gut, ähm, ich sage Ihnen gleich, die Lithiumbatterien, ähm, und Aceton wird Ihnen, falls es zu einer Verurteilung kommt, wahrscheinlich, äh, im Gefängnis dann noch abgenommen. Ja, ja. Das habe ich vom Kumpel damals noch bekommen, das habe ich noch dabei. Ich kann das verstehen, ja. Ich meine, illegal ist es nicht, aber ich würde es sonst immerhin in den Kofferraum reinlegen, wenn Sie wollen. Diese ganze Kombination. Ja, wenn Sie es behalten möchten, sonst wird es Ihnen abgenommen. Nee, nee, ich tue es in den Kofferraum rein, ist kein Problem, ich bin gleich wieder da. Ja, alles klar. Ich habe vorhin nicht dran gedacht. Ich habe noch mein ganzes Labor dabei, äh, ich komme hin. Ja, äh, das wird dann wieder abgenommen, ich habe gerade überhaupt nicht dran gedacht. Ey, der sieht gerade grün aus, ne? Richtig, so. Also, mein Labor, ich habe nicht viel Platz hier drin. Wobei, 5 Aceton kriege ich doch rein, oder? Ja. Und kriege ich mein, äh, kommen die 6 Batterien, kriege ich auch noch rein, oder? Ja, perfekt. Tück, tück. So, dann kann sich keiner beschweren. Weil das ist guter Stoff, der darf nicht wegkommen. Alter, ich habe voll vergessen, dass ich das dabei hatte. Gehe ich einfach mit einem kompletten Drogenlabor hier rein, Bruder. So. Ich nehme an, Sie haben was weggelegt. Ja, dann können Sie auch noch kontrollieren, dann gucken Sie lieber. Ja. Für euch. Keine Ahnung. Das ist gar nicht mehr gecheckt, das hat mir damals irgendwer zugesteckt. Ja, ne gut, das passt insoweit. Ja, warte. In der Verhandlung gleich wissen Sie Bescheid. Bitte nicht funken und nicht telefonieren. Achso, ich mache mein Funkgerät aus. Das wäre auch nur... Warten Sie, dann gebe ich noch schnell Bescheid. Äh, ich melde mich jetzt kurz vom Funk ab, da ich jetzt im Gerichtsgebäude bin. Ja, viel Spaß. Wenn es gleich schön ist, ist ein Wörter. So, habe ich ausgestellt. Gut, ähm, haben Sie soweit irgendwelche Fragen? Nein, soweit keine Fragen. Gut, dann dürfen Sie ruhig schon mal durchgehen in den Eingangshall und da dann warten. Jawoll. Wenn wir die Frau Feger anrufen, dass ich da bin wegen der Einsicht. Ich rufe sie immer an. Frau Feger. Frau, äh, Harris. Ich schaue mal, ob sie jetzt nochmal so abhebt mit Frau Feger. Ich glaube, sie hebt nicht ab. Die Frau Feger. Nee, die hebt nicht ab. Für mich bleibt sie die Frau Feger. Das wird sich niemals daran ändern. Ah, ist das schön hier, guck. Das ist doch mal schön. Schön heute wieder vor Gericht. Wir wollen uns heute wieder alles anhören, wie blöd wir sind. Aber das Schöne ist, Leute, ich glaube, wir können uns heute gut rausreden, weil ich habe letztes Mal mein ganzes Zeug jemandem zugesteckt. Im Auto, wisst ihr noch? Wo wir dem alles, alles zugesteckt haben. Und bei mir wurden keine Juwelen gefunden. Ich kann einfach sagen, ich wurde gezwungen. Ich wurde gezwungen. Nee, ich brauche aber Akteneinsicht. Ich weiß nicht mal ganz genau, was ich alles dabei hatte. Aber was ich mich nicht erinnern kann, ist, ob ich jetzt eine Waffel dabei hatte, eine illegale, oder nicht. Aber ich glaube, ich hatte nur meine Glock 17 dabei. Bin mir aber nicht sicher, Leute. Bin mir nicht ganz sicher dabei. Ob ich illegale Waffen dabei hatte. Aber ich glaube, es war nur eine Glock 17, weil dann wäre es nicht so schlimm. Hayabusa, danke für 5 Euro mit Fies. Moin Meister, grüß dich aus Chemnitz. Dankeschön zurück. Das ist der Sound, der wir spenden. Ed Roy Sloki, danke fürs Fippwerden. Dann Zalane Lang, danke fürs Fippwerden. Jamie ist auch dabei. Ich mag dich total lieb. Grüße Jamie. Nein, das muss ich mal Jamie. Vielen Dank für 5 Euro mit Fies. Stange Kalu. Mark Rumpe hat in der Hose voll den Entenarsch. So gerade hast du komplett recht. Sieht echt aus wie gerade hier Donald Duck. Donald Duck, sag ich schon. Dagobert Duck. Hat immer diesen Anzug an. Mike, ui, der Bürgermeister. Ich sehe hier aus wie der Bürgermeister. Ich sehe hier aus wie der... Wollt ihr was Lustiger gesehen? Warte, ich bin jetzt gerade eh allein. Ich zeige euch das mal schnell. Ich hoffe, der sieht das nicht, wenn ich hier hochgehe. Darf ich da überhaupt rein? Ist das Restricted Area? Ich glaube nicht. Ist das hier Restricted? Bin ich in das Büro? Das ist nämlich... Guck mal. Guck. Das, meine lieben Damen und Herren. Das ist der Präsident. So ganz schön weg, bevor ich hier noch... ...ein Problem mit irgendjemandem kriege. Ich kriege doch einen Spitz oder so. Ui, 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 ui. Darf ich mich sicher nicht aufhalten hier drin? Ach doch, guck. Sag niemand was. Aber die Frau Feger ist nicht da. Hat er mich jetzt gerade gesucht? Ich sage einfach, ich habe Toilette gesucht. Fertig. Hat er mich gerade gesucht? Ja, guck, da ist er. Ich war gerade im Büro oben. Ich war im nicht verschlossenen Büro. Oh, wartet, die haben ja eine Toilette hier, ne? Gibt es hier eine Toilette? Hier, glaube ich, ne? Das ist eine Toilette. Ist das... Oh, ja, da können wir mitführen. Guck. Wir sind hier nicht irgendwie in ihrer komischen Gangstreit- und Breckstraße da. Wir sind hier vorgericht. Alter, was soll die Scheiße machen? Schreien Sie uns morgen. Was hat die... Boah, die fällt aber hier einen ganz anderen Ton an hier drin. Ist am Telefon. Aber hallo. Ach, der Termin, der läuft ja noch anscheinend. Uiuiui. Der läuft ja noch im Termin. Deshalb dauert das ein bisschen lang. Hallo, bitte. Ich würde Sie bitten, sich hier im vorderen Teil aufzuhalten, dass wir Sie noch im Blick haben. Nicht, dass Sie auf einmal irgendwie abhauen. Ich habe ein Gerichtssimio, wo soll ich abhauen? Ja. Also, entschuldigen Sie bitte, aber wenn ich abhauen wollen würde, dann wäre ich doch nicht mehr auf dem Auto hergefahren, oder nicht? Ja, das ist richtig. Und dann wären Sie wahrscheinlich auch schon längst weg. Ja, also, äh, die Logik ruft mal wieder an bei Ihnen, glaube ich. Ne, ich gucke mich nur gerade um. Ne, ich war gerade auf Toilette hinten. Alles gut. Um da ein bisschen einzuhaken, achten Sie immer auf meine Haarfarbe. Warum soll ich auf Ihre Haarfarbe achten? Blond. Ja, aber das sagt doch nicht auf Männern zu, oder? Nee. Manchmal schon. Nee, ach, sagen Sie sowas nicht. Finden Sie, dass ich blond bin, oder kommt das eher in den braunen Ton? Meiner Meinung nach so ein, so eine Mischung aus, aus, aus. Aus beiden, ne? Braun und blond. Ja, weiß ich nicht. Aus beiden. Ich schummel mich immer ganz schwer, weil meine Haarfarbe ist immer sehr schwer. Weil die einen sagen, es ist braun, die anderen sagen, es ist noch halbwegs so blond. Und dann, ja, was habe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Naja, wenn man ihnen von vorne auf die Stirn guckt, sieht es sehr braun aus. Wenn man sie seitlich, beziehungsweise am Hinterkopf anguckt, dann ist es mehr blond. Ich würde sagen, so Bronze, Gold. Oder? Ja. Ah, ist das schön hier. Ich werde amokatische lieben. Ja, ja, kein Problem. Er ist einfach der geilste. Ja, im Auge behalten ich, dass die Flüchte ich denke. Ich fahre doch nicht hier hin, um hier zu flüchten. Ja, Beste einfach. Aber er hat dann selber auch gecheckt, okay, eigentlich das, was er gerade erzählt ist, irgendwie macht das keinen Sinn, weil ich komme ja hier nicht umsonst hin. Mit dem Termin. Ach, guck. Aber wisst ihr was? Ich werde hier oben drüber gucken. Ich werde hier oben. Ich bin hier oben nie. Hier ist nie jemand. Hier oben, guck. Hier habe ich die komplette Übersicht über das ganze Gebäude, so. Guck mal hier. Da kann ich jetzt wieder President. Wieder President. Guckt euch das an. Hier oben. Die Leute, die da unten reinkommen, denken, hier ist der President und empfängt sie. Mit einer Champagnerdusche. So, Dankeschön an Domi108. Danke für die Unterhaltung. Ich habe zu danken für 10 Euro mit Fies und fürs Dabeisein. Andels Tigerenden Club. Warum hat Seat serienmäßig eine Heckscheibenheizung? Dass man zumindest mal meine Hände beim Schieben bekommt. Verstehe ich gerade nicht. Warum hat Seat serienmäßig eine Heckscheibenheizung? Also, weißt du, warum ich es nicht verstehe? Weil ja irgendwie jedes Fahrzeug eine Heckscheibenheizung hat. Raffe ich da gerade was nicht? Dass man zumindest warme Hände beim Schieben bekommt. Weil, äh, ich verstehe schon, wenn Seat kaputt geht und so, äh, dass man dann sagt, ja, fürs Schieben. Aber irgendwie hat ja heutzutage jedes Auto eine Heckscheibenheizung. Von dem her ist das irgendwie nicht lustig. Ist das, ist das ein Anti-Witz? Oder ist das ein Witz, der so veraltet ist, weil damals nicht jedes Auto eine Heckscheibenheizung hatte? Ich glaube eher das Zweite. Ich glaube eher, dass das früher so war. Ein Kuss getraut von Andels Tigerenden Club. Aber ich glaube, heutzutage hat echt jedes Auto eine Heckscheibenheizung. Also, da könntest du das über jedes Auto in deinem Choke reißen. Macht dann auch keinen Spaß mehr. Macht dann echt keinen Spaß mehr. Ui. So. Lord Crusader. Meine Katze ist genauso. Bin seit dem GTA 5 Online-Zeiten dabei. 75.000 Abos ungefähr. Xyren. 1 zu 7. Hashtag Tieflieger. Kurz getraut von Lord Crusader. Nochmal heute wieder donated. Trial-Fahrer Mich ist auch dabei. Falt dich mega Dankeschön. Bananen-Pudding nochmal. Wenn du in den Knast kommst, kannst du ja wieder ausbrechen. Mhm. Ja. Oh, das sieht man sogar, wenn ich nicke. Schau mal. Dann bleibe ich stecken. Ja, genau das meine ich. Ich wusste. Dann bleibe ich irgendwann stecken. Dann haut es irgendwann ein Hund irgendwo auf. Lala XD Bro, du hast nur die Hälfte meiner Spende vorgesst. Tut mir leid, Lala. Ich bin komplett lost. Ich lese es vor. Warte. Ich hatte es schon fast gedacht. Ich habe was vergessen. Da war ja was. Upsi. Upsi, Pupsi. Warte, Lala. Ich such dich gerade mal. Oh, vor 21 Stunden. Das war es, glaube ich, nicht tun. Ah, hier. Ja, nee. Warte, ich muss weiter runter scrollen. Lala, es tut mir leid. Lala, es tut mir leid. Ah, hier. Moin, moin. Hoffentlich heute nur kurzes Knastetweg. Kennst du mich noch? Happy Birthday. 331 Tage zu spät. Dankeschön. Ähm. Ob ich dich noch kenne? Kuss geht raus. Dankeschön an Lala XD. Die Leute warten nur drauf. Da sind wir diesen Furz rausballer, gell? Die wollen gar nichts anderes. Shadow 1 zu 7. Danke fürs Tippwerden. Fabi Sieb ist auch dabei. Kennst du mich noch? Kuss geht auch raus an dich. Hayabusa. Bleib wie du bist. Beste Server-Auffall-Fam. Kuss. Joni. Ich freue mich schon auf dem Stream. Hashtag Ent. Atreus Loki. Hey, liebe Grüße aus Sachsen. An dich gesehen. Dankeschön zurück. Luca Zipper ist auch nochmal dabei. Mitten an Eurund. Nord Chili auch am Start. Braun Blond Entmann bei uns. Straßenköter Blond. Aber das passt dann eh. Gruß die scharfe Schote. Natürlich. Gruß die scharfe Schote. Und der Stone Man. Hot 50 raus. Du bist ein Kleingart von mir. Hashtag Ehren-Streamer. Kuss. Das Stone Man nochmal. mit 50 Euro hinterher geschallert. Der könnte richtig. Stone Man. Stone Man, wenn du so weitermachst, hast du irgendwann kein Geld mehr. Ich sag dir, ist das. Der soll sich ein bisschen zurückholen. Ein bisschen zurückholen. Sag mal, hört ihr eigentlich das Katzengekratze an der Tür? Ich weiß nicht, ob man das durchhört. Ich glaub nicht. Mit Neu-Skate ist es gut eingestellt. Lass mir noch was trinken. Hm. Weißt du, bin ich extra früh gekommen. Und die brauchen eine Stunde da drin. Mhm. Ich warte seit zwei Minuten. Seit zwei Minuten warte ich. Mein Mund ist schief. Jetzt eh nicht mehr, hoffe ich mal nicht. Jetzt klappt es wieder halbwegs. Joni oder Joni oder Joni. Mach weiter so. Ich bin meist immer ein stiller Zuschauer und habe mal ein bisschen Geld gemacht, um dir was zu spenden. Er hat einfach gehustelt, um mir zu spenden. Das ist ja eine Ehre. Joni, kurz geht raus. Schau, sonst ein stiller Zuschauer. Ja, nicht stiller Zuschauer. Leute, ihr müsst hier nichts zunaten. Es reicht komplett aus, wenn ihr einfach ein Like-Button pusht. Zum Beispiel jetzt, wir könnten 5000 Likes machen. Wir haben 8000 stiller Zuschauer. Einfach ein Like-Button pushen. Auf die 5k Likes. Es kostet euch nichts, außer einen kleinen Mausklick. Ja, in einer Sekunde geht. Bzw auf einer App. Ich weiß nicht, auf einer App. Wie lange dauert es da? Na, kommt drauf an. Wenn man hochscrollt, runterscrollt, zumachen muss, Fullscreen auf hat. Ja, ein bis drei Sekunden eures Lebens kostet das schon. Eures kostbaren Lebens. Wenn man das so auf Jahre rechnet, wenn ihr jeden Stream guckt, kommt dann schon sicher was zusammen. Ja. Und dafür kann man sich bedanken. Und wenn ihr es nicht wusstet, wir sind ja kurz vor der 1.000.000 Abonnenten, 13.000 Leute fehlen. Also sagt euren Leuten Bescheid. Sie sollen hier vielleicht mal vorbeigucken, mal abonnieren. Teilt vielleicht den Stream in einer Gruppe, was weiß ich. Sagt, sie sollen sich vorbeigucken, genau. Oh, eine Beachparty und ich bin nicht dabei. Och, nee. Schau, die machen einmal eine Beachparty und ich bin im Gericht. So fies ist das. So fies. Oh, endlich, die kommen raus. Oh, ich habe gerade vier Minuten meines Lebens hier oben verschwendet. Vier Minuten. Ganze vier Minuten zu spät. Ich mache einen Auftritt. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Das ist gut. Ja, Rumpel, Sie haben versucht, mich anzurufen. Ich war gerade in der Verhandlung drin. Ja, wusste ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte noch fragen, wegen der Akteneinsicht. Wie ist denn das? Haben Sie schon was zugesendet? Ich habe Ihnen schon was zugesendet. Bitte nicht erschrecken. Wir haben ein bisschen was geändert in dieser Art von der Akteneinsicht. Sie haben alle wichtigen Informationen dort. Der Tathergang, dass es vier Zeugenaussagen gibt, etc. Das ist das, was der Staatsanwalt Ihnen zusenden möchte, da wir das Recht einbehalten, Ihnen die Akte so zuzusenden. Ja, das kann ich Ihnen genau... Aber die komplette Akte bekomme ich nicht, oder wie? Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Das ist obliegt dem Staatsanwalt, inwiefern er, wie viel Einsicht er dem Angeklagten, wenn er sich selber vertritt, oder dem Anwalt geben will. Da wir... Jetzt muss ich dieses Wort noch mal raussuchen. Ich habe es nämlich nicht mehr ganz im Kopf. Wir haben nämlich... Wir mussten uns ein bisschen informieren. Und laut dem europäischen Gesetz haben wir Aktenhoheit. Das heißt, wir können entscheiden, wie viel wir dem Angeklagten oder dem Anwalt geben, als Akteneinsicht, ob wir Komplett oder Sonstiges geben, das obliegt dem Staatsanwalt, wie viel Akteneinsicht er gewähren möchte. Das heißt dann aber auch, Vorteil praktisch für, bin ich ehrlich, für Sie oder für den Anwalt, Sie haben mehr Freiräume, um gegebenenfalls noch... hätten noch Zeugen oder Sonstiges dazu holen können. Okay. ...als uns. Alles klar, danke schön. Weil wir können ja nur mit dem PD zusammenarbeiten oder mit dem Aschens. Okay, weiß ich Bescheid, Anke. Wenn Sie da noch ein bisschen Zeit brauchen, gerne. Ja, ich lese mir das mal durch. Ich setze mich hier hin und lese mir das mal durch, was Sie mir zugesprochen haben. Jawohl. Genau. Dankeschön. Bitte. Ich setze mich da in die Ecke, da ist so schön warm. Das liegt schön rein. Ja. Ja, gut. Also wir kriegen nicht die komplette Akteneinsicht. Ist aber okay. Ist komplett okidoki. Ich schaue jetzt mal, ich habe das jetzt zugesendet bekommen, die Akte. Ähm, ja. So. Uiuiui. Oh, das ist eine lange Akte. Ach du Scheiße. Ach nee. Kein Bock mit Zeugenaussage. Ich lese euch das jetzt mal vor, Leute. Zeugenaussage von Sergeant C Street. Oder C Street. Ich kam bei einer Flucht nach dem Bankrohr. Am 30.12.21 ging es um. Ich bin dir. Es schüttete eine Person zu Fuß. Hä, warte mal. Das war doch nicht am. Hä? Äh. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Das ist doch nicht so lang her. 30.12. Ich dachte, es geht um den Fall. äh, um den Fall mit Freddy letztens, äh, wo wir auf dem Kopf gelegen sind. Ich glaube, die hat mir falsche Akte gesendet. Aber da muss ich aber fragen, was das hier ist am 8. Ja, das ist aber falsch. Die Zeugenaussagen, es sind falsche Zeugenaussagen. Ach, warte. Oder hier unten, Zitat? Nee, das sind falsche Zeugenaussagen. Die passen da nicht. Oreo Keks. Ne, um das ging's doch gar nicht. Es geht doch gerade um Geiseldrama. Das ist doch schon längst, äh, ich muss sich aber nochmal, nochmal fragen, was das hier ist. Sie haben mal ein falsches Dokument gesendet. Entschuldigung. Ja. Glaubst du mir ein falsches Dokument gesendet? Das sind Zeugenaussagen von 2021. Ich glaube nicht, dass das dieser Fall ist. Zeugenaussagen, was? Ne, ich hab hier zwei Nachrichten. Also das, äh, ja. Eine ist ja schon älter. Ja, aber das ist doch schon, äh, geklärt, das eine, oder? Es gibt zwei, es gibt nur ein Verfahren. Genau, das eine, ich hatte Ihnen nämlich schon mal, äh, was zugesendet, das war... Ach so, das ist, oh mein Gott. Ja, gut. Ja. Ich hab nichts gesagt. Dankeschön. Danke. Ich bin so doof. Ach, das hat sie mir, ich hab das nicht gesehen, Alter. Bin ich so dumm? Ich hab, ich hab gedacht, das ist neu. Hey, warum seh ich denn das nicht? Ach ja, ach ja, gut. Das war am 14.01.2020. Gut, ich hab nichts gesagt. Sorry, Leute. Gut, jetzt kommen wir zu. Ich sag, Leute, ich bin lost. Ich bin einfach... Ich geh in die Bank rein, sag, ich will abheben. Dann fragt sie ja, wie wollen sie es haben? In bar, bitte. So. Ist eine ehrenhafte, echte Geschichte. Mittelschwerer Raub. Es steht auf dem Spiel 40 bis 55 Monate. Ergänzung zum Täter. Täter war kooperativ. Beweismittel, vier Zeugenaussagen, vier Waffen darunter. Okay, wenn es vier Waffen waren, dann waren es illegale Waffen. Gut, es wurde auch geschwärzt, sehe ich nicht. Gefordertes Strafen, was steht nicht dabei, Zeugen steht nicht dabei. Könnt euch das mal vorlesen. Beim 28.02.20. Gegen 0.30 Uhr hat Makumpe gemeinschaftlich mit mindestens drei weiteren Tätern den Juwelenraub begangen. Nach einer Verfolgung verunfallte eines der Fluchtfahrzeuge schwer. Warum lache ich darüber? Es war echt so lustig. Woraufhin die Täter in ihrem Fahrzeug eingeschlossen waren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein auf Markumpe zu glas Fahrzeug. Trotz einer versuchten Rettungsaktion durch weitere Täter konnten die Täter darunter, der Angeklagte, festgenommen werden. Mehr steht da nicht drin. Das ist alles, was ich weiß. Ich dachte, da stehen irgendwelche Informationen über Dinge drin, über Zeugen oder so weiter. Das ist ja doof. Ich habe gar keine Informationen gerade bekommen. Das kriege ich wieder aus, aber das hätte sich gespart. Die einzig gute Information, die ich gerade bekommen habe, sind die Beweismittel, dass da vier Waffen stand. Weil dann waren es 100 pro illegale auch illegale Waffeleisen. 100%ig. Wobei, könnte ja auch ein Messer sein. Die haben das geschwärzt. Ich sehe das nicht. Warum schwärzen die das? Ich sehe das jetzt doch nicht mehr. Das macht mich gerade fertig, Bruder. Das macht mich gerade richtig hartfertig, was ich da dabei hatte. Ah, Witschup, Witschup. Ich höre die Katze an der Tür kratzen. Ja, gut. Gut, man hört sie doch. Gut, perfekt. Die Katze, ja, die tritt gerade wieder durch draußen. Tut mir leid, Leute. Die tritt wieder komplett durch. So, ich hätt's dann. Ja, wir müssen nur kurz auf die Frau Harris wandern. Hast du, jawohl. Ich gehe dabei hier ein bisschen spielen. Die kommen da gerade auch so. Ja, ja. Ich mag diese Drehräder. Ich erinnere mich an die Kirmes, wenn man so einen Eintritt bezahlt für so ein Fahrgeschäft und man muss da erstmal durch. Ich fühle mich hier gerade wie im Disneyland. Nur, dass man meistens ins Gefängnis kommt. Ich kann auch alle drei verwenden. Guck. Hui. Innerlich bin ich immer noch das kleine Kind. Gut, können wir? Achso, ja, warten sie. So, jetzt habe ich's. Ja, wir können. Also, von meiner Seite aus. Haben sie genug Essen zum Trinken? Ich habe tatsächlich wenig Essen, aber viel Trinken. Aber es könnte reichen. Es reicht. So, okay. Also, ich werde jetzt nicht abrecken da drin. So, hier haben sie ihren Platz. Hier, woher ich jetzt? Rechts hier? Ähm, ja. Einfach mit Ständard hin. Okay, okay. Der heiße Stuhl. Jungs, ich verteidige mich selbst. Das muss ja vor jeder Verhandlung sein. Wir können anfangen. Ja. Dann bitte ich einmal, die Schilder runterzunehmen. Auch kombiniert mit euch drauf. Die vorderen Parteien hier am Tisch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Dann würde ich einmal das Verfahren eröffnen. Der Start gegen Herrn Mark Rumpe. Oh ja. Heute anwesend Staatsanwalt Herr Kusch. Gerichtszene Herr Gordon und Herr Rumpe in Person. Herr Rumpe vertritt sich selbst. Dann würde ich einmal gerne, Herr Kusch, bitte in die Anklageschrift. Heißt du wirklich Herr Kusch? Aber gerne doch. Nein. Am 28.22 gegen 0.30 Uhr hat Mark Rumpe gemeinschaftlich mit mindestens drei weiteren Tätern einen Juwelierraub begangen. Nach einer Verfolgung verunfallte eines der Fluchtfahrzeuge schwer, woraufhin die Täter in ihrem Fahrzeug eingeschlossen waren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein auf Mark Rumpe zugelassenes Fahrzeug. Trotz einer versuchten Rettungsaktion durch weitere Täter konnten die Täter darunter der Angeklagte festgenommen werden. Nee, dann belaste ich die nur. Das Profisier der mittelschwere Raub, ungefordert während 55 Monate. Vielen Dank. Herr Rumpe, die Anklageschrift soweit verstanden? Ja, verstanden. Und wie bekennen Sie sich dazu? Ähm, teilschuldig. Ganz oder gar nicht? Naja, es gibt ja auch eine Teilschuld. Möchten Sie sich jetzt dazu erklären? Ich möchte mich gerne dazu äußern, ja. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich am Raub als Fahrer beteiligt war, aber nicht an dem Juwelenraub selbst. Ich habe keine Juwelenstuhlen. Beweismittel wären unter anderem vier Zeugenaussagen, vier Waffen, darunter eine M4A1, eine Beretta, eine Glock 17, sowie eine P90. Zeugenaussagen? Ja, soll ich diese vorlesen? Gerne. Die erste wäre von einem Officer. Nach einer Flucht eines Juweliéraubes am 28.02.2022 gegen 0.30 Uhr wurde ich dazu alarmiert, da es zu einem Verkehrsunfall von vier flüchtigen Tätern kam. Vor Ort war ein schwarzer BMW, der in den Hills verunfallte und auf dem Dach lag. Die Insassen waren Marc Krumpe, Freddy Gorbatschowski, Edin Seeowitsch und Sandro Rodriguez. Alle vier waren maskiert und laut Aussagen der Kollegen beim Juweliéraub beteiligt. Ich habe Herr Rumpen und Herr Gorbatschowski durchsucht und ihr Beweismittel eingetragen. Vielen Dank. Herr Rumpen, diese Zeugenaussage haben Sie verstanden? Anmerkung, Fragen dazu? Keine Anmerkung, keine Fragen habe ich verstanden. Herr Kusch, eine weitere Zeugenaussage? Ja, auch wieder von einem Officer. Ich lenke ein 31, kam gegen 0.01.15 am 28.02.2022 nochmal in den Dienst. Ich kam als Verstärkung zu einem Verkehrsunfall nach einer Flucht vom Juweliéraub. Vor Ort waren vier Täter, Marc Krumpe, Freddy Gorbatschowski, Edin Seeowitsch und Sandro Rodriguez. Bei allen Tätern wurden Waffen und teilweise Juweliäen gefunden. Herr Rumpen, Fragen, Anmerkungen zu dieser Zeugenaussage? Also meine Anmerkungen, dass ich der Fluchtfahrer war. Okay. Herr Kusch, weitere Zeugenaussagen oder haben Sie Fragen an Herrn Rumpen? Ich würde erstmal die Zeugenaussage da verlesen wollen. Wieder von einem Officer. Die Herrschaften haben den Juweliéraub begangen und sind anschließend mit seinem Fahrzeug, mit dem Kennzeichen Rufmord, in die Hills geflüchtet, wo sie verunfallt sind. Das ist der Sieber-BMW. Dort steckten sie dann im Fahrzeug fest. Es war außerdem noch ein anderer Fluchtwagen dabei, der allerdings verloren ging. Als das Kfz verunfallte und wir die Umgebung sicherten, kamen bewaffnete Leute und öffneten das Feuer auf uns. Einen Gegner konnte ich neutralisieren, dieser wurde aber von seinem Kollegen aufgehoben und weggefahren. Ich wurde von einem kopflosen Bürger überfahren, der von den ganzen Schlüssen gestresst war. Das ist aber jetzt so lustig, ey. Ja, danke schön. Das ist, ich hab sie bis selber schmunzelt. Ja, eine gute Fragenanmerkung für diese Zeugenaussage. Ich hab keine Fragen, aber ich, na doch, eine Frage hätte ich. Wissen Sie, wer die Personen waren, die einfach angefangen haben zu schießen? Negativ, das wird nicht in der Zeugenaussage vermeiden. Und ich wollte Sie nochmal darauf hinweisen, dass die Geschichte so an sich ein bisschen falsch ist mit dem Kennzeichen, weil das Fahrzeug hatte kein Kennzeichen zu diesem Zeitpunkt dran. Also das müssten Sie, das müsste später anscheinend irgendwie nachgewiesen werden, weil das Kennzeichen wurde komplett, der Kofferraumdeckel war weg, der wurde abmontiert. Also der lag irgendwo ganz anders. Also da war auch kein Kennzeichen drin im Auto. Wie und wann das festgestellt wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur das vorlesen, was in der Zeugenaussage drin ist. Okay, nee, wegen dem Timestamp, weil es das gerade so vorlesen ist, als hätte er das Kennzeichen davor gesehen und so. Also ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass das Fahrzeug da noch nicht das Kennzeichen dran hatte. Herr Pusch, haben wir noch weitere Zeugenaussagen? Wie sich munzeln musste mit dem überfahrenen Polizistenalter, ich kann es nicht mehr. Sie muss ja selber lachen. Okay. Herr Pusch, haben Sie Fragen an Herrn Rumpe? Ja, eine Frage hätte ich. Ja, bitte. Ähm, Herr Rumpe, würden Sie kurz neben mich kommen, links neben mich? Mhm. Herr Rumpe, ich muss Sie einmal belehren, Sie haben die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, außer Sie belasten sich selbst oder ein enges Familienmitglied. Eine Falschaussage ist eine Straftat. Haben Sie das soweit verstanden? Hab ich verstanden. Dann, Herr Pusch, Sie dürfen Ihre Fragen stellen. Herr Rumpe? Bitte. Sie haben ausgesagt, dass Sie nur lediglich Fluchtfahrer waren? Ja, ich war zwar auch in dem ganzen Prozedere drin, aber ich bin in Fluchtwagen gefahren und ich habe auch mich jetzt nicht an der Beute beteiligt. Und das heißt, Sie sagen gerade selber aus, dass Sie vor Ort in der Bank waren? Ich war nicht in der Bank, ich war in einem Juwelier. Also ich war nicht in der Bank, da haben Sie recht, genau. Achso, mein Fehler. Ja. Waren Sie vor Ort in dem Juwelier? Ich war im Juwelier, das ist positiv. Hatten Sie dort auf Ihre Waffe gezückt? Ja, ich hatte meine Waffe gezückt. Mhm, okay, gut. Ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Herr Rumpel, Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen. Dankeschön. Xion kommt da an mit 188. Mit einem Ford Ranger. Wir müssen einen blauen Ford Ranger reinmachen. Ich kann kurz schnell die Anträge. Nein, aber ich würde gerne noch was anmerken wollen. Ja, gerne. Und zwar hat Herr Rumpel gerade selber ausgesagt, dass er vor Ort im Juwelier war mit einer gezogenen Waffe. Und das ist für mich ein eindeutiger Indiz, dass er aktiv am Raub beteiligt war und nicht nur als Fluchtfahrer vor Ort war. Und dementsprechend ist der Punkt Beihilfe zur Flucht für mich auch, wie sagt man, nichtig. Habe ich so verstanden? Herr Rumpel, möchten Sie sich noch irgendwie zu äußern oder stellen Anträge? Ja, ich will mich nur dazu äußern. Ich habe weder jemanden mit meiner Waffe bedroht, noch habe ich irgendwie etwas entwendet wie Juwelen oder Sonstiges. Und außerdem würde ich gerne wissen, welche Waffen ich bei mir dabei hatte, weil sie haben hier gerade eine riesengroße Liste an Waffen vorhin auch aufgetragen. Das würde mich einfach nur brennend interessieren, welche bei mir gefunden wurde. Die, die der Staatsanwalt vorgelesen hat. Okay, wurden die alle an mir gefunden? Ist ich da sicher? Laut Zeugenaussagen des PDs, ja. Ich bin mir da irgendwie unsicher. Aber gut. Ja, Rumpel, stellen Sie noch Anträge? Negativ. Dann würde ich Herrn Rumpel und Herrn Krusch nach hinten bitten zur Urteilsberatung. Beide, aber ich muss dir das sagen, weil es gibt das Dashcam-Aufnahmen hundertprozentig, wo ich mit der Waffe im Laden gestanden bin. Das heißt, wenn ich da jetzt gelogen hätte, wäre es blöd gewesen. Sie flüstern einmal. Sie dürfen sich jetzt gerne nochmal zu äußern, beziehungsweise Ihren, ich nenne es jetzt mal Vorschlag, zu der Tat machen. Angeklagt sind 55 Monate wegen mittelschweren Raub und Sie können jetzt natürlich einen Vorschlag machen. Achso, ich darf mir einen Vorschlag machen? Ja. Genau, ja. Sie vertreten sich selbst und Sie setzen jetzt praktisch ihr gefordertes Strafmaß, was Sie möchten. Für sich selbst. Sie haben sich nicht vergessen, Sie haben sich für Sie als teilskultig gesprochen. Also dadurch, dass ich sage, dass ich nur halb an der Sache irgendwie beteiligt war, in meinen Augen, würde ich die, auch die Hälfte abziehen von den 55 Monaten. Wäre jetzt so meine, meine Idee an der Sache, weil ich auch jetzt weder jemanden bedroht habe, noch jemanden ausgeraubt habe. Es wird geschwiegen. Nein. Warum schweigen die jetzt? Ja, ist das? Hm, ich bin gerade noch am überlegen. Ah ja, okay. Aufgrund dessen, dass es ja, wenn ich es jetzt nicht übersehen habe, die erste mittelschwere Raub war, bin ich davon nicht abgeneigt zu sagen, man geht etwas runter. Allerdings wäre mein Minimum 30 Monate plus Bewährung. Wie wäre es denn mit, also meine, wie wäre es denn, wenn wir sagen, so 30 Monate dafür ohne Bewährung? Weil eigentlich 55 wäre ja auch eben ohne Bewährung, jetzt sind wir aber nicht ganz bei der Hälfte. Sag ich mal, so wirklich 30, 30 ohne Bewährung wäre doch auch, ich denke mir so, die Bewährung, das ist jetzt nicht so das Problem. Wäre jetzt mein Vorschlag, aber ich glaube, damit wären wir alle zufrieden. Ja gut, die Bewährung muss ja eh der Richter zu, dem Richter, bitte? Der Richter muss ja eh der Bewährung zustimmen, also von dem her. 30 auf jeden Fall mindestens, von meiner Seite aus. Bewährung kann man ja abwägen. 30 Monate auf Bewährung. Also ohne Bewährung, das wäre super. Alter. Leute, aber es geht heute in den Knast. Es geht heute in den Knast. Mal wieder. Gut, aber eh langsam wieder Zeit. Ich war lange nicht mehr im Knast. Ich war wirklich lange nicht mehr im Knast. Habe ich mal verdient, glaube ich. Ich glaube, das habe ich echt mal verdient, dass ich mal wieder in den Knast reinkomme. Das Gutachten, das kann ich nicht vorlegen. Ich will nicht mehr das Gutachten vorlegen. Äh, ja. Wir können wieder nach vorne gehen. Jawohl. Das ist, warum ich hier das Gutachten nicht vorlege. Weil dieser mittelschwere Raub ist nicht so schlimm. Und wenn ich jetzt das Gutachten vorlege, dass wir da drinstehen, ich bin psychisch krank, dann musst du wieder zum Psychologen gehen, musst vielleicht den Führerschein entziehen lassen und so weiter und so fort. Du darfst keinen Waffenschein mehr haben. Deshalb dieses Gutachten nur im Notfall vorlegen. Ganz wichtig. Urteil, Handy weg. Komm, es ist ein mittelschwerer Raub, dass nichts Schlimmes ist. Also, wenn man wirklich was richtig, richtig, richtig hart Schlimmes ist, wo es das wert ist, dass du das verlierst, dann Gutachten, aber so nicht, Leute. Also, 30, kommt 30 Monate ohne Bewährung, da kannst du nichts sagen. Und Gutachten hätte ich da schon vorbringen müssen. Das heißt, bis einschließlich den 18.03.22, 23.59 und 59 Sekunden. Wenn sie in den nächsten 48 Stunden auffällig werden und beim PD oder bei uns vorstellig, werden diese 10 Monate Bewährung auf diese Straftat draufgerechnet. Haben Sie das soweit verstanden? Ja, habe ich verstanden, ja. Ich kriege doch Bewährung, aber nur 48 Stunden. Ja, Rumpe, falls Sie was gesagt haben, dann flüsteren Sie noch. Ach so, habe ich verstanden. Ich habe noch geflüstert, tut mir leid. Ja, habe ich verstanden. Okay, der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und somit ist dieses Verfahren geschlossen. Also, Rumpe. Ich stelle dann noch einmal die Rechnung aus für das Verfahren. Natürlich. Das Handy kommt weg. Das ist ja schön. Das ist ja geil. Perfekt, ich bedanke mich. Was haben die mit dem Geschäftsgeld gemacht? Da sind 45.000 drauf. Was haben die gemacht? Da waren vier Mille drauf. Ich mache Ihnen einmal Kabel dran. Jawohl. Und dann folgen Sie mir bitte einmal. Kommen wir jetzt hinten raus. Was haben die mit dem Geschäftskonto gemacht? Wem werde ich jetzt erstmal die Ohren lang ziehen? Wir hatten vier Millionen. Guck, wir haben nichts mehr. 65.000 Dollar. Also, da muss ich mal fragen, was da passiert ist. Wir hatten vier Mille drauf, Leute. Da waren vier Millionen drauf. Die sind weg. Also, da muss man einfach wieder einen guten Ding gegeben haben, warum das alles weg ist. Vielleicht Dienstfahrzeuge gekauft, ich weiß es nicht. Aber so langsam. Ich helfe Ihnen dann einmal mit dem Gurt. Naja. Dankeschön. 645-76-Zone-Prison. Heute nur Bankraub. Ja, lustig wäre es, aber ich überlege, ob ich heute noch was angehe. Leute, nach dem Knast-RP gehen wir noch was an, glaube ich. Aber auch nicht schlecht. Das Gutachten besagt, dass wenn du wenig Geld hast, du Geld machen musst, willst, dann wird dir das nichts entzogen. Jetzt nochmal was kürtigen oben? Weil, wenn du so viel Scheiße machst, weil du diesen Zwang hast, Illegales zu machen und dann auch noch in einem Raub bist mit Fahrerflucht und Schusswaffen, da kann dir aufgrund dessen ja was entzogen werden. Und deshalb bin ich lieber vorsichtig mit dem Gutachten. Das Gutachten ist bei mir wirklich nur vorgelegt, wenn es wirklich, wirklich brenzlig wird. So eine Notsituation. Also das war jetzt, finde ich, jetzt keine Notsituation. So 30 Monate und dann die paar Bewährungsmonatchen da dazu, das ist ja nichts. Das schaffen wir lockerflockig. Das habe ich auch verdient, finde ich. Das ist eine angemessene Strafe. Gibt Schlimmeres, Leute. Gibt Schlimmeres. Also das sind wirklich schlimmere Sachen bis jetzt. Ich glaube, ich muss da immer eineinhalb Stunden absitzen, wisst ihr noch? Die einen, und da habe ich auch noch Bewährungsstrafe viel länger gehabt, also von dem her ist das ganz gut. Ich muss mal was vorlesen, ja sorry, Leute. Ich muss mal Vogel, Mike haben mal vorgelesen, Andels Tigerhändenklipp haben wir vorgelesen. Ja, 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 John hier haben wir vorgelesen, noch Chili hier haben wir vorgelesen. Pflanzen. Nobisset klar gehört von mir, Ehrenstype. Sind aber auch schlau, he? Wo haben die angebaut? Das würde mich auch interessieren. Fabi Sieb, oder Sepp. Ach, Sieb, ich habe schon wieder den Namen falsch gesagt. Den hast du schon einmal gebracht, den konnte ich aber nicht vorlesen. Tormentor, wie geht's? Mir geht's sehr gut, schafft ihr auch, aber jetzt ist das in meinem Skittchen. Chaos Tieren, 44, moin moin. Ich mag den Videos, danke schön. Dann Tormentor nochmal, wie geht's? Also mir geht's sehr gut. Wie gesagt, Tormentor, ich hoffe, ihr auch. Ihr werdet alles vorgelesen, ihr müsst nicht doppelt donaten, Leute, alles gut. Luminatenkönig. Grüße aus Hannover, Dankeschön, zurück. Da hat auch immer was raus. Sissi, 1, 2, 3, R, O, mit 5 Euro. Ich schaue dich seit einem Jahr und muss sagen, dass du der beste Streamer bist. Danke für die tolle Unterhaltung. Hab noch nie so viel gedacht, da Kuss geht raus. Das freut mich. Jodi, ich mag dich zuschauen, weil du immer so lustig bist und ich mich immer schlapplachen muss. War aber, also Dankeschön. Luki Games TV, ich wurde heute beim Bewerbungsgespräch angenommen. Ah, cool. Herzlichen Glückwunsch oder herzlichen Herzwunsch. Steht ein fetter. Ui, guck mal da. Ja, steht ein fetter Stier an. Hat sich wer gegönnt. So, Herr Rumpa. Äh, ich helfe Ihnen einmal aus dem Auto. Danke. Dann kommen Sie einmal mit. Oh, jetzt geht's rein, Leute. Jetzt geht's rein. Für 30 Monate. Ich werde die Ausbildung so vermissen. Ich hoffe, ich kriege einen Anruf. Von irgendjemandem. Und dann einmal bitte mit dem Gesicht zur Wand. Dann durchsuche ich Sie noch einmal daher. Hei, 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 das ist jetzt was, Leute. Ich bin gespannt, ob ich irgendwie Leute im Knast kenne. Ach, ist nicht, ist nicht, ist nicht. Ich nehme aus Ihrem Handy die SIM-Karte, aus Ihrem Funkgerät die Batterien, lege Ihnen sie dann da vorne an den Empfang. Ja. Können Sie dann nach der Haftstrafe wiederholen. Alles klar. Im Besucheraum können Sie telefonieren. Okay. Dann bekommen Sie noch 10 Freiminuten von mir. Okay. Und Dispatches an die Notfallorganisationen funktionieren immer. Okay. Dankeschön. Dann bekommen Sie noch eine Rechnung von mir, eine kleine. Mhm. Zahlen, wenn Sie können. Dann nehme ich Ihnen einmal die Kabelbinde ab. Danke. Und überstelle Sie schon dem State Prison 30 Monate. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Jawohl, danke. Ebenfalls. Jetzt geht's ab, Leute. Oh, ich hab eigentlich schon die Krawatte noch an. Perfekt. Jetzt fühle ich mich special im Knast. Jetzt fühle ich mich richtig hart special. Perfekt. So muss das. Gut. Wir sind eingeknastet, Leute. 30 Monate hinter Gittern. Also wer es nicht weiß, 30 Monate sind bei uns 30 Minuten. Also hört sich alles schlimmer an, als es eigentlich ist. Also passt das auch. So, schau mal. Ich glaube, das ist irgendwer da im Jail. Könnte mal gucken. Da bin ich komplett alleine. Ich glaube, ich hab vorhin Stimmen gehört. Doch, da war doch wer am Telefon war wer. Weil wir könnten Billiard spielen auf Ehre. Aber, können wir halt allein hier drin Billiard spielen. Ist jetzt auch nicht so geil hier. Komplett alone. Ja, ich schau mal raus. Ich geh mal Essen kaufen. Das einzig Gute ist, hier gibt's gutes Essen. Und ich glaube, warte, wir gehen hier mal rein. Arbeit, Besucherraum. Ah, guck. Hallo. Servus. Ich kann nicht jetzt funken, wenn ich am Tetris spielen bin. Weil den Sieg, den gönne ich dir jetzt nicht. Den gönne ich dir jetzt nicht, den Sieg. Wie lange hast du bekommen? 30 Monate. Und du? 35. Aber ich hab glaube ich jetzt noch 16 oder 17. Was hast du gemacht? Juweliere auf gestern. Ah, ich aber auch. War gut. Auch gestern, oder wie? Ne, nicht gestern, aber vor ein paar Tagen. Also Wochen. Na, Wochen waren es doch. Ein, zwei Wochen. Bei mir war gestern super knapp. Kollege hat mir dann ein Porsche auf den Highway gestellt gehabt. Ansonsten wäre ich nicht weggekommen. Ich hatte keinen Tank mehr. Und du hast mit dem Porsche geflüchtet? Ja, ja, ich bin mit dem Porsche abgehauen. Und wie haben Sie sich dann bekommen? Die haben ein Auto. Ich musste ja mein Auto stehen lassen. Und ja, keine Ahnung. Kann ich mich halt nicht rausbringen. Selbst nicht. Also, ja, das hätte ich safe können, aber im Endeffekt wäre ich so da so in den Knast gegangen. Ach so. Na dann. Ich verbaue mich gerade so extrem. Das waren die zwei von der Verfolgungszeit gestern. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Das waren die gestern. Die sind doch im Kittchen. Guck. Also er. Sie nicht, aber er. Ach, kack. Ich hab verkackt. Also wer es nicht weiß, wir haben gestern ja einen Admin-Stream gemacht. Und die beiden sind ja gestern mit dem Auto gefahren. Kannst du aufhören mit Tetris. Der Herr Waisel. Aber es ist ja, genau, es ist der liebe Herr Waisel. Ich war vorhin auch zweimal richtig gut. Und die sind mit dem Auto gefahren. Und jetzt sind sie da. Ich muss jetzt im HP natürlich aufspielen. Jetzt wüsste ich davon nichts, ganz klar. Aber ich hab ja gewusst, die beiden sind geflüchtet. Ich hab mir jetzt mit dem nachgefragt. Hä, warum haben die die jetzt erwischt? Die sind doch weggekommen. Die sind doch weggekommen, die zwei. Aber trotzdem. Irgendwie darfst du auch nicht grad drücken. Hier kann man telefonieren, ne? Ja, an den Zellen dahinten. Ach, an den Zellen. Quatsch. Was labere ich denn hier? Ja, da sind doch Telefone hier dran, ne? Kann man die einfach nehmen und dann telefonieren? Dann rufe ich nämlich wen an. Das geht mir nicht auf die, auf die, auf den Sack gerade. Ich, ich glaub, die Telefone hier sind, ja, wir machen's ruhig, alles gut. Es ist schlecht, wenn ich hier telefoniere. Ich glaub, das hier... Ja, also ich, ich benutze immer nur die an der Wand. Aber ich glaube, die, die hier dran sind, die sind zum Quatschen mit dem Gegenüber. Aber die sind, ich glaub ich, kaputt. Das ist mit Freisprecher. Ach so, ich muss hier? Wirklich? Mhm. Okay. Müssen wir da Münzen einwerfen? Hab das noch nie gemacht. Äh, die liegen oben drauf. Ach so, danke. Mhm. Wie hast du? Drei. Ich bin auch noch zwölf hier. Oh, ich krieg das grad so Muchsteine irgendwie. Ich brauch... Ich hab die eine Seite komplett zugebaut gerade. Ich geb grad das ein. Ich krieg das nur Müll, klar. Oh, endlich kommt der an. Ich hätte mal nichts gegen irgendwas anderes außer dieses komische L. Hallo. Moin, Chef. Hallo. Äh, ich bin ja grad im Knassel, ne? Ja. Sag mal, weißt du, warum die Filmkasse so geplündert ist? Äh, ja, weiß ich. Habt ihr Filmautos gekauft? Äh, nee, wir haben ein Haus gekauft. Was? Hast du ein Haus gekauft? Äh, ja. Okay. Kontos auch geplündert. Okay, und was habt ihr für uns gekauft? 17,5 Millionen. Diese Festung, Bunker da. Äh, das wir uns angeschaut hatten. Du meinst das rote Haus? Äh, wenn das rot ist. Ja, das ist doch das, was drüber ist. Also diese Burg mit zwei Auffahrten und das alles. Ja, 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 klar, klar. Okay, das habt ihr gekauft, ja gut, ja dann. Ja. Na gut, also Bescheid. Ja, das ist immer wieder komplett ab. Das Geld geht auf jeden Fall in die Firmkasse zurück, sowas nicht. Es ist geliehen von Freddy. Was ich jetzt auch fühlen würde. Also Freddy hat's gekauft. Ein Billard. Ähm, ich, Freddy, Dario und Odi. Die haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ach so. Ich darf mich da nicht mal einkaufen, gell? Sag mal die Polizei, ob du... Nur vier Schlüssel. Ich hab nämlich keine Haus. Nee, ob sie dich reinbringt. Es gibt sechs Schlüssel, gibt's insgesamt. Ach so. Also Eigentümer plus fünf extra Schlüssel. Ah, cool. Na gut. Das soll Freddy dann machen, weil der, ich sag mal, eingetragener Eigentümer ist. Definitiv. Okay. Geld kam trotzdem fast von mir nur. Okay. Ich hab 14,5 Millionen dazu gesteuert. Bist du debatt. Einen Stein hab verkackt. Na gut, dann sag ich nichts mehr. Da sind die vier Millionen Eigentümerflüchte dagegen. Ja, aber das kriegen wir schnell wieder rein. Ich geh jetzt gleich mit dem Kartell sprechen, dann ein bisschen Kusch verkaufen, dann haben wir auch wieder ein paar hunderttausend. Kannst du meins mitverkaufen? Ja, ja, klar. Dankeschön. Weil dann, ich brauch nämlich wieder auf die Kante, weil ich bin grad komplett blank jetzt durch die ganzen Strafen, die ich da gerade zahlen muss. Das ist so gelassen. immer so, dass sich einer abholt. Okay. Dankeschön. Jetzt darf es mir einmal zu. Jetzt krieg ich's wieder. Gut, dann gehen wir wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ich kann ja wieder romantische Sachen machen da drin. Ach, stell weg. Ach, ich hab was zu essen. Ach, stell was zu essen, oh, Diggi. Ja, jetzt brauchen wir wirklich was. Ich hab, schau mal, ich hab nur Pizza, hab ich dabei. Noch so ein bisschen trinken, hab ich. Alter, wenn du denkst, 144 Leute sind grad da. Holy shit. Kommt mir gar nicht so vor, weil keiner im Knast ist. Es sind zwei Leute im Knast. Was machen die anderen? Ach, geil. Hier gibt's geile Sachen. McDonalds direkt hier, Alter. Burger für vier Dollar wird reingepfiffen. Ja. Erstmal alles full machen hier. Machen wir uns die Taschen full. So, die Taschen sind jetzt komplett full. Perfekt. Jetzt können wir uns erstmal essen. Alter, geil. Ne, trinken brauch ich so. Mehr trinken. Das ist geil im Gefängnis. Es ist mit gutes Essen, gutes Trinken. Also hier hast du echt Spaß. Nur raus kommst du leider nicht. Ja, ja. Das ist das Gefängnis. Ah, ja. Kennt ihr eigentlich? Den Abschnitt kennt ihr hier. Hier kann man nämlich rein. Da gibt's einen schönen Abschnitt. Ja. Da kannst du theoretisch einen auf Arzt machen. Wenn ihr langweilig ist. Dass ihr Doktor spielt oder was machen. Was weiß ich schon. Na, ist schon cool hier. Ist schon eine eigene kleine Praxis. Wenn mal was sein sollte. Ein kleines Labor. Da könnten wir vielleicht... Oh, hier könnten wir vielleicht direkt uns was zusammen mischen. hier. Guck mal. Da mischen wir uns was zusammen. Ja, ja. Das ist alles... Ui. Das Aufbau des Gehirns. Cool. Darf ich nochmal Andel vom letzten Livestream eigentlich zitieren? Wo ich ihm gesagt habe, wegen den Muskeln. Wegen, äh... Der Muskel ist ein Organ. Und er so, hä, Muskel und Organ. Ich dachte sich so, ja Bruder, was ist los? Was ist ein Muskel sonst? Ah, ja, ja. Der Andel. Andel ist Autoschmaus. Wir hauen ihn in die Prügel raus. Ach, hier kommen wir auch rein. Guck. Warte, wenn ich hier reinkomme, theoretisch, dann... Du, ist aber Schweindel unterwegs. Ah, ich habe Zugriff auf die Überwachungskamera. Das ist cool. Das ist ein Schweindel. Guck. Sehe ich jetzt auch erst jetzt. Und hier irgendwo Waffen? Taschenlampen haben sie. Aber keine Waffen? Keine Waffen. Ach komm, da muss doch irgendwo eine Waffel sein, oder? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesehen. Ach, noch so ein Bild. Ja, aber ein anderes Bild. So, und hier auch nochmal. Ja, da ist aber wirklich ein Schweindel unterwegs hier. Mach mal zu die Tür. Das soll keiner sehen. Aber wir haben es jetzt leider gesehen. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Dann gehen wir da mal raus. Ich gehe mal in meine Zelle rein. Wir gehen in unsere Zelle. Ich gehe ein bisschen Billiard spielen mit mir selber. Ja, wir gehen Billiard spielen. Da habe ich Bock drauf. Äh, wo komme ich da nochmal rein? Das hier? Ne. Aber doch. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Mal gucken. Vielleicht bin ich jetzt nicht mehr der Einzige, der hier ist. Aber doch, ich bin doch der Einzige. Perfekt. Ich gehe eine Runde Billiard spielen mit mir selber. So. LukiGamesTV. Das habe ich schon vorgegangen, angenommen. Ähm, dann Fapsel. Danke für den Euro. Zu uns Strafverteidiger. Heute Knast der P. Mein News. Aber sowas von. Franky, nochmal eine Kleinigkeit. Danke für eure Mitfies. Mika, Bauchmann haut raus. Hey. Ist meine erste Spende. Schöne Grüße aus NRW. Dankeschön zurück. Das kostet 60 Dollar. Na egal. Komm, wir machen. Äh, normales Pool. Zeige ich euch, äh, wie das hier richtig funktioniert, Leute. Ach, schön. So machen wir das hier. Gut. Alles versenken. Nur die 8, bitte nicht. Aber ey, wie soll ich selber mit mir Pool spielen? Wie komme ich auf so eine doofe Idee eigentlich? Ich spiele mit mir selber Pool. Wisst ihr, was wir spielen? Äh, versenke die 8. Das spielen wir jetzt. Weil wie will ich mit mir selber so ins Pool spielen? Versenke so schnell, wie es geht, die 8. Das ist, das ist unser neues Spiel, Leute. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die 8 rein versenke. Ah, nee, doch nicht. Ah, doch, doch, doch. Das wird was. Und jetzt noch ein bisschen anschieben und dann. Theoretisch bin ich hier voll Gas draufballern. Dann sollen die ja hier irgendwo hin scheppern. Ja. Ups. Ah, jetzt soll es aber klappen mit der 8. Also wenn die jetzt nicht reinballert. Also wenn ich die jetzt gut erwische auf der Seite, dann sollte die reinballern. So. Na, ein bisschen. So. Ah, fast. Ich will nur die 8 reinballern. Ah, sonst hier. Komm. So ein bisschen quer und. Ich habe sie nicht mal erwischt. Traurig. Das ist aber, weil so viele Kugeln am Tisch liegen. Ich müsste die vielleicht alle mal reinkriegen. Wenn wir ein neues Spiel erfunden. Ah, jetzt könnte, das könnte was werden. Ah, warte. Doch. Ah, jetzt muss die, ja, warum muss die Kugel da vorne? Warum muss die jetzt da hin? Die wäre jetzt so perfekt da reingegangen, die 8. Ja, sie ist drin. Perfekt. Ich habe sie eingeloggt, Leute. Geschafft. So. Dankeschön. 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 Danke, danke, danke. Der Profi. Die 8 eingesenkt. So macht man das hier. So. Wird schon mal ausbrechen hier. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist hier ja irgendjemand drin, aber ich sehe ihn vielleicht nicht. Oh, was ist denn in der Zelle? Guck. Da ist aber wer analdiert hier. Da ist wer analdiert in der Zelle. Mhm. Ich gehe mal die Zellen durch. Das sitzt da irgendwo wer drin und ich check das gar nicht. Nö. Ja, ich bin alone. Super. Hui, hallo. Ich setze mich hier hin. Ah. So. Dankeschön an Bananenpudding. Bitte brech aus. Würde ich gerne machen, aber geht leider nicht. Würde ich aber voll gerne machen. Daniel Mongas. Meine erste Spendung. Daniel Mongas. Fabi. Sepp nochmal. Letzte Chance mit meinem Namen. Wie sprichst du dich? Spende. Das und. Ach, ich kann nicht mehr lesen. Du das aus. Sie und jetzt noch ein P dahinter. Aber Kuss. Sepp. Sepp. Oder Sepp. Ne, Sepp. Ach, ich weiß es nicht. Komm. Ich denke immer an Dieb. Mit Doppel-E. Dieb. Flo. 736 Dank fürs Hübwerden. Und Spritzschuhl drin reißen. Mir ist in der erste Klasse. Mal weiter so. Fabi, du bist Dankeschön. Und Max 1907. Gut, es ist seit Jahren. Hat meinen Freunden gesagt, dass es dich gibt. Und die haben ein Abo da gelassen. Kriege ich ein Like-Up? Ach komm, dafür hau mal ein Like-Up raus. Dafür, dass der Freund hier jetzt auch dabei ist. Abonnent ist. Da hau mal raus. Da fragt, warum ich es nicht probiere auszubrechen. Das ist ganz einfach. Weil wir noch kein Script drin haben zum Ausbrechen. Und wenn du jetzt probierst auszubrechen, gibt es tatsächlich einen Zurück-Teleporter. Der teleportiert dich immer wieder zum Gefängnis zurück. Weil du ja mit nichts ausbrichst. Ich habe ja keine Items, um irgendwie auszubrechen. Deshalb, wir arbeiten ja in so einem Script, dass du hier drin Sachen craften kannst. Und dann damit ausbrechen kannst. Mit Ausbrecher-Werkzeug und Tunnel und so weiter und so fort. So Leute, was sollen wir in der Zwischenzeit machen eigentlich? Jetzt haben wir genug Zeit für den Chat. Joni, danke für 1,07 Euro. Und Mika, brauchen wir nochmal. Oder Brauchmann. Ich habe Bauchmann gesagt. Bauchmann, nein. Ich habe wirklich Bauchmann gesagt. Jetzt weißt du, woran das liegt? Weil dieses blöde Tipi-Stream. Hellgrau auf diesem Dunkelgrau hat meine Namen. Und dann kann ich diesen Namen kaum lesen. Das ist ganz schlimm. Mika Brauchmann. Ich habe Bauchmann gelesen. Das tut mir so leid. Ich bin wieder komplett fertig im Leben. Ist ja nicht viel, was ich dir geben kann. Aber wenigstens ein bisschen. Ich brauche mal. Es tut mir so leid. At least I tried. At least I tried. Also Mika Brauchmann. Gut. Das war aber wieder. Ich bin ja komplett lost. Einfach. Das bin einfach ich. Bin einfach zu lost für alles. Robin. Wann kommt Antrag für... Was? Wer ist Furry? Für Andl oder was? Der Furry Tiger. Der Furry Tiger. Ja. Ich sage es mal für... Fürs Brötchen. Für Schandl. Wenn sie da ist. Wenn wir Zeit haben. Wenn es passt. Staatsfeind Nummer 1 ist auf. Wir haben einen Start. Danke fürs Hip-Werden. Bitte. Was können wir machen, Leute? In der Zwischenzeit. Wir sind noch 14 Minuten. Sind wir hier eingesperrt. Wir könnten... Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten... Wie heißen das nochmal? Wir dürfen nämlich AFK gehen sogar. Also man darf in der Knastzeit AFK sein. Wie heißen das? Dieses... Geoguesser könnten wir spielen. Hättet ihr darauf Bock? Geoguesser? Haben wir letztes Mal auch gemacht. Fand nicht ganz lustig eigentlich. Sonst setze ich mich in die Zelle. Und dann spielen wir Geoguesser eine Runde. Hätte ich irgendwie... Irgendwie sehe ich da gerade voll Bock drauf. Auf eine Runde. Vor allem das geht immer. Geoguesser geht immer eine Runde. Dann sitzt man mit einem Tablet im Zimmer drin. Ah, komm ich da rein? Nee. 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 Ich dachte, es ist offen. Wisst ihr noch, wie wir... Oh, da kommen wir durch. Wisst ihr noch, wie ich da hinten probiert habe, durchzukommen? Und es hat einfach funktioniert irgendwie. Schon krass, ne? Habt ihr einen Bürgermeister auf Erlo? Nein, haben wir nicht. Aber anscheinend inoffiziell haben wir einen Bürgermeister. Klar, warum nicht? Ja, du, bevor wir jetzt blöd rumgucken. Wobei, vielleicht finde ich hier irgendwas Lustiges. War auch lustig. Ich bin hier oben. Da könnte man übelst gut anbauen. Ja, schon cool. Wir fahren mal rüber. Wir hatten auch schon mal Leute, die haben hier damals angebaut. Das weiß ich noch. Im Gefängnis haben die angebaut. GTA-Gester. Ja, das wäre cool, wenn es sowas geben würde. Au. Aua. GTA-Gester wäre echt ein cooles Spiel. Vielleicht gibt es das sogar. Oder die, äh, wo du in, äh, Dings, also ein Foto kriegst und du musst halt feststellen, wo ist das auf der Karte. Das wäre cool. Gibt es sowas? GTA-Gester? Das würde ich übelst feiern, weil das, da bin ich sicher gut drin. Ich schau mal, äh, ach nee, weißt du, weißt du, weißt du, was ich gemacht? Ja, E, Tablet. So. Bin in meinem Tablet drin. So. Das gibt's? Nein. Nein. Ey, er verarscht mich nicht. Wenn es das gibt, dann zog ich direkt. GTA-Gester, mal schauen. Ich, ich mach grad Browser auf. Also, wenn es das wirklich gibt. Ja, moin, das gibt's. Ja, Leute, da bin ich dabei. Da bin ich so gut drin. Ey, Leute, ihr werdet jetzt staunen. Jetzt passt auf. Es gibt's einfach wirklich. So, das spielen wir jetzt, Leute. Das spielen wir jetzt. GTA-Gester, da bin ich voll dabei. Äh, Start Playing, so. Kostet das was? Nee. Solange es gratis ist, ne? Warte, ich mach mal, ich mach mal Fenster an. Passt auf. Jetzt ploppt's gleich auf. Ähm. Ah, hier. Das schallert noch mal. Flumaro mit 50 Euro. Kostet raus. Gut, na, wie geht's? Sehr gut. Ich hoffe, die auch, Flumaro. Wir machen auf Hard, Leute. Wir machen auf Hard. Aber bei Medium. Dann können wir wenigstens noch gucken. Enable Timer machen wir auf. Ja, 45 wird passen, ne? Ja, Flumaro, vielen Dank für 50 Euro. Kostet raus. Und Herr Hartmann ist auch dabei lange für einen Euro. Mit Fies. Und der Herr Harig ist auch am Start. Vielen Dank für 1,90. Und Dark Shadow, danke fürs Hip-Wern. Und Betty. Hey, ich schau dir jetzt schon seit einer langen Zeit zu. Und wollte dich mal unterstützen. Kostet raus an dich. Vielen Dank für Spende. Vielen, vielen Dank. Und, äh, Luki ist auch nochmal dabei mit 10 Euro Hünchen. Luki, äh, Maihofer. Dankeschön. Für 10 Euro Superchat. Und Flumaro nochmal wirklich, wirklich Kostet raus. Alles, das ist voll geil, dass das es gibt. So, wir starten jetzt durch, Leute. Geogesser. Ich weiß direkt, wo es ist, Leute. Ich weiß direkt einfach, wo es ist. Ach, was ist mit der Karte? Ich weiß direkt, wo das ist. Das ist die Kreuzung. Wenn wir hier gehen. Ah, jetzt ist der Hund davor. Das ist ja übelst hartnervig. Äh, wenn wir hier gehen. Da kann man das Fenster verschieben. Geht das? Hallo? Kann ich dich verschieben? Nee, ich kann das Fenster nicht verschieben. Ah, jetzt kann ich dich drücken. Das ist unten am Flughafen. Hier diese. Ah, nein, nicht ganz. Hier. Hier ist sie. Hier. Hier. Und? 4 Meter. Ich hab's herausgefunden. Direkt so. Next round. So, wo sind wir jetzt? Was muss das mal laden? So. Oh ja, direkt am Hauptplatz. Wenn du fährst Richtung, äh. Oh scheiße, das ist jetzt aber schwer. Wenn ich das. Die Map bin ich gar nicht gewohnt. Das ist mein Problem gerade. Das ist die Haupt. Also hier ist der Hauptplatz. Hier fährst du durch. Dann kommt hier dieses Gebäude. Also. Hier müsste es sein. Hier. Nach der Kreuzung. Äh. Nee, das ist falsch. Oh nee, was war denn das jetzt? Oder ist das hier? Nee, das hier ist es. Hier. Hier müsste es sein. Hier die Kreuzung. Hier sind wir. Ah. Eine Kreuzung davor. Bzw. Ein paar Kreuzungen davor. Next round. Wo sind wir jetzt? Ah, das ist ja voll geil, dass es das gibt. Military Base. Einfahrt. Drüben. Weiß ich auch direkt, wo die ist. Military Base. Das ist direkt diese Einfahrt hier. Äh. Die ist es. Ja. 4 Meter. Next round. Weiß ich auch direkt, wo es ist. Am Pier. Das ist dieser geheime Ort, den ich euch mal gezeigt habe in dem Video. Das ist genau hier. Hier müsste es sein. Ah, ein bisschen weiter hinten. Gut. 65 Meter. Mein Gott. Äh. Das ist die Farm. Das ist direkt die Ranch. Die sollte hier sein. Hier sind die Kühe. Ja. Da schäler ich hin. Also muss ich nur genau gucken. Ach, warte mal. Warte. Nicht, dass wir. Kann ich hier weiter? Nee. Da bin ich noch an einer Position. Ah, doch. Ich kann hier weiter. Ah, nee. Kann ich nicht, weil ich auf Hard spiele. Das müsste sein. Warte, hier ist die Farm. Hier müsste das sein. Nee, nee, nee. Warte, hier. Hier müsste das sein, oder? Hier ist die Kreuzung. Ja doch, das. Hier ist es. Hier ist die Kreuzung. Hier sind wir. Ah, eine Kreuzung weiter. At least I tried. Wir haben 23.000 Points bekommen. Dankeschön, Brudi. Vielen Dank. Also wir könnten echt auf Medium spielen. Das geht voll klar. Aber das ist zu einfach, weil man, also ich kenne jeden Ort in GTA. Jeden. Das weiß ich auch direkt. Das ist, wenn man hier runterfährt Richtung Autohaus. Hier ist ja der Hauptplatz. Hier ist das Autohaus. Das heißt, wir sind hier. Zack. Ja. Das ist halt so easy. Ich glaube, das könntet ihr sicher alle so. Hier sind wir gerade an der Autobahn. Am Highway. Hier ist dieses Gerät, das wir hier vorne sehen. Zack. Boom. Ja. Next. Ui, das ist schwer. Ei, ei, ei. Wo sind wir denn hier? Hm. Okay, das ist schwer. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Wartet mal ganz kurz, wenn ich das jetzt rausfinde. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn da? Warte, das heißt, Mount Chiliad ist da. Die Ansicht ist hier. Dann müsste das... Äh. Nee. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Shit, ey. Leute, ich weiß nicht, wo das ist. Ich schätze mal hier irgendwo. Ja, moin. Einfach komplett wrong. Ich habe mich die Abfahrt gesucht. Das erste Mal, dass ich mal 1000 Meter verkackt habe. Aber ey, komm, das war jetzt echt schwer. Also, das ist jetzt... Ich habe so circa gewusst. So. Das ist auch easy. Das war die Straße von vorhin. Wenn du da nach Zing fährst. Hier weiter, weiter, weiter. Dann hier an der Kreuzung. Das ist die Kreuzung, wo es dann in Richtung Autobahn auch runter geht. Äh, das heißt hier... Nee, warte, dann ist es hier oben. So, und hier ist die... Hier müsste das sein. Oder hier. Nee, hier ist das. Hier. Die Kreuzung müsste es sein. Ach, komm. Die eine Kreuzung. Um eine Kreuzung verpasst, Leute. Um eine. So. Das weiß ich sogar, wo es ist. Oh ja, dass wenn du von Sandy kommst, die Abfahrt. Also, wir fahren hier Sandy lang. Aber dann hast du hier diese Abfahrt. Das müsste es theoretisch sein. Wir machen aber gerade... Ah, jetzt bin ich mir nicht 100% sicher. Hier ist die Abfahrt. Hier kommen 1, 2 Straßen so entlang. Doch, dann ist es die. Dann sind wir hier. Oder es ist hier. Och, scheiße. Ist es jetzt hier oder das? Warte mal. Ist es... Ach, nee. Äh, ist das jetzt das oder das andere? Wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin schon so heftig gewohnt, diese... Äh... Nee, das hier ist es. Hier ist es. Es war doch hinten! Nein! Ah, nee. Es war doch hinten. Hätte ich doch auf mich zuerst gehört. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin schon so heftig gewohnt, dass wir überall Bäume drumherum haben, dass ich die Orte manchmal gar nicht mehr kenne. Vor allem am Land ist das ganz schwer. Weil wir haben überall Bäume stehen auf RLO. Und das macht es übelst schwer. Wirklich übelst, übelst schwer. Ich mach jetzt 60er-Time, aber das ist nicht so ganz so schwer. Wir könnten Multiplayer spielen, theoretisch. Oh, nee. Jetzt hab ich, äh, warte mal. Hoppala, hoppala, hoppala. Komm mal auf die Homepage. Hab'n, äh, Scheiß gebaut. Ich will mich nicht umsehen können. So, auf 60 Sekunden. Ich mag das Umsehen mehr. Will nicht, dass ich da irgendwo feststacke. Gut. Das ist, äh... Ach, das ist ja alles Hauptplatz. Nee, das ist alles easy. Also, easy. Also, man fährt hier. Das ist unterer Hauptplatz. Und dann fährst du hier rauf. Du bist die... Das ist diese Kreuzung hier, ja. Hier sind wir. Hundertprozentig. Ich hab' gesagt, hundertprozentig, Leute. Komplett wrong. Ah, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist easier als alles andere gerade, weil es ist an der Ecke von dem Ding hier. Seht ihr das? Und wir sind genau in dieser Ecke. Hier hinten müssten wir sein. Hier. Oh ja. Sechs Meter. Ganze sechs Meter. Next round. So. Was haben wir hier jetzt? Sandy Shores. Oh nee, wo ist denn das denn Sandy? Das ist irgendwo in der Mitte. Und da scheitert wer ein Partyalarm raus. Alter. Mandy Blub mit 50 Euro. Vielen Dank an Mandy Blub. Einfach Mandy Blub. Einfach Mandy Blub. Da kommt einfach Mandy Blub vorbei. Denkt sich so, oh, schau mal was raus. Ja, warum eigentlich auch nicht? Ich schätze mal hier. Hä? Weiß ich, ich hab vorhin extra da hingeklickt. Ich hab's gewusst. Warum hör ich nicht auf mich? Hey, mach's mir immer gute Laune. Bleib wie du bist. Mandy Blub. Vielen herzlichen Dank. Was ein geiler Name. Einfach Mandy Blub. Und Fire, wie, äh... Warte mal. Wie viel wiegt deine Frau? Frag mich bitte etwas Leichteres. Adesso. Das ist so ein alter Männerherr... Äh, nee. Alter Männerherrn. Genau. Ein alter Herrenwitz ist das. Kennst du Anneli Zigarette? Wegen Morris. Der raucht nämlich immer. Wann kommt Antrag? Ey, das mit wann kommt Antrag, das wäre ich nicht mehr los, glaube ich. Selbst wenn der Antrag schon vorüber ist. Wenn sich ja Leute fragen, wann kommt der Antrag. Äh, Black Shutter, danke fürs Glückwerden. Und Mandy Blub wirklich herzlichen, herzlichen Reizdarm. Da schau mal einen Furz raus. So, ich weiß auch nicht, was ich Reizdarm gesagt habe. Gut, das ist aber jetzt auch easy. Nee, warte, das ist nicht easy, weil, äh, die Karte bin ich nicht gewohnt. Ah doch, das ist easy. Man fährt hier. Das müsste sein. Ja, guck, der Profi. Der Profi-Diggy. So, das ist auch easy. Äh, direkt hier oben an der Spaltung. Hier. Zack. Ah, ein bisschen weiter vorne gewesen. Egal. Mir geht's eher um die Zeit, Bruder. Mir geht's um die Zeit. So, Start New Level. Was ist, wenn ich Multiplayer mache? Und dann können wir den sharen. Leute, sollen wir den sharen? Guck, wir machen mal Multiplayer. Pass mal auf, wir machen mal. Äh, ich hoffe, das wird jetzt nicht schlimm, Alter. Auf, ähm, Medium. So, Enable Time. Ich mach 60 Sekunden, ja? Ihr könnt jetzt mitspielen. Ich nehm mich jetzt mal, Fion, und dann mach mal ein Room Link. Und da könnt alle beitreten. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert oder nicht. Wir machen's jetzt einfach. Also, ich poste jetzt hier mal so den Link rein, so mitspielen. Also, wer da jetzt mal mitzocken möchte, könnte es machen. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt reinkommen in den Room. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele hier reinpassen. Also, lustig wäre, wenn die Zeit auf einmal downen wäre. Also, muss ich zuerst joinen und dann geht der Room erst auf. Ach, keine Ahnung. Ich, ich, äh. Will mal Start Game. Hallo? Ich glaub, ich hab's kaputt. Leute, ich glaub, ich hab's kaputt gemacht. Es geht nicht. Ich glaub, ich glaub, es ist, weil noch keiner drin ist. Das kann sein. Das kann sein. Oh, das funktioniert noch nicht. Das kann auch sein, ne? Dass diese Website noch nicht fertig ist und dass man noch nicht beitreten kann. Hm. Also, vielleicht muss ich erst mal aufrufen, die Seite. Kann das sein? Ah, ich probier's mal. Oh, ich glaub, ich hab's kaputt gemacht, Leute. Ich glaub, ich hab die Seite kaputt gemacht. Die funktioniert nicht mehr. Pff. Ist wohl... Ne, also, ich glaub, beitreten geht nicht. Downen. Ja, äh, geht nicht, ne? Der Link geht nicht. Ne, ich glaub, das funktioniert nicht ganz. Das lädt unendlich lange. Guckt mal. Es, äh, funktioniert so nicht, Leute. Leider. Also, Multiplayer ist es nicht machbar. Ne. Wir können leider nicht Multiplayer spielen. Das ist schade. Das ist schade. Hätt ich jetzt gern gemacht. Irgendwo... Ja, geht nicht. Äh, sorry. Funktioniert daher nicht. Musst mir leider... Ja. Kann ich leider nix machen. Äh, Seite ist grad komplett down. Hab ich's überlastet? Äh, Leute, hab ich... Ich glaub, ich hab... Hab ich die Seite überlastet? Die geht nicht mehr. Es ist das andere Spende. Die Seite ist flöten gegangen? Nein. Ja, aber ist kein Scheiß. Das ist auch nicht wegen mir, oder? Die Seite geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr... Hallo? Leute, haben wir grad so schön... Das kann doch nicht sein, dass wir so schön die Seite down gemacht haben, oder? Wie viele Leute habt ihr auf den Link gerade geklickt? Gut, ich, ähm... Ja, ich sag mal nichts mehr, Leute. Ich glaube, wir haben die Seite kaputt gemacht. Wortwörtlich. Das haben wir toll hinbekommen, gell? Dann will ich einmal spielen mit euch. Und die Seite geht einfach down. Ja, moin, Alter. Die Seite ist einfach down wegen uns. Ist das geil. Ja, echt geil. Nee, die Seite geht nicht mehr, Leute. Die ist down wegen uns. Wir haben sie... Also anscheinend... Ich weiß sonst nicht, warum. Die ist wirklich down? Gut, es gibt, glaub ich, noch ne zweite Seite, die das macht. Äh, glaub ich, oder ist das... Nee, das ist nicht dieselbe. Nee, nee, das ist... Ja, Leute, wir haben die Seite kaputt gemacht. Tut mir leid, wir kommen nicht mehr drauf. Ja, gut. Äh, also. We made it. Ich hab nicht damit geschätzt, dass so viele Zuschauer da jetzt auf diesen Link klicken, dass die Seite down geht, Leute. Hätte ich das gewusst, hätte ich den erst gar nicht gesendet. Aber ich glaube, es haben ganz viele sich die Seite insgesamt angeguckt und da ist so viel Traffic entstanden, dass sie zusammengebrochen ist. Aber gut. Dann halt nicht. Dann, ähm... Wie lange haben wir noch im Gef... Ah, ich bin schon draußen. Ah, guck. Wir sind schon draußen, Leute. Perfektes Timing eigentlich, dass die Seite down gegangen ist. Perfekt. Also, Leute, äh, ich glaub, da haben echt ein paar auf den Link geklickt. Kurz geht raus. Hallo. Servus. Ach, vielleicht muss ich mein Handy holen. Warte. Wer ist schon da? Mein Handy muss ich hier abholen. Mein... Meine Funkgerät-Batterien. So. Die arme Website. Bis morgen nicht erreichbar. So. Wohin? Lande, Gericht. Nachdem, was ist denn für ein Auto? Äh... Also, ich würde jetzt erstmal gerne Richtung... Kleiderladen fahren, damit ich mich mal umziehen kann. Ich brauch mal ein neues Outfit. Genau. Danke fürs Wohin. Leck mich. Perfekt. Ein Radlfahrer. Das ist ja keine Absicht. Natürlich nicht. Alles gut. Du, nämlich auch immer mit. Das passiert mir auch oft. Dankeschön. Boah, endlich. So, dann ziehen wir uns mal um. Wir werden uns mal ein neues Outfit zusammenstellen, oder? Outfit wechseln. So, direkt neues Outfit dann holen. Und dann passt das. Kurt macht wieder alles kaputt. Ja, anscheinend. Die Seite war mal. Auf einmal kriege ich eine Anzeige wegen DDoS-Angriff auf diese Seite. Dabei habe ich einfach nur wirklich Traffic verursacht, weil ich da drauf gezockt habe. Halt ich mal was dafür. Nächstes Mal in meinem Postfach. Bitte, bitte, da lassen Sie es auf unserer Seite zu streamen. Ja, bitte? Was für eine Richtung ist Outfit gehen soll? In welche Richtung? Boah. Lässig. Ich will mal irgendwas Neues probieren. Ich habe immer dieselben Sachen an. Jetzt probiere doch so ein Hemd. Wie wäre es mit so Streifen? Seht sich in dem Fummel dann dick aus, wenn so Streifen so längst sind? Irgendwie nach einem Knast hier aus. Ja, passt doch. Ich komme ja gerade aus dem Knast. Oh, schauen wir mal. Wer ist denn mit dieser Weste? Ich habe da noch eine andere Draufschrift, aber da gibt es keine andere Draufschrift. Aber das ist schade. Ich will irgendwas, wo ich so richtig aussehe wie so ein richtiger Boss, weißt du? So ein bisschen wie Kollegah. Ich möchte einfach aufgepusht wirken, weißt du? Einfach so der Typ von der Street will ich einfach darstellen. Vielleicht ein Hoodie? Ja, ich weiß nicht, ist Hoodie so angesagt? Tragen kaum welche. Die meisten tragen halt Jacken oder T-Shirts oder... Weißt du, die wären ja auch geil, aber... Ach, schau mal, was heißt das davon? Das sieht so japanisch aus. Ist aber die Stückzahl 1 zu 7, ist doch schön. Echt? Vielleicht hör mal sowas. Ach, guck mal. Der Drogenverticker. Ach, ich bin mir so unsicher. Ach, das ist schwer. Das ist echt hart schwer. Ja, wir haben auch letztens irgendwie eine Stunde oder länger hier irgendwo gechillt, bis wir ein gescheites Outfit gefunden haben. Ist nicht so einfach, gell? Mal was gescheites zusammenzustellen. Muss man vieles rumprobieren. Boah, das wäre doch mal bosshaft mit so einem Outfit. Boah, Lederjacke. Schau mal, was ist mit der Lederjacke? Boah, Lederjacke würde ich fühlen, so auf Arnie-Style, weißt du? Hm. Ach, das würde ich fühlen. Doch, doch. Richtig geile Lederjacke. Ja, habe ich schon. Wir sind gerade noch im Kleidungsladen. Cheppe will sich ein neues Outfit machen. Doch, Alter, so eine Lederjacke wäre geil, Leute. Oder was sagt ihr mal, eine Lederjacke? Ich habe noch nie eine Lederjacke angehabt, das Rumpel. Also ist das, oh, no joke, wäre das richtig geil, so ein Lederjacken-Outfit. So gut, das kennt ihr ja, ne? Dieses Shirt. Ja, weil Lederjacke, das wäre richtig heftig. Oder die Jacke, die macht halt, die macht auch was her, finde ich. Boah. Und die so in schwarz trägt, die ballert auch heftig. Bomberjacke. Eine offene Bomberjacke, die wird fetzen. Ich glaube, ich, wobei die, Leute, was sagt ihr? Lederjacke oder diese Bomberjacke? Noch diese Bomberjacken? Ah, das sind die, das sind die heftigen, ja, ja. Das sind die Designer-Bomberjacken. Oder Lederjacke. Oh, nee. So sehe ich halt aus wie Türsteher, Bruder. 50 mal, 50 mal breiter als der Türsteher mit der Jacke. Also ich überlege, oder halt wirklich, äh, wobei, okay, das geht, das Lederjacke geht gar nicht, Bruder. Das ist, äh, komplett out, aber So vorne, diese eine Lederjacke fand ich ganz schön an sich. Bomberjacke, Lederjacke. Was war das denn? What the hell? Was kann ich, dass wir das haben? Leder. Eine Weste gibt es hier. Ui, hallo. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das denn, Alter. Was sieht denn sowas an? Ach, schau mal, hier gibt es auch nochmal Bomberjacken. Ah, das sieht kacke aus. Das sieht die anderen besser. Och, schau mal. Ah, das sieht aber, ah, das sieht sehr kindisch aus. Ne, bitte nicht. Ich schau mal, ich, 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 ich check nochmal die Lederjacke und dann die Bomberjacken ab, aber ich glaube, ich rentiere doch zur Bomberjacke. Aber hier, die Bomberjacke, die sieht geil aus. Und die anderen, die anderen sahen auch sehr geil aus. Diese, äh, auch offenen. Diese, genau, hier. Die sieht so ein bisschen im Lederstil auch aus, aber. Ich weiß nicht, weil ich schau mir jetzt nochmal die, die Lederjacken an. Also, die gibt es, die finde ich übelst hässlich. Die hier, das wäre die einzige, die okay wäre, aber ich weiß nicht, vom, vom Design her ist die. Ah, ich weiß nicht, das sieht mir irgendwie komisch aus. Find ich auch, dass die irgendwie so grislig aussieht. So richtig, äh, Textur von, ich weiß nicht, von 2005 oder so. Texturmäßig. Wir könnten mal zwei Outfits machen, wisst ihr was? Wir machen einmal mit und einmal ohne die Lederjacken und dann schauen wir uns das einfach an. Machen eine mit, eine ohne. Wir können ja, wir können ja Outfits saven. Hier, okay, das ist ja kein Problem. So, schauen wir mal. Zack, das passt. So, jetzt haben wir noch ein Untershirt. Irgendwas, was da auch noch gut dazu passt und dann, äh, warte mal. Ja gut, die fällt halt weg, ne, beim Untershirt. Also, ganz normales T-Shirt, ja, sowas. Ganz normales T-Shirt runter. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Hm. Weißt du, wie kompliziert es einfach ist, äh, gescheite Kleidung zu finden, ne? Ist halt echt kompliziert. Find, find mal das perfekte Outfit. Ah, die wird gehen, die Kleidung. Doch, doch, die feiere ich so, doch. Mit dem Schwarz unten drunter. Oh, schau, alter, ja. Oh, ja. Oder ein Weiß, nee. Also, irgendwie fehlt mir da was in der Mitte, oder? Was sagt ihr? Der Arme muss das mitmachen. Mir fehlt irgendwie die Farbe dann in der Mitte, bei dem, bei der Jacke. Da fehlt, ah, vielleicht hier besser? Ne, dasselbe. Dasselbe Schmoren. Ey, ich, ich sehe hier gerade so viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, weil ich nie unterschätzt durchgehe. Okay, also hier ist eine Farbpalette, äh, äh, gut. Also Diskothek mit aufmachen. Ach, das sieht doch geil aus. Es gibt hier keine Designer-Sachen. So Designer-Untershirt. Ich wäre, ich wäre happy damit. Einfach Designer-Untershirt. Aber ich ziehe das jetzt an, so. So eine Hose, eine Gescheide. Na, wollen wir heute was angehen, oder? Äh, wir? Naja, fahrt noch. Jaja, klar. So ein Zimmer nicht, aber. Hast du was für Anschiffe? Fangen die gerade? Ich hab, ich hab, ich hab mir gedacht, vielleicht kochen gehen oben, oder sowas. Fand ich letztes Mal ganz lustig. Ja, kann man machen. Hat Spaß gemacht. Aber, ja, kann man schauen. Wir können halt entweder oben kochen gehen, oder wir gehen halt dort unten am Haus, wo wir was probieren wollten. Ja, schon mal durch. Weil der hatte, glaub ich, jetzt mal die Tage, äh, reingekocht. Am Mainz, der hat da zehn Runden durchgekocht. War nichts. Wurde am, 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 am Berg oben, oder was? Na, na, da, da am Haus unten am East East Airway. Oh, okay. Irgendwie werden so übelst geile Stiefel geil. Ja, Alter, finde mal geiles Outfit, was zusammensteht. Ich bin da echt. Ich muss mal überlegen, was gut aussieht. Okay, damit falle ich aber ziemlich auf, wenn ich damit rumlaufe. Wo sind denn die anderen Nike, die wir hatten? Sind die weg? Ich finde die gerade nicht. Ich finde nur die einen. Wir hatten noch zwei Stück. Wir hatten einmal die und einmal die weg, Leute. Wir hatten noch zwei Stück, oder? Also entweder ich bin jetzt blöd und finde die einmal nicht, oder ich weiß auch nicht, wir hatten noch zwei. Merkt ihr das? Da fehlen noch welche. Wir hatten immer zwei. Wir hatten einmal diese hier, hatten wir. Und dann hatten wir noch andere. Oh, wo sind denn die hin? Die sind weg. Die gibt's nicht mehr. Oder? Ah, hier sind sie. Boah, Alter, ich dachte, wo sind die hin? Die wollte ich nämlich, ah, ne, wobei, die sind kacke aus. Ne, die mag ich nicht. Die mag ich doch nicht. Die mag ich doch nicht. So lange geswitcht, da wird sich denken, da zieht sich 50 Mal die Schuhe neu an. So, gut. Ich weiß, ich fühle dich nicht. Ne, ich muss unbedingt das Oberteil ändern. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich ziehe die fette Weste da an. Wenn ich sie finden würde. Ja, hier. Die hier. Also entweder die oder diese Amtsdorf-Weste. Weil ich glaube, ich nehme diese Amtsdorf-Weste. Die ballert richtig hart. Die hier, ja. Jetzt einmal ohne und einmal mit Aufschrift. Boah, ja. Die ballert. Die nehme ich. Jetzt Hosen technisch vielleicht nochmal umändern und dann bin ich fertig, Leute. So Militärhosen wäre geil. Oder Leute, was sieht richtig bad aus? Ich hätte gerne eine Hose, die so von Weitem schon richtig brutal aussieht. Irgendwas, wo du dir denkst, mit dem lege ich mich nicht an. Solche Hosen. Ja, die zum Beispiel. Solche Hosen. So eine? Ah doch, die kommt schon. Richtig Kampfhosen-mäßig. So von Weitem Angst bekommst du einfach. Du kriegst einfach schon von Weitem Angst vor dem Typen. Gut, die nicht. Ich weiß nicht, wo sie so weit unten sind. Ja, so wirklich was, wo du denkst. Ah, Bruder. Der Typ, der hat es drauf. Da traue ich mich nicht zu machen. Ah, was? Ach nee, die ist von der Farbe. Da passt die nicht. Die wäre jetzt gut gewesen. Hat diese wieder... Nee. Ah, wobei, wenn wir da jetzt Stiefel anziehen dazu, dann ballert das schon. Doch, 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 doch. Die ballert, wenn wir die richtigen Schuhe anhaben. Ich würde sich denken, wie lange brauche ich da drin? Gelb, wo sind denn die Schuhe jetzt hin? Ich glaube, das waren die richtigen, nur haben die eine andere Farbe gehabt vorhin. Ja. Hier die, solche Schuhe dann. Hier sind sie, ja. Die. Oh ja. Oh ja, jetzt sieht ich brutal aus. Oh ja, das ist es. Das ist es, Leute. Ich habe es gefunden. Jetzt auch vielleicht einen Rucksack dazu. Und dann... So Sporttasche. Wobei, sieht kacke aus. Wobei, wäre schon cool, wenn sie unsere Tasche hinten. So, das würden wir gerade vom Sportunterricht kommen. Ja, so richtig, ich komme gerade vom Training, Bruder. Sprich mich nicht an. Von der Seite. Wer weiß es nicht. Was sagt ihr, Leute? Mit oder ohne Tasche? Wobei, wir können die Tasche jederzeit abnehmen. Fällt mir gerade so auf. Ja, komm, ich baller eine Tasche. Die Konvo ist oder... Da gab es doch geile Taschen vorhin. Wo müssen die denn hin? Ein, zwei da unten. Ja, hier. Hier die Taschen. In dem irgendwas... Gibt es hier irgendwo, was das richtig Schrein scheppert? Nee, ne? Ja, komm, Lost MC. Sieh, wir bräuchten eine 107-Tasche. Oh. Ah, nee. Oha. Wie krass. Eine Louis-Tasche. Ich wusste nicht, dass wir sowas haben. Wir haben einfach so eine Louis-Tasche und so. Erfragen wir nicht mehr rum. Ah, hier sind die. Wir müssen nach vorne schauen, wegen dem Wurz. Jo, jo. Oh, das... Ja, die Nike-Tasche, die ballert. Die ballert sie nämlich mit. So, und jetzt, äh, glaube ich, bin ich gleich fertig. Jetzt hat er noch ein Extra irgendwie drunter oder so. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Oh, so ein LEPD. Das ist ja so geil. Damit rumrennen. Vielleicht noch als Extra irgendwas. Siehst du, was ich mein? Irgendwas, was... Oder Open Carry. Dürften wir ja im Land. Wir dürften Open Carry tragen. Also Kette. Boah, älter. Bruder. Guck mal. Schauen wir mal, ob wir irgendwas finden, was noch passt. Und dann bin ich fertig damit. Oh, ein komplett neues Image gerade. Frisch aus dem Knast gekommen. Habe ich durchgeboxt. Warum sieht das irgendwie geil aus? Keine Ahnung. Das sind schon coole Sachen. Oha. Krass. Ja, das ist sicher echt aus dem Gym. Gerade frisch aus dem Gym gekommen. Aber ey, das fand ich auch nicht schlecht. Vielleicht nur eine Maske, die dann dazu passt. Aber ich glaube, ich... Ich glaube, eine Kette werde ich nicht drauf tun. Das ist, glaube ich, etwas zu viel. Ne, ein Schalbräu auch nicht. Sieht sonst kacke aus. Ich glaube, ich bin zufrieden, so wie es ist. Rucksack haben wir jetzt. Schuhe haben wir. Und... Ja. Und speichern. Ja. Wie nenne ich das am besten? Pausenhof-Outfit würde ich sagen, oder? So, ich bin fertig. Alles klar. Hat ein bisschen gedauert jetzt gerade, gell? Ich habe gesagt, ich brauche ein Koppel. Aber gefällt es dir? Ja, sieht entspannt aus. Ja, sieht sehr sich und entspannt aus. Sonst brauche ich noch irgendeine Psychobrille und dann bin ich fertig. Ich kann sie diese Sternbrille nehmen. Diese eine Brille, die hat richtig Style, also jetzt no shit. Ich finde, die Brille hier hat übelsten Style. Guckt mal, wie das aussieht. Soll ich die in dunkel nehmen? Soll ich die in dunkel nehmen? Oder soll ich die so lassen? Ich bin gerade unsicher. Ja, in dunkel ist, glaube ich, besser. Die ist sehr hell. Oh, passt. Ja, versteckt. Oh, ja, 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 ja. So, ich brauche noch, äh. Oh, eine Maske wäre nicht schlecht. Äh, fahren wir Hauptplatz, oder? Ja, Hauptplatz, oder sowas. Oder fährst du nicht Parklos, kann auch Autofahren. Du hast fast nur eine Kennzeichenprinzessin. Ja, 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 aber ballert das Outfit, finde ich, das ist okay. Lang gesucht, aber auch gut gefunden. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Äh, Kuske raus von LalaXD. It's maximum für 90 Cent. Und, äh, Fire. Siri, warum sind Frauen so komisch zu mir? Mein Name ist Alexa, das geht dir sicher an bei mir. Das war, glaube ich nicht. Was ist Schüssel? Deine Haftzeit ist verlieber. Ja, hab ich auch schon mitbekommen, Bruder. Joni, ich kann nicht aufhören, die zu spenden. Ich hoffe, du freust dich. Ich kuske raus an dich, Joni. Aber nicht zu viel. Not, not too much, please. Marco, Dame, danke für Suisse, haben wir schon das zehnte Mal. Also, vielen, vielen herzlichen Reiz haben dafür. Und ich glaube, ich hab's uns alles vorgelesen, ne? Ich glaube, ja, ich hab alles vorgelesen. Ich bin heute richtig gut im Vorlesen, sag mal. Um vergesst zu sein. Funk-A-Stimme kann ich Funk anmachen. Das ist der Sound, der wir spielen. Ich bin wieder im Funk, by the way. Zurück, perfekt. Dankeschön. Und ne geile Maske. Und dann wird noch ein Boxer-Haarschnitt. Was sagt ihr, Leute? Und ein Bart wachsen lassen. Und dann ist unser Image-Change komplett fertig. Und vielleicht noch ein Blunder-Stück kaufen. Ballert aber auch, ja, doch, doch. Gefällt, ne? Oh, guck. Das ist der Sound auf der Spinde. Das, äh, jetzt ist es schwarz. Das find ich geil. Das hab ich jetzt gesehen. Wer war denn das? Okay. Du hast gesagt zu mir. Ja, so, 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 das würd ich geil finden, dass das passt zum Outfit. Keine Ahnung. Alter, schau mal, die AKs. Ah, wie geil. Alter, da überleg ich noch, ob ich das nimm. Aber bis jetzt sieht es am besten aus von allen Sachen. Ja, da kommen wir jetzt zu den lustigen Sachen. Gut, dafür ist, glaube ich, mein Kind zu fett. Das geht leider nicht. Äh, Jungs, 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 Jungs. Oh, schau mal. Boah, Alter. Oh, okay, das ist creepy. Ich hab mir vor, du warst da mit einem Bankraub. Ah, na, das war's ja wirklich gut. Ah, schau, wer der ist. Gibt's in verschiedenen Farben. Koro Sensei ist auch begeistert. Ja, ich bin, ich glaube, ich bin, die, äh, den, den, den Bündel, den Bündel vollfreude, nämlich jetzt. Hat, glaube ich, am besten ausgesehen mit dem Outfit. Also meiner Meinung nach, guck, will ich das hier nehmen? Vielleicht gibt's nochmal was Dunkleres? Wobei, die AKs haben schon geballert, ne? Da drauf. Die hier. Sehen schon geil aus. Es gibt nichts Dunkles, leider. Also, das sind, das sind so schwarze Farbe, wäre am besten. Achso, falsch. Der hier. Ach, mir schon andere Designs. So, was ist da los? Ich glaube, ich nehme das mit den AKs drauf. Das sieht geil aus. Ja, das kaufe ich. Ey, Leute, guckt euch das an. Einfach Bettlaken über den Ding geschmissen. Aber wenn's sein muss, muss sein, ne? Wenn's rein muss, wenn's sein muss. So, soll ich mir mein Auto rausholen? Ah, wobei, ich muss mir das abholen. Kannst du zum, äh, Ding fahren? Ich muss das ja abholen, mein, äh, so, es lohnt sich. Fragen steht ja noch da. Oh, ich will dir da von der linken Spur, von der rechten Spur nach links ziehen. Oh, kennt man. Zu hell. Ja, mein Gott. Die Fuchsie-Maske, sogar lustig gewesen. Daniel, äh, duis, äh, oh mein Gott. Jetzt fast vorgelesen. Daniel, kurz geht raus. Dankeschön. Anders Entenhaus und Fischl. Herzlich willkommen. Dankeschön. Könnt ihr vorbei von Quack. Könnt ihr sich dann? Echt. Dankeschön. Jo. Bring das Auto mal rüber. Jetzt holt ihr doch einen fetten AMG. Nein. Noch nicht. Wir haben kein Geld. Oder jetzt, äh, wie viel, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Mal gucken. Äh, auf der Wallet. Was? Ey, das war ein bisschen so blankgezogen. Hä? Das war eigentlich für Wallet so wenig, also doch viel mehr. Äh, Leute, hab ich irgendwas gekauft? Leute, wie viel war letztes Mal auf der Wallet? Ich war seitdem nicht mehr da. Bin mir grad sehr unsicher, wie viel ich hatte. Ich pack mal die Kiste ein. Warte, ich hatte doch viel mehr. Ich hab ja voll viel gespart, oder nicht, Leute? Hä? Oder, na, nee, warte, ich hab mir letztes Mal, nee, ich hab mir letztes Mal die ganzen Autos gekauft. Ich bin so ein Trottel. Ich hab mir letztes Mal die ganzen geilen Autos gekauft. Und ich denk mir so, wo ist das ganze Geld hin? Ja, wo wird's denn wohl sein, Bruder? Ach, das ist vorne im Kofferraum. Ich denk mir so, wo wird's denn wohl sein, Brudi? Wo wird's denn wohl sein, wenn ich das Ganze, ja, wir alles, wir haben alles in die Autos rein investiert. Und Freddy hat mir auch eins gekauft. Ach, ich bin so blöd, ey. Ich weiß nicht, ich überleg noch, wo ist das Geld hin? Das ging ja alles für das andere Ding drauf. Aha, das ist ein Trottel. Ach, die nicht weggehen, da klären wir mal durch. Ja, klären wir einmal durch, Leute. Zack, zack. Server-Management. Die Objekte stehen. Zack, 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 weg mit den Dingern. Aber schnell. Erstmal 50.000 FPS mehr. Das ist ja mehr aufregend, die Objekte sind weg. Hab die nur weggemacht. Guck, wer das hier rumsteht. Schauen wir mal. Also Supra. Und wir haben ja den Ferrari mal gegönnt, ne? Ich glaube, ich hole mir jetzt den Ferrari raus. Oder wisst ihr was, den C63, der würde so gut passen mit dem Outfit. Aber ich glaube, ich hole mir eine Supra raus. Und nicht die Supra, die Benzer sah ich schon. Genau, hier. Benzer, genau. Ein Benzer. Ein Ferrari. Dann feier ich schon das Auto. Ist schon geil. Soundtechnisch können wir da hermachen. Ja, soundtechnisch ist das nicht so die 1. Wir fahren mal zu 1 zu 7 hoch. Turo, danke für eurem 7 Cent. Immer am Start. Kuss geht raus. Und Staatsfeind Nummer 1 hat Nummer 2 Euro raus. Dankeschön. Der Staatsfeind Nummer 1. The real game hat auch raus. Wie geile Skins made of Discord. Warum für geile Skins? Für Autos, oder wie? Oder für Playermodels. Das wäre gut zu wissen. Also für Autos und Playermodels haben wir an sich gut ausgesorgt. Relativ. Aber trotzdem viel im Darm. Also viel reizenden Darm, finde ich. Das Ding sehe ich schon wieder fast leer. Die alte gute Pumpe, ja. Und da los. Was macht ihr gerade? Wir haben hier eine Tagung. Wir stehen hier. Blöde wo man mich. Wollte eigentlich jetzt gleich los. Ein bisschen Tee kochen. Ah, okay. Achso, äh. Kannst du nicht kochen? Aber erst mal halt die Blätter pflücken. Die Blätter pflücken. Hast du auch einen Wasserkocher dabei? Ich habe extra ein bisschen Benzin mitgenommen. Den Wasserkocher habe ich, ne? Ja, ist ja schlimm. Ich bin auf Bewährung. Also wenn ich jetzt Scheiße baue und ich fahre ein, habe ich ein Problem. Aber es ist mir egal irgendwie. Ich hatte Informationen. Die hat mir geschrieben, ja, die melden. Frage ich mich hier mal ein mit der Kiste. Wie ein Schlawiner. Geh mal meine, meine Ding ab. Meine, meine Tasche. Das ist halt cool, wir können Rucksack abziehen. Ja, stimmt. Sieht bisher auf den ersten Blick, weil das so komisch steht, ne? Ah. Neue Boots gekauft, oder wie? Neues Outfit. Eieiei. Ich habe mich, schau mal, hier. Gut gut. Oha. Das war also Fahrtkommt. Gab es kein Knast? Doch, 30 Monate. Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon draußen, ja. Und auf Bewährung für 48 Stunden. Easy going. Ich habe keine Bewährung bekommen. Ja, perfekt. Ja, hauptsächlich mit die. Und ich habe gar nichts gemacht. Ein bisschen später stand er wieder dort. Ich kam aus dem Knast raus und bin direkt wieder zum Supreme Court zu fahren. Ich bin direkt zum Supreme Court. Aber sag mal, wie lange hast du bekommen im Knast? Ich hatte 40. Okay. Aber trotzdem, das ist keine Bewährung. So eine Scheiße. Ich habe 48 Monate. Oh, da ist ein Häschen. Wo ist ein Häschen? In den Ganzen. Können wir Mittagessen machen? Nein. Und Abendessen. Warum nicht? Hast du noch nie ein Kaninchen gegessen? Nein. Boah, weißt du, wie ein lecker Kaninchen ist? Oh, geil. Also je nachdem, wie du fragst, ne? Oh, ich hatte einen Hoppels davon. Können wir bitte gehen? Boah, ihn mag ich jetzt auch nicht. Freddy meinte mal, das ist ein Eichhörnchen, weißt du noch? Ja, das Eichhörnchen. Das geschieht direkt. Das ist was, was wir hier machen. Wir haben jetzt Eichhörnchen auf dem Grundstück. Das war, warte mal, Freddy war das so. Ja, Freddy, Freddy war das. Ja, Freddy so. Guck mal, wir haben hier Eichhörnchen. Und ich so, guck mal, das ist ein Eichhörnchen. Und wir, wir, du, du, das ist ein Hase. Der Hoppels da. Und das hat es mir auch zerrissen, ey. So ein schöner Moment. Hätte ich nie vergessen. Eichhörnchen. Und ich erst mal so eine Minute angeguckt und so, hä? Oh, das ist ein Eichhörnchen. Ich denke mir so, seit wann gibt es hier Eichhörnchen? Ich habe eben nie ein Eichhörnchen gesehen. Weißer, ja doch, da war ein Eichhörnchen. Vielleicht sehen die in Russland das aus, keiner weiß. Ja, vielleicht. Mutiert. Mutiert der Eichhörnchen, ne? Ja. Wie weghockeln. Ich will mir Gedanken machen. So, also was geht ihr an? Ich habe unten gehört, irgendwas von Tee pflücken. Die wollten Tee pflücken, ja. Keiner Bock auf Action auf dem Berg oder ist das zu risky? Ich sage nur, die, die direkt vorm Gefängnis angepflanzt haben, ne? Ja, was ist? Ich muss gerade ein paar Sachen machen mit den ganzen Listen und das alles. Achso. Ja, aber irgendwer, du musst mich hochschieben. Äh, Holger hat nur was. Holger, mach das. Ich habe Hunger. Hä? Was macht der da unten jetzt? Geht der jetzt? Ah ja, und hat, hat wer, hat wer das Kusch verkauft? Die 55 Stück oder was? Ähm, ne, Kartell hat noch keine Zeit gehabt. Achso, okay. Gut. Deswegen, also das da habe ich gerade, wenn ich gerade die ganzen Listen da machen, dass ich da alles richtig verkaufe und jeder sein richtiges Geld kriegt. Ja, aber ich würde heute Vollgas kochen gehen, weil ich brauche Kohle und das ist das Schnellste, was halt geht, ne? An sich. Also schneller geht es ja nicht, ne? Ja und nein. Kochen ist halt, ich sage mal, das Verkaufen halt die Schwierigkeit. Warum denn das Kartell? Das ist gut verkauft, wir kriegen einen guten Preis. Ja, wir kriegen ja maximal Preis, sprich 800. Ja, das ist doch okay, oder? Ich meine, für Kusch kriegen wir halt 650 und das ist halt, also vom Risiko, Viertelrisiko würde ich sagen. Ja, weil stell dir vor, du machst beides. Du baust an und machst das noch nebenbei, das ist das halt der komplette Checkpot, finde ich. Ja, das sind 200.000 pro Stunde dann. Das sage ich doch, Checkpot. Das würde ich nämlich heute angehen, ich würde es heute anbauen und dann würde ich hochfahren auf den Berg und dann ein bisschen kochen mit dem Fallschirm. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Gerichtstermin. Ja du, wenn ich jetzt Scheiße baue, dann komme ich ziemlich lange in den Knast heute. Ich habe 48 Stunden auf Bewährung, weil was ist dann los, wenn ich heute in den Knast komme? Das darf ich nicht. Aber ich würde es jetzt einfach risken, weil ich richtig Bock drauf habe, jetzt wieder Kohle zu machen, weil ich so viel Geld für die Autos ausgegeben habe und ich fühle mich schon so richtig scheiße, weil letztes Mal wurden mir die Autos wieder gekauft und ich denke mir so, ich bin der Chefe und mir werden Autos gekauft. Das ist halt echt. So, was hast du für eine Frage, Holger? Ne, ich habe dann wieder meine lineare Abschreibung auf die Nase gebunden. Achso. Eine lineare Abschreibung, okay. Steht denn da unten? Achso. Oh, da verkauft ja sein Miata für 7K. Er kam es hoch, um das zu sagen, und geht jetzt wieder runter. Sportlich. Er ist, äh, Holger halt. Gut, weil dann würde ich mal ein paar Sachen ready machen. Ja, also Holger hat einen Urus, der kann ich dann hochschieben. Sag mal, weißt du eigentlich, was das kostet, wenn man alles kauft für Pflänzchen machen? Ähm, 4.980 für die Pflanzen, 2.380 für Dünger, sprich 4.980 plus 4.000... Ja, 4.760. Ja, geil. Ich habe nie so viel Geld. Wie viel hast du denn? 15.000 irgendwas, ne 16.000. Nimm nur noch das Geld aus der vierten Kasse. Ja, geil. Oder haben wir unten im Lager, haben wir da noch was fürs Kochen? Ähm... Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich kann auch noch was für den Magen, ja. Okay, ne, weil ich habe noch 5 Aceton euch noch dabei. Genau das meine ich, das ist doch nicht so viel Geld, ich will das nicht. Ich will das nicht mehr. Das ist doch nicht viel, das ist halb Stunde Arbeit. Ja, das nehme ich nicht, das nehme ich nicht an. Ne, ich nehme, äh, ich nehme ab jetzt nichts mehr an, das reicht. Ich, weißt du was, ich, äh, ich werde, ich werde, ich werde damit auskommen, okay? Ich werde jetzt losfahren und werde mit dem auskommen, auch wenn die Spritpreise... Ah, die bei uns sind ja auch okay. Auch wenn die Spritpreise, weil es doch okay sind. Ne, aber, ähm, ich fahre jetzt trotzdem und werde es probieren. Ich, ich schaffe das schon. Und ich werde, ich werde es beweisen. Wir sehen uns dann in zwei Stunden im Knast. Wollte ich gerade sagen. Also, Aceton kostet 2.500. Was ist das denn? Das kann sogar hinkommen. Aceton kostet 2.500. Hast du ein Labor? Ich habe ein Labor. Ich habe Labor, ich habe 5 Aceton, ich habe 6 Batterien. Okay, Batterien, was kostet Batterie? 300, ne? Und ich, ich würde, ich würde nur, äh, ich würde nur 5 Durchgänge machen. 5 Durchgänge. Ja, ja, dann fehlen dir 1.200. 3.200. Ja, das passt. Dann brauchst du ungefähr 13.000. 13.000? Wenn du anbauen, plus 5 Runden, ja. 13.000. Ja, dann geht es sich ja aus. 4 Batterien, 20 Aceton, 40 Dünger, 20 Pflanzen. Ja, geht es sich ja aus. Wobei, ich könnte ja eigentlich alles, was gerichtlich ist, könnte ich ja einfach nur eine Filme abschreiben. Scheiß drauf, ich mache das jetzt. Gut, danke schön für das Ausrechnen. Ja, gerne. Ich beschwere mich dann, wenn es nicht stimmen sollte. Tschüss. Ah, geil. So, gehen wir mal holen die Sachen. Also, Leute, wir gehen es halt an. Wir machen heute das Money Cash, das Harra Cash machen wir heute. Für die, die schreiben Bank und Juve, ich bin jetzt sicher nicht so blöd, wenn ich 48 Stunden auf Bewährung bin, dass ich jetzt ein Juve oder eine Bank mache. Weil, wenn ich jetzt einfahre und das ist bei einem Juve oder bei einem Bankraub sehr hoch, ja, das Risiko, dann haben wir ein Problem. Und es ist sehr viel los. Es sind 137 Leute hier. Es ist sehr viel los, Leute. Sehr, sehr viel los. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, was wir jetzt machen, Leute. Da müssen wir jetzt richtig hart aufpassen. Da dürfen wir jetzt keinen Scheiß bauen. Weil, ich sag euch so, die Cops, die schnappen uns. Dann habe ich auf, oh, Polizei, oder? Ja. Dann habe ich auf Bewährung. Und dann nehmen die mir mit. Dann haben wir ein Problem. Und das will ich nicht heute. Das will ich wirklich vermeiden. Und beim Kochen, das, was ich jetzt mache, Leute, da kriegen die uns nicht, weil ich mache das so mit dem Fallschirm. Also, letztes Mal, wisst ihr noch mit dem Fallschirm, wo wir es gemacht haben? So, aber wisst ihr, was ich change, ist mein Auto zu der Supra. Die fährt besser. So geil ich das Auto hier finde, Supra fährt auf jeden Fall schneller. Also, Beschleunigung ist technisch besser. Nicht schneller, aber Beschleunigung ist besser. No change, no ding. Ich bin ein, kannte ich da mit den türkisen Ahnen und dem türkisen Bart. Ja, die haben geschadet, dann Fahrzeuge haben wir. So, Supra. Ich muss noch schauen, dass mein Fahrzeug... Scheiße, habe ich jetzt überhaupt was zum Kochen? Ah doch, ich habe einen Kocher, habe ich. Ah, der sieht auch da. Perfekt, 1 zu 7 Kennzeichen. Ich habe einen Kocher, ja, cool. Das ist nichts besonderes. Ja, da ist mein Supra. Da ist mein Baby. Gut, dann fahren wir mal einkaufen. Und zwar kaufen wir gleich alles doppelt mit Dünger. Dann kaufen wir Batterien. Und dann kaufen wir die China, die ist auch dabei. Hallo, ist gerade im Chat. Es fehlen nur noch 12.000 Abonnenten. Echt jetzt? Also bei mir zeigt noch an 987.000. Also bei meinem YouTube-Counter. Pass mal auf, wir kaufen jetzt ein Seemelchen. Ich glaube, das geht sich wirklich aus. Ich habe gar nicht so einen Schwaner zählt gerade. So ein Dünger, es kostet, ja stimmt, es kostet nicht mehr so viel wie früher. Weil so früher hast du dafür, glaube ich, 30.000, 40.000 Dollar bezahlt. Bis dann der Börsencrash war bei uns. Ja, 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 moin. Nehmen wir 20 Samen mit. Perfekt. Geht sich doch alles aus hier. Geht sich ja alles aus. Na, nochmal hier 20 Stück. Und dann haben wir gleich... Oh, fast. Er hat ungefähr gerade schnell 20 Dünger für mich. Das ist der Sound, auf der Spinde. Ja, ich habe 20. Okay. Ich habe mich vertraut. Im Lager ist auch, glaube ich, drauf. Aber ich muss fixen meine Pflanze. Ich habe die absolut vergessen. Und eine ist schon weg. Ui. Weil du halt los bist. Ich habe jetzt Dünger gekauft, aber ja. Ich weiß nicht, wo bist denn du? Zylinder. Alles gut, Holger hat sich. Der geht zu mir. Du kannst jetzt auch nur, falls meine M5 aufknacken. Meine M5 sind ja noch deine 20 Dünger. Ja, alles gut. Dann soll Holger die einfach nehmen. Wollen wir dann alle kochen gehen zusammen? Ich bin gerade noch im Krankenhaus. Warum bist du jetzt hier noch im Krankenhaus? Weil die lilanen Leute angeschlossen wurden. Und wir haben denen geholfen. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr jetzt vor, oben zu kochen? Auf dem Berg oder woanders? Ich habe nicht gesagt, wenn wir alle zusammen kochen wollen, dann hier. Da bei dem Haus. Du weißt, was das Problem ist. Am Berg kommst du halt richtig easy runter wieder. Ich bin da schon drauf. Und ich meine, notfalls bei dem Haus können wir uns mehr 4.1 hinstellen. Die sitzen ja hier schlimm, glaube ich. Ich darf mich halt nur nicht erwischen lassen. Ich habe 48 Stunden, darf ich nichts zu mir kommen lassen. Das geht's gerade. Dann denke ich mir, wenn ich am Berg oben bin, kann ich jederzeit abspringen. Dann fallen, dann fall ich am Springen, ne? Ja, dann lass uns den Berg hoch. Dann holen wir einen, der die alle hochschiebt. Zwei. Fahren wir damit rum. Fünf, sechs, komm wir hoch. Das ist auch nichts Problem. Na geil, machen wir das so. Das heißt, heute wieder lustige Action hier. Lustige Action, Leute. Heute geht's wieder los, so. Lucius, 1 zu 7, danke fürs Resa. Madness, 1 zu 7, Autoparkplatz wäre geil, um Autos direkt beim Anwesen wechseln zu können. Ja, ich weiß noch nicht, ob das zu OP wäre, weil wir jede Fraktion so ein Parkplatz. Ich meine, es wäre gut, weil dann die Auslastung unten so groß wäre. Was halt blöd ist, ist, dass es, ähm, dass es dann doch etwas zu krass ist, dass du da direkt Autos wechseln kannst. Finde ich persönlich. Und dann will jede Fraktion sowas haben, aus dem Grund, äh, haben wir das nicht. Sonst hat jede Fraktion einen eigenen Parkplatz, was ich nicht so geil finde. Wieso schauen, wo ich jetzt anbauen gehe, ja? Oh, da ist Andel, die Sau, guck. Andel, du Sau, du. Andel, der, der Cherry Pie, guck mal, da ist Cherry Pie Andel. Wie süß. Mir fällt jetzt erst auf, dass hier wirklich, äh, ach du Scheiße. Try my pork whistle. Bitte, was? Gut. Ich habe alles gesehen in GTA. Ich habe alles gesehen ab jetzt. Vielleicht ist es besser, nicht mehr zu gucken. So, also schauen wir gleich mal. Wegen, ähm, Anbau. Wir müssen ja irgendwo anbauen, wo es keiner merkt, wo es keiner sieht. Ich baue irgendwo im Arsch der Welt an. Ich glaube, ich habe schon einen Spot dafür. Na hört, hört. Er hat einen Spot gefunden. Na hört, hört. Ne, hier drin ist relativ gut und sicher. Hier ist nämlich niemand. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich muss aufpassen. Oh, 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 oh. Oder hier unten. Wäre auch geil. Aber hier so, hier in der Ecke. Was sagt ihr dazu? Hier. Oder ist es zu obvious, hier anzubauen? Wollen wir mal gucken. Mal gucken mal, Leute. Oh, wie viel Platz wir haben. Also, will ich hier... Ah, nee, das ist immer von der Straße. Ah, wobei hier... Ah, je, 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 je. Wenn man das hier genau... Nee, das ist... Ah. Nee, das geht sich genau nicht aus. Das sieht man dann. Sieht man das? Ja, man sieht es. Also, ich glaube, das ist etwas zu auffällig. Nee, das können wir nicht machen. Ist zu auffällig, Jungs, Mädels. Zu auffällig, ja. Ich habe aber hier auch schon einmal probiert, anzubauen, ne? Schon einmal probiert. Ja, unten will ich sowieso nie was anbauen. Da, da, da... Da würde ich als erstes mir denken... Wenn da mal Polizei durchfährt, würde ich da direkt immer gucken, in den ganzen Spalten und so, dass da wer anbaut. Also, da würde ich niemals was machen. Aber vielleicht genau deshalb, weil das hier so ablenken, ist... Wieso, was ich meine? Das lenkt ja übelst ab, dass man hier in der Nähe anbaut. Irgendwo... Ach, schau mal hier oben, guck. Ja, doch, 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 doch. Ähm, hat er gewonnen? Aha. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wertgehe, unentschieden, Edin. Wir haben einen Rückplatz. Nee, das ist zu auffällig. Hier oben würde es jetzt klappen. Wartet mal, ich packe mich hier mal ein, Leute. Es gibt noch ein Rückspiel. Ich bin halt gerade mit einem sehr auffälligen Auto unterwegs, ne? Man merkt's. Komplette Anspannung ist da. Nee, ich glaube, hier oben wäre gut. Das würde keiner bedenken, hier oben. Das ist so ein Spot, den den used keiner. Um ehrlich zu sein. Nee, das used hier wirklich keine Sau. Wenn man hier so anbaut. Aber man sieht's halt dann, ne? Von der Straße könnte man's sehen. Edin? Ja. Ich hab dich lieb. 1 0 7. Ey, Palmen aus Plastik. Ja, Robin, ruck's nochmal mit 107 Euro. Keine Message. Bö, bö. Vielen Dank, Robin. Fürschen, küsst, fürschen, grüßt. Oh, da baut schon wer an, guck. Sag mal, gehört euch so ein schwarz-matter BMW mit dem Kennzeichen? U, S, J, S, ach nee, nevermind, weiß schon. Ey, da parkt da, ey, wisst ihr was? Da parkt jemand, ich such gerade so Spots durch, ne? Da parkt jemand an so einem Haus mit dem Auto. Steht alleine. Ja, komm, ich hab jetzt erst dieses Blaulicht drin gesehen. Ja, aber US, also, hm. Ja, kann ja jeder anders auch sein, oder? Kann ja jeder sein, oder nicht? Ja, gut, das ist, ja, das ist auch wieder richtig. Weißt du, ich denk mir so geiler Spot zum Anbau und direkt da hin und der parkt dort einfach. Ja, geil. Ah, zu ist er. Investigation hier oben? Ich hab so das Gefühl, die machen hier Investigation, also da fahren wir ganz schnell weg, Leute. Da fahren wir mal ganz schnell weg. Oh, schau an, das Huhn, schau. Chip, 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 chip. Da fahren wir aber wirklich ganz schnell weg. Bruder, ich hätte fast hier vorne angebaut. Einfach mal, einfach mal US Marshals hier. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Ne, Anteln pfeift. Ne, das ist wirklich schlimm. Du kannst hier nirgends mehr anbauen, überall US Marshals, über Polizei. Oh, wo hab ich jetzt mein Auto geparkt? Nein, wo hab ich's denn jetzt geparkt? Sag nicht, ich hab's hier. Hier unten müsste es stehen, oder? Ach, ne, ich hab mich verlaufen. Ah, ne, da steht's da hinten. Ich hab jetzt echt kurz gedacht, ich hab mein Auto verloren. Gott sei Dank ist es so rot. Wäre es nicht rot gewesen, hätte ich es jetzt verloren, Leute. Ich wäre hier runtergerannt. Also hat's doch einen positiven Vorteil, dass ich das Ding rot gefärbelt hab. Gut. Perfekt. Aber dann bauen wir hier never ever ever an, Alter. Nur über meine Leiche baue ich hier nochmal an. Wenn hier die US Marshals sich im Wald verstecken. Tja. Blut gelaufen, ne? Wenn man das sieht, dass da ein Auto steht. Hat hier noch einen? Hallo? Ey, Leute, ich will nix sagen, ne? Aber hier stehen überall US Marshals rum und Polizei. Und wo genau? Ja, überall im Wald. Okay. Aber unser Wald, oder? Ja, ja, aber da sitzt niemand drin. Die sind überall verteilt in den ganzen Spots, wo Leute anbauen. Ich bin gerade da, wo diese eine Hütte ist. Diese, weißt du schon, diese Geisterhütte. Das ist das Hexenhaus. Genau, genau. Die sind in dem ganzen Wald sind die gerade verteilt. Aber es sitzt keiner im Auto. Ich schätze mal, die sitzen irgendwo und beobachten aus dem Busch raus. Ja, wir kommen, warte mal. Also, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde hier nichts mehr anbauen gerade im Wald. Ganz schlimm gerade. Ich fahre nicht mit einer tiefer gelegten Supra über so einen alten Stumpf drüber. Mimo an mich selbst, aber wirklich sowas von. Ne, also, äh, das ist mehr so auffällig, was hier gerade abgedeutet. Also, da lasse ich die Finger von. Ich wollte hier anbauen gehen. Aber da lasse ich echt die Finger von. Und hier ist... Da haben wir eine 6x6-G-Klasse. Ich frage mich echt, was hier drin los ist. Da muss ja irgendwas Heftiges los sein. So, aber ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine gute Idee, wie wir anbauen. Da fahren wir nur am besten mit 150, dass wir nicht angehalten werden. Und direkt 50.000 Dollar Strafe zahlen. Aber jetzt... Jetzt ist wirklich jeder Dollar wichtig. Ach, weißt du was? Ich fahre mit 130. Und jetzt kann nämlich jeder Dollar wichtig, dass das nicht weggeht. Ah, jetzt... Ich will nur anbauen und schaffe es nicht. Jetzt ist hier noch... Da steht ja wieder einer rechts. Sag mal, haben die was geplant da in dem Wald? Drehen wir nochmal ganz frech um. Ich glaube, es hat sich ein bisschen rumgesprochen mit dem Anbauen hier drin. Ja, ich habe da jetzt schon ganz viele Neueinreisende gesehen, hier, wo das machen. Ah, perfekt. Ja, ist aber auch verlockend. Weißt du, da sind die Bäume ganz schön dicht da drin. Ist halt scheiße für uns. Wir haben Pflanzen entdeckt, Scheiße. Pflanzen entdeckt? Da drin im Wald? Ja, ja. Ja, geil. Nehmen wir gleich mal mit. Sind die fertig? Ja. Äh, ja. Ja, moin. Meinst du sieben Wald? Aber ey, wie dumm kann man sein, dass man da drin jetzt einpflanzt? Richtig, ja. Ich habe die Pflanzen gefunden bei Mainz für sieben Wald. Ja, ja. Oh, geil. Wir passen die Kopf in den gewünschen Versteckt. Ja, was sollen sie noch machen? Weißt du was, ich glaube, die warten nur drauf, bis sie wieder mitnimmt. Die denken vielleicht, ihr seid das dann. Ne, ne, ne. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt mein Auto wechseln, werde eine Pflanze nehmen, einsteigen und wegfahren. Okay. Stimmt, das darfst du ja theoretisch. Bist du nicht eingebaut. Ich lache nicht aus, wenn du gepackt wirst. Ja, same. Ich tue meine Waffen irgendwie ein, bevor ich das tue. Warte. Oh, scheiße. Ich sehe die da im Wald. Ich sehe die, glaube ich, auch gerade. Ja, ich sehe sie. Sie sind da überall. Ja, ja. Ey, weißt du, was auch lustig wäre, wenn wir die Polizei anrufen würden und die kommt dann hier vorbei. Warte, ich sage dem ganz kurz, der wartet da drin. Warte, der steht hier drin. Hallo? Entschuldigung? Hallo? Ich wollte nur sagen, wir haben da drin Pflanzen entdeckt und sie stehen überall sehr auffällig. Ich würde Ihnen empfehlen, dass sie, wenn man hier vorbeifährt, sieht man sie. Also wenn sie die packen wollen, die da, ja, ja, wenn sie wollen, dass sie die packen da drin, dann, äh, dann sollten sie vielleicht ein bisschen weiter nach hinten fahren, weil man sieht das Auto komplett. Ja, danke für den Tipp. Nee, man sieht hier drei Polizeiautos von Ihnen. Also ich fahre hier die ganze Zeit vorbei und denke mir so, warum ist die über Polizei? Jetzt gucke ich da nach vorne. Ist hier ein fetter Pflanzenhaufen. Ja, der Herr. Ist okay. Ja, ich gebe Ihnen nur einen Tipp. Man sieht sie vom Weiten. Da schief geht, muss wer, meine Pflanzen. Ey, Leute. Ich habe gerade einen Polizisten gesagt, dass man die Pflanzen da gut sieht und man sieht ihn selber auch gut im Gebüsch. Er hat sich ein bisschen aufgeregt, so, ja, ja, okay, weiß ich schon. Mann, das wird hier so schief gehen, aber ich habe Lust, das zu machen. Äh, ja, ich, äh, weißt du was, ich würde einfach, weißt du was lustig wäre? Fackel sie ab, geh rein und fackel sie ab, das wäre umso lustiger. Vor ihren Augen. Ich fache dir einfach ab. Du machst ja nichts Illegals, wenn du sie abfackelst. Mach das bitte. Stimmt, okay, ja, mach ich. Boah, das wäre so lustig. Ich weiß, die warten nämlich, dass die, dass die wer mitnimmt. Die warten drauf. Boah, das muss ich, ey, das muss ich mir jetzt angucken. Ich warte. Ich schaue es mir jetzt vom Weiten an. Ich, ich, ich bin gleich da. Perfekt. Ich packe mir schon mal ein Fernglas. Ja, aber wie auffällig die da stehen, weißt du, besser ging es halt nicht. Schau mal da hinten, die ganzen Pflänzchen. Und die stehen da so auffällig und warten, bis, bis die wer holt. Also sorry, ne, aber das ist halt echt. Die gucken uns das auch an. Alter, die stehen so auffällig in den Gebüschen. Ich denke mir so, man kann sich so geil hinstellen. Und die machen das so auffällig. Direkte ohne Maskeierung. Ich mache es sogar mit Kennzeichen. Alter, aber die Pflänzen sind da echt gut drin, ne. Ich schaue gerade, ob ihr das Illegales mit habt. Nein, habe ich nicht. Ich habe aber einen Dünger mit. Ist das auffällig? Ja. Ja, Polizei macht die jetzt schon selber kaputt. Schade. Oh Mann, egal, ich fahre da jetzt trotzdem hin. Ja, hilf denen ein bisschen. Ja. Ah, wie süß. Warum machen die das denn kaputt? Ja, wollen wir auch. Ist das auch geil geworden. Ah, ist das schön. Wie auffällig, da drin stehen drei, vier Cop-Autos direkt vorbeifahren, direkt gesehen. Ach, das geht schon. Ja, da denken die, die catchen da jemanden. Ja, guck mal, Neuling wäre es mal die, ne. Ja, aber wem gehören die denn? Also es muss ja irgendjemandem gehören, nicht von uns. Ja, keine Ahnung. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg. Das ist Gordon. Ich weiß jetzt nur, dass ich hier nicht anbaue. Nee, auf keinen Fall. Nee, nee, nee. Aber schön zu sehen, sowas. In freier Wildbahn. Ich kann dir einen ganz wilden Spot zum Anbauern geben. Einen ganz wilden? Einen Wehrtransporter, Leute. Den benutze ich selbst nicht mehr, deswegen kann ich dir den geben. Da ist gerade ein Wehrtransporter vorbeifahren, ne? Ja, da hat sich gerade gedacht. Wobei, du hast recht, ein Wehrtransporter fährt hier nie lang. Der fährt auch gerade anders. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich fahre schon mal Auto. Ich glaube, die denken, dass wir, dass uns die gehört haben und wir nicht rangegangen sind. Ich glaube, dass er... Finde ich ganz lustig. Also, das habe ich noch nicht gesehen beim ganzen Leben. Ah, Freddy ist da. So ein Ding ist das. Freddy, ich habe gesagt, du sollst ein bisschen Geld sparen jetzt mal. Freddy muss echt mal ein bisschen Geld sparen. Nicht immer hier donaten. 33 Euro und 33 Cent sind viel Geld, Freddy. Also, Freddy, aufhören. Spar das Geld. Und hau nicht immer so viel raus. Kuss geht raus an Freddy. Schade, dass du heute nicht mehr da bist. Wäre sicher lustig gewesen. Ist auch dabei gewesen. Wir gehen jetzt nämlich anbauen und... Oh, warte, ich habe eine Idee. Da hängt eine Spalte, oder? Ist das schlecht, oder ist das gut? Oder ist das schlecht? Wo würde man niemals vermuten, dass man wo anbaut, Leute? Das ist die Frage aller Fragen. Wo sind am... Also, hier oben kann ich so sagen. Hier fand ich sehr... Sehr, sehr... Ah, wobei doch hier verläufig Polizei. Aber man meint, ich nehme alles zurück. Hier oben wäre geil zum anbauen. Das Problem ist halt, ey, man... Mittlerweile sollte man vielleicht das anbauen und echt auf die Stadt ausweiten. Das ist so schwer, noch einen Spot zu finden. Es ist so hart schwer, einen guten Spot zu finden. Oh mein Gott, ich falle in die... Im Gegensatz, jetzt richtig. Ich muss sich nicht zuhören, die Damen. Ich hätte halt eine Idee, aber ob die so gut ist, weiß ich halt nicht mit der Kiste. Ich hier wieder hochfahre. Ist da noch der eine, der hier angebaut hat? Ach, Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz ist das. Aber der hat es geschafft. Der ist ja weggekommen damit. Ah, wobei, hier hätte ich schon eine Idee. Ich würde so lachen, wenn ich irgendwann mal ausgesehen den Cop überfahrt, der in so einem Bus drin versteckt ist. Das Trauer ist ja, das Auto ist überhaupt nicht versteckt. Ich guck mir das hier mal an. Ich glaub, das ist ein ganz... Koralla-Spot hier. Also hier unten ist nicht so geil, aber hier, schau mal, hier kommst du durch. Und dann kannst du hier hinten, glaub ich... ...haben Geräusch gehört. Dann kann ich hier, glaub ich, anbauen, ne? Das ist schon sehr geil hier. Doch, doch. Also wenn ich hier jetzt anbaue, das ist schon sehr... Ich sag mal, sehr, sehr gut, wenn ich das hier alles in eine Reihe bekomme. Ach, ich probier's mal. Komm, Scheiße. Also den Spot kennt keiner. Der hab ich jetzt mal rausgesucht auf Ehre oder Basis. Ich glaub, man sieht das, wenn man hier so direkt durchfährt. Nee, eigentlich in der Mulde ganz schwer nur. Ich probier's. Wir machen's einfach, Leute. Wir machen's. Bisschen näher, bitte. Ah, okay. Zu wenig Platz. Ah, wobei, nee, das ist zu wenig Platz. Hm, 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 hm. Aber doch, der Spot wär geil an sich. Der Spot wär richtig heftig geil. Wäre, wäre nur nicht da, dass so wenig Platz wäre da. Ah. Ja, ein Bäumchen. Hier drumherum, das sieht man sicher nicht von beiden, oder? Nee, das sieht man nicht. Das ist jetzt hier ein bisschen, äh, ja. Bis hier ein bisschen spazieren gehen, Leute. Dass wir immer neue Sachen finden. Wenn nicht immer an derselben, an derselben Stelle sein, ne. Ah, hier oben an den Bäumen. Das sieht sehr gut aus. Aber ich glaub, es ist zu steil, oder? Nee, das ist zu steil. Das kann ich nicht machen. Hier die Muld ist, glaub ich, sehr auffällig. Ja, gut. Sonst könnte ich halt noch hier anbauen. Aber ob das so geil ist, weiß ich auch nicht. Hm. Ja, find halt mal so'n Spot, ne. Find sowas halt mal. Wo keine Sau ist. Hallo, nicht erschrecken. Mann, warum sind die ganzen guten Spots immer weg? Boah, Alter, hast du mir grad in der Angst gemacht, ey. Ja, nee, alles gut. Ich such auch grad einen Spot. Ich wollte grad, genau hier wollte ich grad auch anbauen. Wir haben denselben Gedanken gehabt. Perfekt. Dann hab ich noch echt guter Spot, ne. Ja, ich hab mir nicht gedacht, ich geh irgendwo hin, wo keine Sau ist, weil in der Stadt. Ich schwöre dir, bei uns, äh, unten, äh, diese... Kennst du diesen Wald? Diesen ganz dichten Wald? Hm, ja, ja, ich weiss ungefähr, wo du meinst. Ah? Äh, da, wenn du bei der Autobahn fährst. Nicht so. Ja, ja, ja. Also ganz dichter Wald links. Da war grad alles vor mir Polizei. Ich wollte heute grad anbauen und alles full. So, warst du nur zwei Pflanzen? Ne, Mensch, ich war gerade dabei und ich hab Schritte gehört. Ach so. Deswegen dachte ich, jetzt guckst du erstmal um der Ecke, wär hier hochgerannt. Ich geb dir einen Tipp. Ich hab dich von da hinten schon gesehen, weil du komplett weiß angezogen bist. Ja, ich weiss, Kleidung ist ein bisschen scheiße gewesen. Nicht die beste Kleidung, Bruder. Na gut, dann viel Spaß da oben. Ja, ja. Ey, Jungs, ihr werdet das mir niemals glauben. Ich bin grad mit in der Pampa. Geh irgendeinen Berg hoch und da steht einfach so ein Skelettmann und baut grad an. Ich schwöre euch, ich finde die ganzen Spots, wo ich anbauen will, stehen Leute rum. Ja, moin. Das gibt's doch nicht. Da ist einfach ein Skelettmann in der Pampa, Alter. Und ich denke mir noch, ja, ich baue da an. Ist vielleicht ganz easy peasy, lemon squeezy. Komm, lass mal anbauen gehen. Ja, Bruder, hier oben ist doch perfekt. Ja, ist ein Skelettmann, der auf mich wartet und sagt, ja, Bruder, ich baue da gerade auch an. Ja, alles gut. Alles gut, kein Problem, verpisse ich mich halt wieder. Dann verpisse ich mich halt wieder. Und dann schaue ich mir noch einen anderen Spot aus. Das kann doch nicht sein, dass die ganzen guten Spots weg sind. Ich gucke extra dort, wo ich niemals denke, dass wer anbaut. Und genau dort bauen halt auch andere an. Wir haben halt dieselbe Idee. Bau dort an, wo du es niemals machen würdest. Aber genau da machen es ja dann die Leute. Und der Spot ist echt gut, Bruder. Der ist echt gut da oben. Da würde ich auch niemals auf die Idee kommen. Aber vielleicht sollten wir mir offensichtlich anbauen, wo keine Sau hinkommt. Ich meine, mein Problem ist, ich bin Livestreamer. Jeder sieht, wo ich anbaue. Und da kann ich nie sagen, ob jetzt wer gemetered hat, wenn wir mit Pflänzchen weg sind oder nicht. Ich muss da immer vollmäßig aufpassen. Also, habe ich mir jetzt mein Auto hier hingestellt? Da bin ich jetzt einfach vorbei gegangen? So gut habe ich es jetzt nicht versteckt, das Auto, oder? Ach, du Scheiße. Ach, nee. Wartet, wartet, wartet. Ich habe eine Idee. I have an idea. Da habe ich letztes Mal einen Spot gefunden, Leute. Da habe ich letztes Mal einen sehr guten Spot gefunden. Den machen wir einfach. Fahren wir mit unserem full elektrischen Skateboard dorthin. Weihnachtsmann, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle... Maske aufsetzen. ...kinderlieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann, ich habe einen guten Spot. Und den zeige ich dir mitten im Plot. Wetten, das ist wieder einer, der anbaut. So, äh... Jetzt noch vorhin, äh... Habe ich das schon vorgestellt, das wird Robin Rux... Rux, der hat hier, äh... ...neinmal 1 zu 7 Tonal, oder bin ich gerade komplett lost? Ich glaube, wir brauchen mal ein Fast-Sicherheit-Training hier hoch, finde ich eigentlich ganz gut. Das tut dir bestimmt auch ganz gut. ...kiss dich, Junge. Sohnemann, halt ein Gosch. Ich baue hier an, komm, scheiß drauf, besser geht's nicht, glaube ich. Also, wenn man einen besseren Spot hat, dann soll ich mir den verraten. Aber ich, ich glaube, das, das hier ist... Ah, guck mal, keine Collision. Hä? Das ist ja kein... Das dürfte keine Collision sein jetzt gerade, wartet mal. Aha. Doch, da ist... Aua! Nevermind, das ist eine Collision. Will ich denn da reingucken? Frag mich nicht, ich bin voll mit Schocken. Gut, ich baue an. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass ich alle Kinder liebe. Warum hab ich so ein Ohrbaum davon? Es sollte noch nicht mal Weihnachten. Was ist denn da los? Mobile Game, ich habe heute theoretische Fahrtpuffung geschafft. Ah, Kurs geht raus. Nee, ich hab das noch nicht vorgelesen hier von Robin, du druckst dir 107 Euro nochmal. Ich bin komplett lost, Bruder. Ey, Robin, warum nochmal so viel? Das bin ich gar nicht gewohnt. Robin, einfach nochmal. Er schreibt nämlich nie was dazu. Das ist übelst schlimm. Da weißt du gar nicht mehr, welche 1 zu 7 donation war. Äh, Lucius 1 zu 7. Schönen guten Abend. Grüße aus Schweinfurt. Kennst du mal? Lustig. Ganz lustig. Was, was? Zwei lustige Namen. Nein, die werde ich nicht grüßen. Aber Kurs geht raus. Man, Redcar, sind in den Autos angemeldet, die zwei neuen? Äh, ich glaube nicht. Das ist mir aber auch scheißegal gerade. Madness. Das 1 zu 7 Autoparkplatz wäre geil, um Autos direkt beim Anwesen wechseln zu können. Das habe ich, glaube ich, vorgesucht von Madness, gell? Ja, habe ich. Alter, nochmal hier an, äh, Robin Ruxer. Hauen wir nochmal einen fetten, fetten, fetten Like halt raus auf seinen Nacken. Leute, lassen wir nochmal all den Like-Button pushen, bis er blau ist. Das ist nämlich der Play-Button, äh. Ich baue hier gerade Hage-Button an, by the way. Das sind frische Hage-Button, äh, mit meinem Play-Button, äh, frische Pflanzen, äh. Irgendwie, warum habe ich das Gefühl, dass ich hier gleich festgenommen werde? Warum habe ich dieses, gerade dieses ekelhafte Gefühl, Leute? Dass ich hier gleich hops genommen werde? Aber ist mir scheißegal, ich mache das. Wir brauchen das Geld. Ich bin, ich bin sonst blank bald, Leute. Bald bin ich komplett blank gezogen. Dann war es das. Dann war es das, Leute. Ich hoffe, ich, ich, ich schaffe es hier noch am Rand anzubauen. Aber es sollte hinhauen. Also mit ein bisschen Glück. Warte mal, wenn ich hier so hingehe. Sollte ich es eigentlich schaffen. Gras braucht etwas mehr. Platz ohne, ja. Das ist mir scheißegal. Chill-Brüli nicht so schnell. Ja, klappt perfekt. Wenn ich das in so Dreiecksmuster anformen, dann nimmt das wenig Platz weg. Und dann passt das, finde ich. Das passt ganz gut, was wir machen. Lieben Sie grünen Tee, wir auch. Ich konnte es nicht lesen, schade. Hätte es jetzt gerne vorgelesen, was hier stand. Sie lieben grünen Tee, wir auch. Wir kaufen an. Was weiß ich, dass ein 1 zu 7 das gemacht hat. Zu steil, Alter. Wirklich, ist das zu steil für Pflänzchen? Nee, komm, das geht doch, Bruder. Komm, das geht doch. So steil ist es nicht. Du morgens zerstörst da unten das Tor, oder was? Super. Komm, der muss jetzt aber gehen, oder? Immer zu steil. Perfekt. Ist das so steil? Ach, komm, lass mich doch anbauen. Das ist nur zu steil. Komm, HDF. Kommst du einfach leise. Ich habe noch 13 Stück. Wie soll ich das hier noch ausgehen, dass man es nicht sieht vom Weiden? Ja gut, ich hatte es schon irgendwie geschafft, Leute. Ich schaffe das schon. Wenn ich das gut hier platziere, dann schaffen wir das. Wir müssen nur wissen, wie wir das genau machen. Ich glaube, ich habe da eine gute Idee. Also in den Dreiecks, äh... Ach, doch, das klappt. Und hier gehen wir dann weiter. Ja, doch, das klappt irgendwie. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Jetzt darf nur da keiner reingucken. Andel die Toilette Sprengmeisterente. Das ist auch einen wunderschönen Namen, den du dir da ausgesucht hast. Kannst du meinen besten Mitarbeiter Andel die Dicke Ente grüßen? Und mich, Heinz, äh, Heinz Peter. Ich grüße Andel die Dicke Ente und den Heinz Peter. Dankeschön. So, 649, danke für den Euro. Und Robin nochmal. Heute Fußraubspinne. Lange nicht mehr gemacht, oder? Ja, mal schauen, mal schauen, ob wir heute eine Fußraubspinne reinballern. Mal gucken. Ich bin ja heute richtig aufgechillt im Stream. Ey, Leute, wir haben wirklich 988.000 Abonnenten? Ja, heftig. Krass. Da muss ich aber den Titel oben ändern. Und 13.000 stimmt jetzt nicht mehr. Es sind nur noch 12.000. Danke, Leute. Also, was ich nicht wusste, abonnieren, Glock aktivieren. Ganz wichtig. Wenn wir zusammen die 1.000.000 knaggeln. Vielleicht heute auch noch live on stream. Natürlich hat es Spaß. Das ist natürlich nicht möglich. Lustig wäre es aber. Da müsste aber, glaube ich, ein Wunder passieren, dass das passiert. Da müsste, glaube ich, ein PewDiePie dazu auffordern und ein Montana Black. Ach, das ist wahrscheinlich Thomas. So. Ach, komm. Ach, geht doch. Ja, dann machen wir die Pflänzeln hier ready und fertig und dann hoffen wir, dass das klappt so. Dann hoffen wir, dass das so klappt. Wenn nicht, dann klappt es nicht. Wenn doch, dann doch. Ich glaube, der Anbau hier ist relativ unauffällig. Sollte sein. Er ist ziemlich einfallslos. Nee, weil ich bin ja letztes Mal vorbeigefallen und dachte mir so, ey, da wäre doch super zum Anbauen. Und dann war der da hinten über Polizei, wisst ihr noch, wo die irgendwas gesucht haben. Und da hinten war Polizei. Und sie haben den einen Typ, wenn ich hoffe es genommen, den einen Angestellten von den Stadtwerken. Das war das Lustige. Ach komm, Bruder, warum dauert das so lange? Also, Olli, Thomas wäre jetzt da, gell? Ich will doch anbauen. Ich habe doch immer sechs Pflanzen. Das ist hier halt echt, also, sorry, ich darf sagen, das ist kompliziert hier anzuwohnen. Das ist echt kompliziert. Das sieht leichter aus, als es ist. Ja, tut das. Komm, ich mache da jetzt eins rein. Aber wir sind immerhin gleich fertig, dann haben wir es. So, jetzt wird dann gleich Tag, das ist schlecht. Da wird sicher eine Airborne aufgehen. Dann sind die ganzen Pflänzchen weg. Ist mir scheißegal. Weil ich bin der Gewinn und wir kommen in meiner Welt. Das können wir echt etwas schneller machen, ne, mit dem Armpflanzen. Das geht echt auf den Sack nach einer Zeit. Noch drei Stück, alter, bitte. Ja, jetzt, jetzt sieht man es von der. Also, wenn hier mal bei oben fährt, dann sieht man es. Fällt gerade auf, ich habe keine Waffe dabei. Ich bin so ein Idiot. Doch, das mehr Platz haben gewachsen. Chill, Brudi, nicht so schnell. So, und hier auch nochmal. Boah, die letzten zwei, bitte macht die noch fertig. Die letzten zwei und dann bin ich happy. Dann gehen wir das düngen und dann sind wir fertig. Also, so extrem angebaut habe ich noch nie wie hier gerade. Also, so kompliziert habe ich noch nie angebaut. Also, alles war einfacher als das hier. Sogar das am Strand war einfacher. Also, das hier ist ja kompletter Schmutz hier zum Anbauen. Ich frage mich nur, warum das hier so ist. Ist das jetzt eigentlich überdacht, das eine? Ne. Gerade so nicht. Ja, Gott sei Dank. Gerade so noch durchgehend. So, jetzt können wir hier immer Fühl machen. So. Ich hoffe aber, dass das so klappt, ne? Anl die Toiletten Sprengmeister, Ente. Fuhl. Fuhl. So, mit Furz dazu. Weil, kann man das beides eigentlich auf einmal drücken? Fuhl. Ne. Fuhl. Fuhl. Warte, ich muss zuerst Furz und dann... Fuhl. Ah, ja, funktioniert. Warum geht Fuhl schneller? Fuhl. Als Furz? Der braucht ein bisschen zum Laden, der Furz. Fuhl. Warte gleich. Fuhl. Ja, jetzt circa. Also, man kann schon beides auf einmal drücken. Cool. Habe ich wieder was gelernt. So, wie geht's im Chat? Seid ihr noch alle aktiv, Leute? Ist schon wieder eingeschlafen mittlerweile, nach dem ganzen Anbau hier. Nach dem Farming Simulator. Fangen wir gleich über den Acker mit dem Trucker. Wenn das hier so weitergeht. Oder wird hier wieder gewettet? Es ist hier wieder gewettet, wie das irgendwie einpennst bis heute. Mach mal sonst einen ASMR-Stream heute noch draus. Zum Einschlafen. Ah, ja, ein hundiger ASMR-Stream. Hm. Ja, das wär's jetzt. Eine ganz entspannte, ruhige, angenehme Stimme. Die gerade anbaut. Olli? 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 Wir sind unterwegs. Can I get it? Olli? Olli? Ich bin enttäuscht. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Jetzt komme ich mir richtig doof vor. Wer, wer bitte war das gerade? Ja, der Cheffe. Warum? Wieso? Ich bin ziemlich enttäuscht, dass das nicht funktioniert bei euch. Oh, ja? Nein, das war nicht mit Elan. Das ist wirklich echt traurig. Alleine mach ich das nicht. Ja. Einer muss anfangen. Einer muss. Wir machen ja eine Chor auf. Ne, ne. Jetzt ist schon uncool. Jetzt hab ich angefangen, jetzt ist das einfach nur ein Cringe. Es ist, wie wenn du in so einem Saal sitzt, wo einer anfängt zu klatschen, aber keiner klatscht mit. Das ist einfach nur peinlich. So. Ich hab gedacht, ich krieg was zurück. Nee, ich krieg nichts zurück. Eieiei, unangenehm. Ganz schön unangenehm gerade. Ein bisschen leiser versuche zu schlafen. Ah, echt? Oh, gut, da machen wir aber eine schöne Gute-Nacht-Musik rein. Das ballert ein schön. Ah, das hier. FBI, ich hoffe da! So, ich weiß, dass der eine oder andere einen Herzinfarkt bekommen. Vielleicht die anderen, vielleicht aber auch nicht. Da gibt's jetzt dieses Klopfensound-Effekt. Kennt ihr das? Wo Streamer was gespendet bekommen? Da kommt so ein Klopfensound rein. Das ist richtig assi. Das reinballerst. Einfach so. Hast die Ohrstöpsel drin auf einmal, klopft's irgendwo. Die Pflanze wächst und fühlt sich wohl. Ja, das ist ja schön. Jetzt, wenn ich diese Kackpflanze mal schneller mache, muss weiter. Ich muss heute noch, äh, ich wollte noch einen Termin beim, äh, Urologen. Ich muss mir meinen Arschloch anschauen lassen. Das ist die beste Ausrede ever, wenn du auf einer Party bist und einfach keinen Bock auf die Leute hast. Ich muss heute noch zum Urologen, Bruder. Ich muss meinen Arschloch anschauen lassen. Ja, das ist die Ausrede, die ich immer nutze, wenn ich gerade irgendwo schnell hin muss. Kann ich euch wärmstens weiterempfehlen. Die Blicke wird er nie vergessen, so. Gut, äh, wo ist denn hier noch? Noch ungefähr, äh, 97 Tragen. Das Trauerige ist halt, ich hab nichts zum Wehren. Ich hab keine Waffe. Das heißt, wenn hier irgendwer um vorbeikommt und mir die Waffe aufm Schäl hat, dann bin ich echt... Ui! 135.000 ins Firmenkonto eingezahlt. Das ist ja schön. Gut, wir sind gleich fertig, Leute. Die letzten zwei Pflänzchen noch und dann hauen wir da ab. Dann können wir erstmal einen Timer stellen und dann hoffe ich, dass das so klappt. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Können wir schnell den Spot. Perfekt. Dass ich ihn ja nicht vergesse heute. Das ist schon einmal passiert. Da, wobei, den vergesse ich, ist ja neben dem, äh, neben dem blöden Werk da drüben. So, die letzte Pflanze. Bitte mal schneller. Ich muss jetzt echt los, Bruder. Ich muss ganz schön los. Was sollen die rein hier in den, wochen Transport oder was? Geschafft, Leute. Wir haben's geschafft. Pflanzen sind aktiv. Was ist das? Gehen, ja! Ja, ins Bruder-Auto. Niki E39, fühl dich hart in Amst, auf Ulibir's Buntigam. Ab Buntigam, scha. Ab Buntigam. Kuss, kuss, kuss an Niki E39. Weiß nicht. Dass es so die Scheiße ist, jetzt muss ich hier irgendwie mit die Maske wegmachen. Wir hätten genau jetzt, hat hier ein Polizeiauto oder sowas vorbei. Bei meinem Glück. Wetten wir? Wetten wir genau jetzt kommt so ein Polizeiauto entgegen. Bei meinem Glück, bei meinem Lack, das ich immer habe. Zu meinem Auto. Ich gebe dem Polizeiauto noch 5 Sekunden, sich zu nähern. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich dachte schon, es ist ein Polizeiauto da vorne. Schade, ich dachte, es kommt ein Polizeiauto. Da dachte ich gerade wirklich. Ich habe immer so einen Lack, wenn ich irgendwo rausgehe. Weil ich irgendwas Illegales gemacht habe, kommt ein Polizeiauto entgegen. Wie letztes Mal, wo ich da anbauen wollte, auf einmal 50 Polizeiautos da. Wisst ihr noch? Ei, ei, ei. Ich habe gerade noch so ein bisschen Glück gehabt. Ist das, was mein Auto noch da? Bitte, das ist doch hier drin, ne? Ist das hier vorne, Polizei? Ne. Ach, das ist der von vorhin. Hallo? War sehr auffällig, was der macht, ne? Warum verschlossen? Gut, dann verpisse ich mich mal. Oh doch, mein Auto ist da ziemlich gut versteckt da drin. Habe ich gut gemacht. So. Alexa, stell einen Timer für 30 Minuten. Alexa, stell einen Timer für 30 Minuten. Klappt doch. Ach schon, es wird jetzt Arbeit. Ich muss ein Dings rausholen. Dann ruhig ich gleich mal eine Waffeleisen raus und dann geht's los, Leute. Dann geht's los jetzt. Dann haben wir es gleich. Und die dauert kurz. Ja, alles gut. Also machen wir zuerst die Pflänzchen fertig und dann geht's los. Oh, so war Polizei hier, oder? Das ist doch Polizei. So wie der Rasse ist es auch... Ist das ein Kopf? Was ist denn da so? Oh mein Gott, ist das ein Kopf? Ne, das ist kein Kopf. Ich dachte, das ist ein Kopf. Wir müssen ein bisschen einkaufen gehen, Leute. Wir brauchen nämlich Batterien und einen Radlfahrer. Also, es war kein Radlfahrer. Gott sei Dank, habe ich die mitgenommen. Ich dachte, es wäre ein Radlfahrer gerade. Schade. Das ist das andere Spiel. Wir brauchen also Batterien und Lithium und die ganzen anderen Dinge. Und aufs Kirchen muss ich, aber ganz dringend. Dann pisse ich wieder in dieses Regal rein, wo letztes Mal der Dosen-Sack umgefallen ist. Siehst du noch? Ach, das waren schöne Zeiten. Aber machen wir das schnell. So, einmal rein, einmal hin und alles drin. Ich dachte, das wäre Schande, ihr GTR. Ich dachte gerade, hä? Auf den ersten Blick ganz kurz gedacht. Aber es ist doch nicht. Es ist so. Ein Minertenparkplatzstellen. Perfekt. So, und dann in die Brotabteilung und erstmal fett pissen gehen. Letztes Mal in der Brotabteilung. Ja, guck hier, die Brotabteilung. Und diesmal stellen wir uns hier hinten hin, dass uns keiner sieht beim Brot kaufen. Äh. Gehört das so? So. Dann sind wir gleich wieder da, Leute. Erstmal ein bisschen in die Brotabteilung pieseln und dann sind wir gleich wieder da. Also, Leute, wir sehen uns gleich. Und die Doni, die lese ich gleich vor. Ich muss noch ganz dringend aufs Klo, Leute. Gleich wieder hier, gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Gehört das so? Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, sorry Leute. Bin wieder da. habe ich noch was zu trinken geholt, habe ich noch was zu trinken geholt, habe die Katze reingelassen. Perfekt. Gut, äh, warum so viel F in the Chat? Warum F in the Chat? Habe ich was verpasst? Warte mal ganz kurz. Ähm. Ist Freddy auf Insta live? Ist Freddy auf Insta live? Freddy, was machst du denn in deiner Freizeit? Ich dachte, du bist auf Montage. Weißt du? Oder bist du? Oder bist du? Oder bist du? Ist Freddy grad auf Montage? Warte. Na, Freddy ist grad live. Ach, er tut von der Arbeit aus streamen. Ja, das ist ja mal geil. Er streamt einfach mal von der Arbeit aus. Leute, lasst mal Liebe da, weil Freddy im Chat. Michael Mahai. 103 Zuschauer jetzt. Ja, moin. Mit Iggy Brunnhuber, RLO. Aha. Mit einem Polizisten? Na, wie kannst du noch? Ich wette mit dir dann welche im Stream-Chat geschrieben. Na, da werde ich ja im Stream-Chat geschrieben. Auch nicht schlecht. Cute. Ach, du Scheiße. Liebe geht raus. Jetzt muss ich aber weitermachen, sonst wird das hier heute nichts mehr. So, äh, Dankeschön an... Ich muss mal hier vorlesen. Sorry, Leute. Äh, Andle. Äh, das habe ich vorgelesen. Äh, Zockerbande, 1 zu 7. Heute live bei RLO. Raus aus den Schulden mit Mark Rumpel. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Das ist das, wonach wir heute eigentlich raus sind. Dass wir heute mal schuldenfrei leben können. Äh, ist bei dir noch alles gut? Und? Bei wem? Bei Schärfe. Äh, ja, du, ich war grad... Ich hab grad ne Pinkelpause im Rollmal eingelegt. Bin wieder da. Ah, okay. Äh, mal zu lange nicht zu weit. Ich dachte schon, bist du im Verbot eingefallen. Nö, nö, alles gut. Kleine Pinkelpause eingelegt. Mir geht's supi. Fahrt ich für sowas durch ins Auto aus? Äh, ja, ins Auto aus, sonst krieg ich Hausverbot. Aber ja, eigentlich macht er immer in die Pflanze rein, wenn ich dort bin. Ich doch. Und die haben ja genug davon. Joa, weißt du das hier, wenn's schnell, wenn's schnell gehen muss? Joa? Joa. Ne, wir wollten ja noch Rabatte kriegen gegen die neuen Firmenfahrzeugen. Ich glaub, dann ist das nicht so gut. Na, stimmt, ja. Bietet langsamer Zeit, ne, dass wir da nen Rabatt bekommen. Vielleicht kriegen wir noch nen After-Rabatt. Nachdem wir so viel schon bestellt haben da drüben. Einfach mal beschweren gehen. Also, äh, Domi, Kuss geht raus und Harry... Oh mein Gott, schon wieder Harry. Alter, immer wenn ich Harry lese, weiß ich doch schon, was auf mich wartet. Warum lese ich überhaupt noch Harry vor? Harry, Kuss geht raus, der echte. Also, mich kann man sehr schlecht pranken, Leute. Also, ich muss sagen, ich hab jetzt schon einen Spot angebaut, äh, die Pflänzchen. Und ich würde dann kochen fahren. Halt aufm Berg hoch, ne? Boah, das Ding schiebt, aber... Ja, außer ich hatte die Fragen, wer das mitkommt, ne? Ja, ja. Nicht vergessen, Fallschirm kaufen. Ja, ich hab einen. Perfekt. Und Fluchtfahrzeug unten hinstellen, wo er halt, äh, abspringt dann. Ja, ja, ich würd halt mein P1 vorerstellen. Du bist in First Person zu fahren, ist voll geil. Meine Pflänzchen sind weg. Deine Pflänzchen sind weg, was ist denn passiert? Das ist belastend. Ich glaub, die Korps haben die gefunden. Die sind da vorhin schon zigtausendmal vorbeigefahren. Wo hast du denn angebaut? Äh, Tomatenverarbeitung. Am Hafen unten. Nein, 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 nein. Irgendwelche? Weg neben dem Gelände. Tomatenverarbeitung. Achso. Ja, aber dort haben sie ja gerade eh alles Hobbes genommen. Ja, ja. Ähm, Hedin? Ja. Das Dach bitte meiden heute, okay? Welches Dach? Welches Dach? Äh, so. Ja, 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 ja. Das ist der Sound-Dobbe Spende. So. Tanken. Äh, Henry. Horst Schäfer, dankeschön. Mach mal richtig Ärger bei der Polizei, bitte. Ich hatte heute schon richtig Ärger mit der Polizei. Ja, ja, ja. Ich bin viel zu schnell gefahren. Fünf kmh fast zu schnell, dass der Führerstand abgeschnüttelt worden wäre. Ne, ich möchte heute eigentlich kein Ärger. Ich will eigentlich Umsatz machen, weil ich kein, ich hab kein Geld mehr, Leute. Das Geld, was ich gerade hier auf der Kralle hab, ist mein letztes Geld, was ich hab. Danach hab ich nichts mehr. Immerhin ist Tank noch günstig auf RLO. Das kann man sagen. Einem voller Tank, guck, was der jetzt zahlt ist für einen vollen Tank. Nicht mal 30 Dollar. Das kommt, Spritpreise sind vollkommen okay noch auf RLO, aber trotzdem. Also jetzt, schau mal, ich hab jetzt, das ist Sagungsschreiber auf der Wallet, ich hab 38 Dollar auf meinem Bankkonto. Und 3.800 Dollar haben wir so. Und Filmenkonto ist, ja, wird langsam wieder full. Aber trotzdem. Filmenkonto hat mir schon viel Mille und Freddy hat Haus gekauft. Mit den anderen Dudes für 17 Mille. Was ich finde, sehr, sehr teuer war, aber gut. Hast du mich wieder mit dem falschen Auto gefahren? Ich wollte ja... Äh, ich bin so ein Trottel. Ich wollte mit dem anderen fahren. Ich wollte mich schon mal einlagern. Die ganzen Sachen. Ja, wann möchtest du denn kochen gehen? Äh, ich? Oder wer? Äh, ich kochen oder wer? Achso, ähm, also ich, ich mach jetzt folgendes noch. Ich würde noch warten. Meine Pflänzchen sind so in 20, ne, so, so 10 Minütchen sollten die fertig sein mit der Stage, dass ich sie düngen kann. Und, äh, danach würde ich hochfahren. Und bleibt einer unten, dass er die Pflänzchen abbauen könnte? Ja, ich kann unten bleiben. Ja, perfekt. Oder müsstest du sie nur noch ernten. Das wäre super. Wo stehen die? Äh, ich gebe dir dann die Koordinate durch, wenn ich dort bin. Ja, perfekt. Warte, hab ich denn nur mal eingespeichert? Mhm. Ja, nur mal eingespeichert. Kannst du mir bitte eine Nachricht senden? Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt eingespeichert habe. Äh, ja, warte. Weil nicht, dass ich irgendwas... Ah, hatte ich nicht. Ah, siehste, hatte ich nicht eingespeichert. Perfekt. Gut, ich speichere dich gleich mal ein. Lukas. Also, eine gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Digi. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Nachti. Komm rein. Ist das mit C, oder? Mit C war das doch, ne? Lukas mit K. Ist mir scheißegal, Lukas, du bleibst mit C. Lukas mit K. Lukas mit K. So, Jenny. Ah, ich hab den schön gekauft. Ich will den ja übrigens gern umlackieren, aber es wird nix. Äh, ich soll den vielleicht... Ah, doch, komm. Das ist wieder nicht viel kosten, einmal umlackieren, oder? Was kostet so eine Umlackierung? 5 Dollar? Bei dem Wagen? Ah, ich muss nur aufpassen. So, was kostet das hier? Optik, Lackierung. 22 Dollar. Ja, gut, das geht. Braun. 22 Dollar. Ich werd grad von Freddy geradet. Kurz geht raus an Freddy. An Fred. What? Da werd ich geradet vom kleinen Freddy. Schau. Der Freddy Krüger. Freddy von Alkali. Daher kommt das Fred Ward, weil die bei Alkali mir Fred Ward gesagt haben. Will die es nicht wissen. Eieieiei So, ich mach das braun. Schokobraun. Damit sie so auffällt im Wald. Ist doch geil, oder? Was sagt ihr? Schokobraun? Dunkler Espresso? Das ballert schon hart. Da gehst du schon etwas unter im Wald. Sekundär brauchen wir nicht. Perlack brauchen wir nicht. Jawohl, perfekt. I'm ready for Miami. We can put our hands up in the air. Ja, ein Offroader wäre gut zum Aufschieben. Guck mal, das sieht doch kacke aus. Na gut, egal. Ich fahr so. Mit meinem Kackmobil. Guck mal, wie das aussieht. Sieht echt aus wie so ein Kackmobil. Von beiden. Kackbraun, Alter. Kackbraun. Ja, passt schon. Ich meine, es ist eigentlich nur dazu da, um zu kochen dafür, sonst ist ja nichts da. Also wir gehen ja damit ja nicht einen Campingausflug machen oder so. Der Tank ist auch fast leer. Also ich kann mir das nicht mehr leisten, dann den Unterhalt für irgendetwas. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier irgendwie überlebe. Ich habe noch einen Benzinkanister. Ich hoffe, da ist noch was drin. Wobei, der kostet ja so viel, ne? Mhh, wäre ich schon tanken gewesen. Warte, geh die Tank... Ah, da hinten ist in der Tankstelle, ich tank das sonst voll. Bevor ich den guten Benzinkanister dafür aufgebe. So, einmal tanken, bitte. Bitte einmal tanken. Klappt doch. So. Da siehste, der Profi. Der Sparfuchs. Mackerlump, Freddy Arm. Ich kaufe ein A und löse Bockwurst. Was? A Bockwurst. Ich kaufe ein A und löse Bockwurst. A Bockwurst. Oder wurscht. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Bin ich komplett bescheuert im Schädel. Mackerlump. Das ist ein Tipp für Klatscher. Kuss, kuss, kuss. Kuss geht zurück. Aber kuss, kuss. Ne, das muss kuss, kuss, kuss. Sagt der Boot immer. Einmal kuss, 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 bitte. So, jetzt sollten wir aber genug Geld haben und dann... Ah, doch. Das geht sich... Wie viel habe ich denn dabei? Fünf Stück. Das geht sich sogar aus. Wow. Es geht sich perfekt alles aus, Leute. Exactly. Glaub ich halt, außer ich habe den Preis nicht mal geschickt im Kopf. Was sollte ich ausgehen mit 2000? Sollten wir... Also mit 2000 Dollar sollten wir jetzt auskommen, weil es kostet 500 pro Stück, glaube ich. Pro... Ja, genau. Aceton 100 Stück und wir nehmen ja 5 mit. Du brauchst ja pro Ladung. Da geht sich das aus, Alter. Alter, ich habe alles richtig gut aus. Also ich habe es ja nicht ausgerechnet, aber trotzdem. Wir sind ja richtig gut, Leute. Wir sind ja richtig gut. Also normal, ich bin raus. Gutes Nächte. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Wobei, ich... Weißt du was? Wir machen zur Sicherheit wirklich mal nur vier. Ich mache vier Ladungen. Das sollte mir reichen. Die fünfte. Oder soll ich? Was ist das? Was ist das? Fünf, zehn. Was ist das? Was sind jetzt drei? Bin ich bescheuert im Kopf? Hä? Was ist das? Was labere ich denn? Eine Ladung ist ja fünf. Ja. Jetzt habe ich vier Ladungen. So. Äh... Ich würde sagen, vier Ladungen reichen, oder? Vier mal kochen. Hintereinander. Das ist schon... Ja. Ja. Wenn schon, denn schon, ne? 500 Dollar pro... Ja. Komm, scheiß drauf. Wir machen es. Wir machen es einfach. Wir ziehen durch, Leute. Wir ziehen durch. Wenn schon, denn schon. Jungs und Mädels. Ich habe zwar kein Geld mehr, aber das ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh. Hilfe. Hilfe. Nein. Hilfe. Hilfe. Ah, jetzt. Der Herr. Hallo. Der Herr. Hallo. Ich habe vorrangig. Dankeschön. Rechts vor links. So. Los geht's, Leute. Pack mal die Schüsselbohr ein. Und dann würde ich sagen, so ein Ding ist das. Jetzt kann ich endlich meinen Red Bull aufschmeißen, Leute. Richtig geil. Sag mal, Leute. Die, die jetzt noch gerade da sind, so. Hm. Hm. Es ist ja schon relativ spät. Man geht eigentlich immer meistens schlafen. Hm. Weil ich muss sagen, ich bin ja totaler Nachtmensch, aber ich muss auch nicht früh raus. Ich kann mir das hier schön einteilen. Und jetzt so, ich stehe dann zwar später auf, macht dann eine Nacht durch. Ich bin so der komplette Nachtmensch. Man geht nicht immer so pennen. Also Chat. Waffeln brauche ich. Ja, ja, hole ich alles. Bin ich gerade dabei. Ich habe jetzt nochmal Vorbereitungen getroffen für das. Alexa, wie lange geht der Timer noch? Alexa, wie lange geht der Timer noch? Sechs Minuten. Perfekt. Dann fangen wir an zu sehen vorbei. Yes. Vier Uhr. Zwei Uhr. Null Uhr, ja. Guter, guter Wert. Null Uhr ist perfekt. Ja. Zwei Uhr morgens. Ganz viele. Zwei Uhr. 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 Wenn ich einen Schlafrhythmus habe gehe ich auch um 0 oder ein Uhr Schlaf nachdenken. Das finde ich normaler Schlafrhythmus. Wenn ich einen schlechten Schlafrhythmus habe gehe ich um fünf Uhr 6 Uhr oder um... Es zieht sich weiter bis 10 Uhr, ja. Dann habe ich einen komplett kaputt im Schlafhugnis. Das sind Palito Schiffe. Palito Parkplatz? Ja, Palito. Ich glaube, bis zweiein ist drüber. Ich bin nicht mit einer Reine. Oder sonst irgendwer, Olli, Rollo. Ne, wir haben noch Pflanzenstäme. Ja, auch die können. Ich bin der Pflanzenkümmerer. Marc, passt ihr dir ein eigenes Luftauto bereit? Oder soll ich eins machen für uns weiter? Ja, ich mach mal eins bereit. Ist alles gut. Alles gut. Wichtig ist, dass du es gut versteckst, wenn du es machst. Weil die Kopf sollen jetzt niemals finden. Am besten im Busch oder irgendwo. Ja, ich muss halt schauen, dass es in der Range ist, wo ich noch mit dem Fallschirm hinkomme. Ey, du kommst mit dem Fallschirm, kommst du bis rüber zum Schiff. Also das schaffst du locker. Okay. Du könntest theoretisch bis zum Schiff rüber mit dem Fallschirm und dann dort mit dem Boot abhauen. Wenn du es wirklich so haben willst. Oder stell den Auto in den Bootsanlieger. Da geht's auf. Also da würde ich mir am nächsten Sorgen machen. Na ja, so ein Ding ist das, liebe Grüße. Grüße geht raus. Grüße geht raus, so. Waffen nehmen. Ich nehm ne P90 mit. Ne Glock 18 mit. Und ne P90. Wenn wir schon illegale Sachen mitnehmen, dann können wir ja gleich alles einpacken. Rüstung anwenden, Position auffüllen. Perfekt. Alles ready. Habe ich doch irgendwas vergessen? Ne, ne. Alles, alles parat, ne. Arbeiter des Magazins soll drin sein? Äh, oder nein. Kein Arbeiter des Eiger. Schmerz. Passt schon. Reicht. Das reicht. Das reicht, Jungs zu mir. Ich glaube, ich habe noch ein Auto. Meiner sind gefühlt immer leer. Ja, Spieler zahlen immer 80 Leute um die Zeit. Das passt. Das passt schon. Ja, man muss auch mal hustlen. Man kann nicht jedes Mal direkt Bankraub oder sowas machen. Man muss auch manchmal so hustlen. Geht halt auch nicht anders. Ich werde nur ganz schnell das Auto, glaube ich, umparken. Ich werde ihn anders rausholen. Ey, der Wagen ist mir zu auffällig. Wenn ich damit irgendwo stehe am Straßenrand, der blitzt so heftig raus, das geht halt nicht. Jetzt holen wir jetzt einfach so ein, äh, ich weiß nicht, unauffälligeres Auto. Der wächst nicht. Irgendwas Sportliches aber. Irgendwas Sportliches aber. Da haben wir nicht, ähm, wir haben hier, ja gut, äh, den hab ich auch vergessen. Das ist ja irgendwas Sportliches. Ich wollte gerade den, äh, den, äh, den Lamborghini, der ist aber auch so auffällig in der Farbe, ja. Das ist auch das Problem. Ja, moin. Überlegen. Und dann erstmal nachdenken. So ist's. Hallo. 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 Na, was wird? Ja, wir haben selber. Ja, aber so weit. Doch, glücklich bei den Sicherheitsleuten. Ja, die sind ganz cool. Ja. Wir könnten, Performante, nee, R32, A80, Supranismo, Taycan... Oh, etwas lang, ne? Ja, gleich. Hab's gleich geschafft. Ohne ne Minute. Nee, ich hab's wirklich gleich so. Wie sie gar nicht stressig ist, ne? Manuel Rost, bin leider erst jetzt dabei. Wenn ihr die vorigen 3 Stunden auf jeden Fall nochmal nachbaut. Von Akustik raus, Manuel Rost. Kein Problem. Nur Problemoko. Dem Auto ist, by the way, das Video entstanden von TikTok. Mit dem Nost-Einspritzen-Sting. Das ist so geil in dem Teil. Oder war das im Leben, oder ist das im anderen GTR? Ich bin mir grad unsicher. Also, entweder das war DER GTR, oder ein anderer. Und das ist voll abbremsend. Ich kann mir das hier vorne echt nicht leisten. Oder wenn ich hier durchfahre, bin ich arm, dann habe ich nichts mehr. Ist noch Rechnung offen? Nee. Aber ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung. Wenn man kein Geld... Ich bin immer nie so knapp bei Kasse, wie jetzt gerade. Also, so knapp bei Kasse war ich lange nicht mehr. Warte, hab ich eigentlich Dings dabei? Ich hoffe... Bruder, ich hoffe, ich habe das nicht hier liegen lassen. Ich glaube, ich habe es mitgenommen. Bin ich dabei? Ja, ich habe Dinger dabei. Perfekt. Ich habe Dinger dabei. Ja, 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 ja. Look at me. Look at me. Ich habe den Dinger dabei. Alexa, stopp! Wir sind perfekt angekommen. Perfekt. Ganz wichtig, dass wir uns hier irgendwo hinparken. Dass die Polizei denkt, wir sind hier links irgendwo. Am besten hier. Wir packen uns hier. Wir packen uns hier gleich hier hinten ein. Oh, ja, ist hier offen. Einmal gratis zum Stehen. Wenn ihr sich ja gerade von irgendjemandem beobachtet. So! Nicht vergessen, die Maske aufziehen, Jungs! Oh, das Skateboard raus von Jungs! Und dann gehts los. Dann gehts los, Leute. Auf zu dem Pflänzchen und hoffen, dass sie noch da sind. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, weil dann bin ich komplett blank. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und die Koordinaten muss ich noch zusenden, genau. Ready your heart. Jetzt kommt sicher Polizei. Nein, nicht. Keine Polizei. Ui. No problemoko. Keine Polizei. Weit und breit. Look at this. Look at this. Keine Polizei. Perfekt. Perfekt. Gut. Dann fang mal hier rüber. Hoffentlich könnte das Wohnmobil niemanden da drüben. Wo bleibst du? Ich? Ich tu die Pflanzen noch düngen und sind die Koordinaten und dann bin ich gleich drüben. Okay. Ja. Auch das düngen muss ich machen. Edwin, wo bist du? Allee, tschau. Tschau. Wir kommen mal kurz vorbei. Ahhhh. Wie schön. So. Venten werden gemacht und dann geht's los, mit der fett gekocht. auf irgendeiner Basis. Ich musste heute um 8 ins Bett. Um 8 schon. Und dann hier noch dabei sein. Uiuiui. Ich eröffne eine Kfz-Werkstatt und nenne sie Autokorrektur. Ich wünsche erst einen Erfolg beim Kochen. Schönen Abend noch. Schau morgen weiter. Kurz geht raus und mach keine Lumpen. Die Autokorrektur. Ja, das geht immer nicht schnell, ne? Ich muss ihm die Koordinaten zusenden. Habt ihr, by the way, die Koordinaten gesendet wegen dem Pflänzchen? Oh, ich schreie. Ja, perfekt. Ich habe geschrien. Scheiße, ich schreie. Das ist nicht gut. Mach es nicht. Mach es nicht so. Lass deine Träume hinter dir und mach es nicht so. Weil das ist schrecklich. Burnout, Alter. Mit dem Kocher. Let's go. Don't scream when you... When you're farming the wheat. mit der Kusch. Die Marihuana. Die Good Stuff. Ja, 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 ja. Don't do it. Ich habe manchmal überlegt, aber eh im anderen Stream so zu reden, so mit der Käse Sanidote. Der Spock. Hallo? So ein Charakter wäre so lustig. Der Spock. Ja, das ist der Käpt'n Spock und wir sind jetzt unterwegs im Traumschiff und die Chana und die Chana haben noch eine gute Käse Sanidote kriegen und ja, dann ist mal Chana, wo wir hinfahren. Bitte den wo wir hinfliegen, du blöde Kuh. Ah, das wäre so lustig, so ein Charakter. Ich stehe mir so richtig lustig vor, so ein Typ mit so einem Zopf hinten, der so redet, Alter. Können wir so gut vorstellen. Jo, was haben wir denn da jetzt? Ah, Jacqueline. Jetzt müsst ihr das sperren. Ey, wann ist der Termin oder habe ich ihn verpasst? Du hast ihn gerade verpasst bei der anderen Seite. Der war ganz am Anfang. Um 20.30 Uhr war schon der Gerichtstermin. Ah ja, um 20.30 Uhr. Haben wir aber gar 50 Mal schon gesagt und streamen, wann der ist. Letztes Mal halt. So, jetzt machen wir da die Pflanzen fertig. So, schauen wir gleich einmal. So, die Pflanzen machen wir auch noch schön. Und dann schauen wir, ob wir noch zum Traumschiff hochfliegen und da können sie auch nicht dort essen. Ich habe da keinen Slot mehr frei für Charaktere. Ich würde so feiern. Das Raumschiff-Surprise. Dann fliegen wir mit so einem Raumschiff, Alter. Mit solchen Anzügen. Das wäre so lustig. Und das Traumschiff. So, jetzt haben wir aber alle Pflänze, ne? Perfekt. Schnell weg, Alter. Schnell weg, bevor die Polizei kommt. Und ich bin weg. Oh, Mandy, Dankeschön. Mandy Winkels für die netten Worte im Chat. Kuss geht raus. Am besten kann ich den Ranger echt. Ah, das ist nicht mal gern hören. Warte, wie redet der doch mal? Der Ranger. Ah, ich kann ich überhaupt nicht. Aber das, das kann ich. Der Spock. Der Käpt'n Spock. Ja, dann müssen wir jetzt da was. Schauen wir mal hinfliegen. Lichtgeschwindigkeit. Das ist aber, das liegt aber auch im Dialekt. Das ist dieses, dieses Bayerische. Als Österreicher kannst du auch so dieses Bayerische so. Das ist halt, ich meine, zwischen Bayerisch und so einem österreichischen Dialekt ist nicht viel Unterschied. Natürlich gibt's schon Unterschiede, aber es ist, es ist doch sehr ähnlich. Dann kann man das eigentlich sehr gut. Wenn man versteht, ist sehr gut. Und ich sag mal so, die Bayern verstehen die Österreicher, die Österreicher die Bayern. Ich sag immer so, Bayern ist das kleine Österreich. Das gehört doch zu Österreich dazu. Die Bayern. Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, sie sind Österreicher. So. Gut, jetzt fahren wir aber mal hin, wo wir hinwollten. Äh, mal eine Frage, wie in den Pflänzern hast du einen Timer gestellt? Äh, das war jetzt ungefähr vor fünf Minuten, dann fahre ich ungefähr zwei Minuten circa. Ja, dann fahre ich ungefähr circa 25 Minuten mal wieder vom Weg. Dankeschön. Wollen wir, dass das klappt so so vorstellen. Und vorne werden wir nochmal Fahrzeug switchen. Ich probiere nämlich, falls ich, ja, falls ich beobachtet werde, tue ich jetzt die ganze Zeit Fahrzeug switchen. Ihr glaubt, jetzt ist es, wenn wir hier trollen, ich glaub nicht. Aber ich, ich glaube, es bringt ihn auch nicht so viel. Ihr weiß ja, jetzt ist es, ich schaue ich auch sehr gerne, aber ich glaube, ich glaube, vorhin wäre das zu viel Aufwand, aber lustig wär's irgendwie. Aber ich kann's mir nicht vorstellen, ich glaube, das ist, also für einen Troller ist RLO sehr, 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 sehr schwer drauf zu kommen. Du kommst ja ganz easy, das Lustige ist ja, man kommt ja ganz easy auf diesen Immortal Server drauf. Es ist übelst krass, da kommen die ganzen Troller komischerweise instant drauf und kündert Morden und so, also da hab ich schon Videos gesehen. Und bei uns ist das halt so, da kommt's halt sehr schwer drauf, weil wir diese Bewerbungsphasen haben, die haben wir im Jahr jetzt drei Bewerbungsphasen gehabt. Man muss eine Bewerbung schreiben, die muss gut sein, muss die angenommen werden, dann hast du nochmal ein Bewerbungsgespräch, dann müsste das nochmal angenommen werden, also es ist schon aufwendig eigentlich bei uns drauf zu kommen. Aber es hat halt auch einen bestimmten Grund, warum das so ist. Dafür hört man hier wirklich korrekte Leute. Also ich glaube, für einen Troller ist es hier ein bisschen zu kompliziert, aber vielleicht kommt ja mal einer, ich weiß ja nicht, vielleicht sneaked sich mal der eine oder andere Troller durch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist dem das nicht wert, der Aufwand, der da betrieben wird. Aber ich glaube, nee, ich glaube, war es Sidesquad? Ich glaube, Sidesquad hat mal geschrieben, er würde ganz normal auf den Server zocken, er würde gar nicht trollen wollen. Aber ein Problem ist halt, wir haben keine Streaming-Lizenzen, also wir vergeben keine Streaming-Lizenzen. Und das andere ist halt, man muss sich halt bewerben, wie jeder andere auch. Wir haben keine Sonderregelung für den Streamer oder sowas. Wir sind, glaube ich, einer der fairesten Servers es gibt. Bei uns gibt es auch kein, ich kaufe mir jetzt einen Rang oder sowas. Es gibt auch für Ingame-Geld, also du kannst dir kein Ingame-Geld geben, indem du irgendwie Echtgeld ausgibst. Das haben wir nicht, wir haben kein Pay-to-Win. Das haben wir alles gar nicht. Bei uns gibt es alles Erarbeiten im Spiel, sonst nichts. Und man kann freiwillig spenden. Freiwillig. Kostet euch dann so ein bisschen was, wenn ihr darauf Bock habt, sonst nicht. Aber ihr kriegt dadurch keine Vorteile. Hallo. Hi. Geht sich das aus? Warum sieht mein Kocher einsseits aus wie der da? Ist der braun? Schwarz. Hallo, ich sag... Das ist schwarzer. Geht sich das aus, meine Zeit her, um euch da hochzuschieben? Weil ihr braucht ja schon ein ganzes Stück. Ja, ja, das soll sich ausgehen. Pass auf, wir gehen jetzt zu ernten. Ja, pass mal auf. Und das mit den Scheibentönungen ist eine gute Idee. Das mache ich gleich mal. Was, Chef? Die Scheibentönungen waren eine gute Idee. Die mache ich gleich zurück nach. Sieht geil aus, ne? Ja, man sieht es halt nicht so rein. Eben. Edin? Ja? Von wo sollen wir dann hochfahren? Von welcher Seite aus? Äh, Standardsweg. Also Holzfälle hinzumrum. Ja, genau. Okay. Äh, du musst auch wahrscheinlich einen HZ-Ton holen, ne, Chef? Äh, ich hab alles. Ich hab alles ex-heim gelagert davor. Ich bin komplett fertig. Echt? Okay. Ja, ich muss nur noch fünf Stück kaufen. Achso. Weil ich hab letztes Mal, hab ich vergessen, in Tredis Koch halt gekostet, als ich die Auto kaufen war. Ah, okay. Ja, kein Problem. Na, ja, es geht fix. Da kommen die Kochermobile alle raus aus dem versteckten Ja, so misst das. Was brauche ich eigentlich für so einen Kocher? Richtig. Serverwerbung. Ja, Serverwerbung für unsere eigenen Server. Erstmal da wollen wir machen. Ich hab das Serverwerbung schon, ne. Hm. Äh, schlägt sich das Helikopter. Ah. Was hat hier was geschrieben? Froh, dass es auf RLO schwer zu modden ist. Ja, also ich muss sagen, äh, weißt du warum es auf RLO sehr schwer zu modden ist? Weil wir das selbst geschrieben haben. Also ich hab, äh, ich hab selbst geschrieben. Und, äh, deshalb, du kannst es nicht reproduzieren. Das heißt, wenn jetzt ein Cheat rauskommt und der wird bei uns benutzt, dann, äh, bringt das nicht viel, weil diese, diese ganzen Cheat-Programme, die halt, die es halt gibt auf dem Markt, die sind halt so programmiert, dass die gegen diese ganzen gekauften Anti-Cheats ankommen. Dass da, äh, ein, ein Pass-Through ist, dass du da nichts machen kannst. Und, äh, dadurch, dass unser Anti-Cheat verschlüsselt ist und nur auf unserem Server ist und dass kein einziger User, zum Beispiel, äh, debuggen kann oder sowas. Wie zum Beispiel, äh, die, die ganzen Anti-Cheat-Leute können sich das runterladen, wenn sie gekaufen und können dann ein Cheat aufs Anti-Cheat draufballern, dass sie da Lücken finden. Und dadurch ist bei uns relativ safe, was das Modo betrifft. Also wir hatten bis jetzt drei gebannte Modder, glaube ich, drei, vier, fünf in der ganzen Lauf, Laufzeit. Moment, Dreh, also das hat er nur mit seinem Auto gemacht. Und das liegt halt daran, wie, wie, ich baue halt, ich baue halt fiese Sachen ein. Also, no joke, das, was ich mache mit den Scripts, ist fies. Aber wir, wir haben vor allem, also der Fokus bei uns liegt vor allem in Geld-Cheaten, weil ich sag, wie es ist, wenn jetzt sich wer God-Mode gibt, das wird sowieso direkt blockiert, aber wenn jetzt sich zum Beispiel jemand, äh, herumfliegt durch die Map oder Props-Bond, das wird direkt reported von jemandem. Und das geht's halt, ne? Da kriegst du direkt einen Report und dann, was das ist da draußen aus dem Projekt. Das bringt ihm nicht viel. Äh, deshalb, äh, äh, unser Auslegungspunkt ist eigentlich, dass man sich, äh, das Geld nicht cheaten kann und halt Items nicht cheaten kann. Das ist unsere Auslegung. Und, äh, deshalb, es gibt bei uns halt keinen richtigen Bypass. Äh, man kann, man kann mit Mod-Menü joinen, das geht, aber sobald es nutzt, ist, äh, irgendwann Ende. Dann, äh, wirst du zu 99,9% weggebannt. Dann sind wir sehr stolz drauf. Aber ich muss sagen, ich habe auch eine Methode erfunden, also, das ist kein Job, ich habe eine Methode erfunden, wie man, äh, Cheats detectet, die ich, äh, selber entwickelt habe. Das ist eine Eigenentwicklung. Da war ich so stolz drauf und es hat funktioniert. Weil, wir hatten jemanden mit Eulen bei uns auf dem Server, der hat es dann getestet, der wurde direkt gebannt. Der hat direkt, direkt weg gewesen. Direkt. Also, theoretisch würden wir das verkaufen, das Anti-Cheat, ich glaube, wir hätten echt, wir könnten echt damit Kohle machen, aber ich mache es nicht, aber aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass dieses Anti-Cheat dann, äh, umgangen wird, dass es irgendwann mal einen Bypass dafür gibt. Und das ist ja das Geile, deshalb Anti-Cheat selber schreiben ist das Beste, was du tun kannst. Aber ja, das ist schon lustig, ne? Kann ich nicht essen. Ihr ein TV. Du kannst es gerne probieren. Ja, ich weiß nicht. Oh, ich, ich, komm schon nicht hoch. Push, push, push. Die ganze Zeit rammen einfach. Ach, scheiße, gibt es diesen einen Ort, wo so schwer zum drüberkommen ist, gell? Ja, ja. Ja, ja, genau. Habt ihr alle eure Fallschirme dabei? Ja. Perfekt. Aber ich hab so einen mitzut. Scheiße, ihr vergesst das Fluchtauto hinzuparken. Ich trottel. Ach, alles gut. Ich hab eins. Ich zeig dir gleich, wo mein steht. Okay. Äh, habt ihr da gerade auch, gerade, da fährt gerade ein Auto rum, so ein, äh, habt ihr ihn gerade auch gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen, aber gehört. Da war ein Evo. Der fährt hier gerade runter. Schau mal, da unten ist ein Evo. Wo? Aha. Wo wir den mitnehmen? Ja, aber da hinten geholt. Nicht, dass er uns verpfeift, der Typ. Äh, kommst du jetzt hoch? Ja, dann würde ich wohl kurz runterfahren. Geht's euch gerade so raus, so. Ja, geht's euch gerade so raus, so. Der ist weg, oder? Nein, 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 der steht da auch gesehen. Ich sehe ihn gerade so raus, so. Ich sehe ihn gerade absolut nicht. Warte, wo bist du? Kommt von mir. Ja, so. Ja, ja, warte, er ist jetzt geradeaus. Geradeaus, einfach geradeaus. ein links nach hoch genau da ist er ich warte mal jetzt links von dir links 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 gesehen ja ganz einfach genug dinge dabei zum essen bin ich froh der ist leer das motor läuft und das leer er ist ausgerannt ist vorne mit rumgefahren hundertprozentig ich habe den da ja hinfahren sehen ich schau mal brauchen es ist offen ich habe zwei m ich hatte ein wanderer gerade erschreckt junge das ist ein radfahrer unten ich bin gerade zusammengezogen weil so ein wanderer vorbeigelaufen ist und aus dem augenwinkel saß einfach aus als würde da wäre lang gelaufen und eine waffe auf mich richten ach so ja schieb mal zurück ja der wanderer vor dir du armer aufpassen da oben ist steil die dame hier oben ist sehr steil ich würde aufpassen wenn ich sie wäre ich habe das gefühl in zwei minuten ist die polizei da weil der typ da herumgeguckt ist aber egal ja gut also das auto war leer auf jeden fall ok äh schieb mal erst mit dem wagen vor mir auf ein bisschen anschwung ich behalte so lange den eben noch im augen schieb 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 das ist so geil dass es funktioniert einfach muss ich den kompletten weg hoch schieben oder schafft das ja du musst mich hoch schieben du musst auch später nochmal dann weiter hoch kommt das da ist der schwierigste part hier oben da musst du mich jetzt dann rauf schieben ja du kannst mich jetzt auch schon mal holen da wird's schwer da wird's schwer da wird's bedoppelt und dreifach fahren komm fahr 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 oh warte ich muss zurück ich muss zurück das war nix das war nix oh 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 ich lieg noch nicht auf dem dach aber ich lieg quer das ist schlecht ah aber ich lieg nicht auf dem dach mir geht's auch gut gerade noch dass ich seitlich bockig lieg kann er sich vielleicht um 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 naja ich sag so warte mal ich kann mal was probieren das ding ist nämlich das dreht sich eigentlich von selber direkt um das wundert mich gerade dass das umgekippt ist wenn ich zu fest schiebe dann schiebe ich die klippe runter aber einen notruf müssen wir nicht rufen weil das war so langsam ich glaube da passiert nix und vor allem ich bin noch nicht auf dem dach das ist alles gut noch dann hol ich kurz eh den hoch und dann ja ja ich chill hier dabei ich mach mal Mutter aus ja warte komm immer grad nicht entgegen weil ich hol grad richtig Schwung ich lieg quer aber hey ist noch nicht gegen's kriege weg ich muss erst jemanden rufen ja ja wenn ich auf dem dach lieg ich lieg nicht auf dem dach ich lieg auf der seite ja 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 lücke 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 aber ich seitlich lieg muss ich nie anrufen ist das schöne gerade noch so bruder aber das ding legt sich auch nicht aufs dach weißt du wieso rum das hat so ein Handling der wuppelt immer in die andere Richtung das heißt der Tiefpunkt ist ganz unten der Tiefpunkt wie nennt man das nochmal der Schwerpunkt der Tiefpunkt der Tiefpunkt der Schwerpunkt des Fahrzeugs ist ganz weit unten das heißt er kommt gut zurecht aber ähm beim Wohnmobil muss man eine Runde schlafen das hat sich da jetzt hochgeackert also du musst nicht langsam kommen du kannst mich ruhig rammen genau genau so das Auto braucht eine Pause das hat sich mal hingelegt ich dachte aber jetzt haut es mich wirklich aufs dach ich dachte jetzt kann ich anrufen gehen man sollte niemals im Altersheim Last Christmas singen ui nein sollte man echt nicht das sollte man echt nicht Bruder äh Dustin hallo bin mal wieder da ich freue mich immer mehr bis die neue Belangstätte aufmacht wie gehts? mir gehts sehr gut ich hab dir auch mal lieber direkt versuchen hochzukriegen das Ding geht eh gleich wieder hoch dann ahja probier viel Spaß boah alter wie schaffst du das? alter du hast so nen Luck weißt du das? gefängt bis hierhin reicht erstmal ja mein Auto pennt da unten grad noch ein bisschen ne Spur lang du musst ne ne du musst du einmal ins Heck rein fahren äh ins Dach rein Dach Heck dann der kippt ganz schnell der hat so nen ganz krassen Schwerpunkt das ist nur kleiner Anstoßer ist das glaube ich guck dir mal schau mal guck dir den Schwerpunkt an ja moin ja der ist auch fast unzerstörbar das er aufm Kopf liegt also den kriegst du kaum aufm Kopf also muss ich nur ich muss mich noch mal positionieren warte so jetzt 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 weil ich muss ein bisschen Schwung nehmen glaube ich bissl an Schwung so jetzt fahr mir gleich hinten rein ah uuuh 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 Jux ich hab grad nen Ausflug gemacht ich muss schon sagen wenn man das so ohne äh einfach nur mitschert hört sich das schon ziemlich seltsam an ja das kann ich mir gut vorstellen mein lieber ha 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 und genau so wie es sich anhört sieht doch gerade aus bitte nicht du musst schieben geh willst ha 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 du musst mehr schieben ich muss runter da und da nochmal hoch äh tut mal leid ich kann nichts dafür ha 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 bitte nicht runterholen ja rauf will ich Was willst du machen, wenn denn einer runterflutscht? Ich bin oben, du bist unten, ja? Ich muss aber von ganz unten starten, so bis zum Höhepunkt. Das dauert jetzt auch ein bisschen. Jetzt machst du das aber extra, ne? Ja, du, ich bin jetzt an eine Spalte gefallen, also das ist nicht so geil, oder? Ich bin gleich, wo ich aber reingefallen bin. Das hab ich dann angebaut und hab da unten gekauft, das ging. Ja, ja. Glaub ich dir gerne. Nicht jeder hat die Technik wie du. Du, und was denkst du da gerade? Ich weiß nicht, dass ich das mal in der Hand bin. Ja, ey. Das ist ganz komisch. Alter, das war immer ein guter Schieber. Es schirpt. Ja, jetzt geht's aber flott, oder? Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir mit einem Schwung da raufkommen. Ich brauche mich anlauf. Boah, das ist eine tote Wandererin. Ja, versuch nicht zu weit inzufahren. So müssen wir außen zu fahren, diese Kurve. Ja, mehr außen. Lustig. Ja! Ja, nein, 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 nein. Komm, drück, drück. Drück, drück hinten ins Heck, volle Karte, komm. Volle Karte, Rainer. Also nicht, ah, nicht da runter, nicht da runter, nicht da runter. Boah, ist Anlauf. Boah, ist ein bisschen Anlauf. Ach du Scheiße. Also die Position ist richtig beschissen. Ich hab Angst. Da geht's richtig runter. Hilf mir. Ich weiß nicht, geh mal her. Alter, ich hab grad so Angst für mein Scheißleber. Wenn ich jetzt loslasse, haust mich hier runter. Warte, ich hab ne Idee. Ja. Ja. Nee, das schaffst du nicht. Da sind so viele Felsen. Pass auf, dass dich nicht aufs Dach legt. Ich glaub nicht, dass das geht. Ich glaub nicht, dass das geht, Bruder. Ich glaub nicht, dass das geht. Das ist viel zu steil. Es geht nicht. Du kannst es aber hier versuchen. hier so links an der Seite entlang. Und dann an dem Stein da. Ah, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ja, okay. Kannst du suchen zu... Warte mal, ich kann... Oh, Alter. Hui. Huch. War das knapp, so. Sollen wir mal kurz Rolle tauschen? Ja, wer du willst. Aber bitte schrott den Wagen nicht. Der hat sehr viel Geld gekostet. Nein, nein. Ui. Da steckt mein ganzes Herzblut drin, in dem Scheißhaufen. Noch ein kleines Stück nach hinten, Gabi. Sonst in den Obers einsteigen. Ach, soll ich? Okay. Ja, wir sind dann schwerer, ne? Ja, das geht schon. Bitte schrott das Teil nicht. Versuch's. Ich bitte dich, dass sehr viel Saft, der mir sehr viel bedeutet. Ey, was machst du anders als ich? Ich bin enttäuscht. Danke schön fürs mitnehmen. Jo. Und danke fürs hochbringen. Kein Ding. Kein Ding. Oh, ne. Ey, du musst anschieben, bei mir hinten. Ich finde, dass es nicht weiter... Ja, hinter uns ist ein Raptor... Ich glaube ich... Ist ein Kopf. Ja, ja. Den bringen wir gleich rein. Da ist ein... Ja. Ist ein Kopf? Ist ein Kopf, ja. Kann man direkt umdrehen. Ne, warum? Wir machen oben eine Aussicht. Weil ich schwerst für Waffen jetzt bin gerade. Ey, machen doch nichts Illegales. Wir fahren mit unseren Dingern hier hoch. Okay, warte. Ich muss noch warten. Ich bekomme da nicht schauen. Warte mal. Ich darf meine M4 weg. Sekunde. Der ist da runtergefallen. Ist der runtergefallen? Ja, ja. Ja komm, lass dich hier umbringen und ausrauben. Ey, du, einem ist das scheißegal. Ich koche da jetzt trotzdem oben. Ist das wirklich egal. Ne, okay. Ne, weißt du warum? Weil wir haben ja Fallschirme. Ist mir doch scheißegal, wenn der Polizei kommt. Dann ballern wir dem den Schädel halt weg. Ist doch... Ist doch mir egal. Will mir nichts zu verlieren, oder? Ne. Du bräuchst wieder einen Schubser für oben. Ne, ne. Ich glaube der hat sich nicht überschlagen. Auf der Seite lag der. Ah. Na gut dann. Ich sehe es, der fährt weg vielleicht. Ja, der wird jetzt gleich Kollegen holen. Aber ist uns egal. Wir machen trotzdem Spaß draus. Ja, ja. Achtung selber. Uff. Ja. 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 Weiß ja keiner. Hat uns denn nie jemand gesehen? Jo. Anscheinend. Schauen die da jetzt oben. Kann ja mal passieren. Ah. Ja, ja. Dann hol ich kurz Edien hoch. Dann hier kannst du ja noch alleine fahren. Ja, ja. Hier kann ich gerade alleine. Ja, oben brauche ich wieder ein bisschen Hilfe. Ja, ja. Ja. Perfekt, danke. So, dann musst wir wieder anpuschen. Ich glaube du musst mich nur noch eins raufbringen und dann habe ich es geschafft, fahre wir noch hinterher. Musst mich da nur raufbringen und dann haben wir es gleich. Wenn ihr da fragt, wir sind wegen so einem Campingausflug oben. Naja, dann schiebe ich die Idee noch kurz hoch und dann muss ich ganz schnell zu den pflanzen. Da hast du jetzt ganz hoch geschoben schon. Ja es ist ja nur noch der eine Abschnitt da und dann kann man von selber fahren. Das ist einmal so eine Kurve und dann kann man hoch. Ne, da mussten wir letztes Mal auch schieben. Echt? Ich musste da nicht schieben. Mit den ganzen letzten Abschnitten. Ich habe dich da hoch geschoben. Echt? Jaja, das eine Stück am Ende habe ich dich hoch geschoben, weil der mal keine Power mehr hatte. Ah ok. Ich probier es sonst mal. Naja. Den nochmal hoch schieben und dann kann ich es mal probieren. Ah ja doch, es ist noch etwas zu steil, da kommst du so nicht hoch. Ich vergesse, ich dachte man kommt da so. Ach, wenn du runterkommst Scobbles, ich habe die gerade so den Weg mal im Auge wickelt. Ich schaue nur, wann eine Armada kommt. Ja, ja. Ich habe nicht gespannt bei den Armada auflaufen. Wer ist Armada? Die Armada. Ich weiß nicht. Die Polizei Armada. Das ist eine Polizei Armada. Armada heißt aber. Armada ist so eine größere Gruppierung zumindest. Ja. Armada ist halt sowas wie, wenn so eine große Gruppe auf dich zukommt. Ach so. Ich hätte jetzt so gedacht auf Armee getippt. Ich komme da nicht hoch. Scheiße. Du musst mit vollem Anlauf rein da. Rein, Jolga. Komm. Mit mehr Anlauf. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Komm. Ja. Steck. Steck. Ja. Ja, ja. So weiter nach oben, dann haben wir's. Willst du erschieben? Dann bist du angekommen. Mit Schwung geht das. Oh, krass. Steiner für. Achtung Wanderer. Ist mir gar überfahre ich. Ich habe gehubt. Sie sind selber schuld. Oh ne, der ist aggressiv. Scheiße, der ist aggressiv. Nein, nicht. Ah. Hilfe. Ah. Ah. Blöd Stück Scheiße, ey. Äh, Chef, das hat sich jetzt irgendwie falsch angehört. Ja. Meine Ohren hören sich jetzt immer noch falsch an. Dieses Stück Scheiße hat mir mein linkes Bein zerdrummert. Ah. Geil, ey. Das ist die Rache von denen, Alter. Das ist diese Scheiß Rache einfach. Mehr Schwung. Überraschung. Ach, sowas ist mir auch irgendwie passiert. Gineaigst auch in Ihre Kino. Die Rache, der guckt zu. Soll Sie gehen jetzt nicht so? So ein Stück Scheiße, ey. Was der gerade gemacht hat. Rieck. Worst du noch weggs hoch helfen? Ja, ja. Scheiß Bein, ey. Na, 50 minuuter gar nicht stehen. Es ist mir sowas wieder passiert hier oben, schau auf den Berg und mein schönes Bein, schau mal die Wunde. Guck die Wunde an, linkes Bein kaputt. So ein Stück Scheiße ey. Also die Pflanzen wären jetzt fertig. Perfekt, dann wäre es super wenn du es eintragen könntest auf meinen Arm, wenn du es reinlagerst. Vielen Dank, bin jetzt gleich unten Elin. Ah, die Polizei kommt gerade von der anderen Seite hoch. Ich sehe sie gerade. Ich werde meine Maske runter setzen und weg auf normal tun. Komm, schieb, schieb, schieb! Jaaa! Polizei ist oben, Jungs. Ich will, dass die den Fortnite-Dance hier auf dem Dach sehen, wenn ich hier lang komme. Wie die sich rauf gesneakt haben, habt ihr es gesehen? Ich habe es eh gewusst, dass die von der anderen Seite hochkommen. Nein, 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 nein! Wahna, geile Musik dafür. Wo ist denn hier der Polenbeet? Ooooh, jaaa! Baabbeeeeee! Das wird geknappt, Alter, ich gehwarte aufm Dach! Tadadadadadada Den kannst du, glaube ich, gar nicht aufs Dach legen. Sa- �intendon ац- Also drüber, als du diesen aufs Dach legst muss er schon Scheiße bauen. Hör dairy tabadah- ich bin letzt mal damit richtig heftig den berg runtergerollt wir gehen jetzt den kopf ein bisschen scholen ab Platz Koyose Stecken sie sich hier unten irgendwo? Wo schieben, Gribbilt? Kommt mir nicht durch die Rippe. Ach, der Gribbilt? Er steckt im Schlitz. Ja. Nein, doch nicht. Ist doch mal hier wirklich schraubig gekommen. Ich finde es so lustig, dass die da irgendwo warten. Oh, Alter, ich wäre fast runtergefallen. Oh, das wäre es gewesen, wenn ich da runtergefallen wäre. Die warten nur drauf. Oh, scheiße, nein, nicht. Meine Wunden, Alter. Ah, mein Bein. Ah, gut, das ist nur mein Bein. Das wird nicht so schlimm sein. Ist denn die Kopperspapier? Die verstecken sich, glaube ich, unten auf der anderen Seite. Ich habe die gesehen vorhin. Ich fahre jetzt die andere Seite runter. Ne, ich check das schon ab. Ich gehe da zu Fuß hin. Naja, ich fahre da eh runter wegen der Pflanzen. Ach so, ja, dann viel Spaß. Pass auf, ich bin nämlich gerade am Weg dort. Aha, der Motor Kross ist offen. Die warten wahrscheinlich, bis sie anfangen, um den rauszusehen dann. Naja, die haben sie irgendwo hingechillt, hundertprozentig. Die warten nur drauf. Hey, äh, Chef, ich fahre gerade nur nochmal den normalen Weg kurz ein bisschen ab, ne? Ja, ich fahre kurz mit der Motor Kross ein Stück runter. Jawohl. Ja, ja. Einfach nur um abzuchecken. Weißt du, was lustig wäre, wenn wir da einfach jetzt... Stell dir mal vor, wir würden da jetzt einfach so zwei Stunden um chillen und nichts machen. So richtig die Interesse verlieren. Einfach zwei Stunden nichts tun. Ja, so nach dem Motto, ihr campt da oben. Ja, genau, wir campen, ja. Genau. Wir kochen nicht, wir campen. Ist ja ein schöner Platz zum Campen, oder? Habt ihr Zelte dabei? Oder Lagerfeuer? Ey, jetzt, wo es mir so kommt, gell, eigentlich wäre das die geistige Idee ever für Ablenkung. Wenn da oben die ganze Zeit ein Kocher steht und alle anderen kochen dann woanders. Stell dir das mal vor, wie lustig das wäre. Du kochst hier oben aber gar nicht. Das ist einfach Brain. Overbrain. Big Brain. Ne, auf normalen Weg kommt noch keiner. Ja, die warten, bis es rauchelt und kochelt, dann kommen sie alle. Ja, das Ding ist aber, der Rauch zieht ja in die Richtung von normalen Weg. Ja, aber, weißt du, die kommen ja hier hoch, die checken ja hier öfters ab. Die werden es nicht einmal machen. Kannst du mir eigentlich mal zeigen, wo das Auto da ist, was wir hingeparkt haben? Weißt du das so? Ja, ja, normal. Das ist super, einfach Koordinate senden da vorne. Achso, kannst du ja nicht. Achso, nee. Er würde die Aussicht auf den See genießen, hat er mir gerade gesagt. Und er wollte mich nicht stören da hinten, was ich gemacht habe. Deswegen ist er aus anderer Seite hochgefahren. Ein Cop oder was? Ne, ist ein Cop, ja. Ja. Ah, gut. Das ist derselbe, der eben auf der Seite gelegen hat, da wo der runtergefallen ist. Ja, Moin. Warte. Da sitzt aber nur einer drin, also falls der kommt, könnte dir schießen. Ja, trotzdem, die... Ja, wenn du den Kocher kommst, dann zeig ich dir, wo der runter steht. Ja, ja. Komm. Ja, trotzdem ist mir das gerade sehr heikel, was die da machen. Ja. Sobald einer anmacht, ist ja Ende oben. So. Hopp. Es ist nämlich, äh, hier. Dort. Wenn du mal schaust, ne? Dort, äh, wo das Hotel ist und der Burgerladen. Ja, ja, ja. Da ist einmal, das Hotel ist ja so ein L. Genau, ja. Das ist in der Mitte? Ja, genau, dazwischen. Zwischen den zwei Gebäuden ungefähr. Ah, okay. Also zwischen dem L und dem... Ah, okay. Ja, ja, ja. Genau, da steht ein weißer P ein. Der ist nicht zu übersehen. Okay. Hast du mir Schlüssel davon gegeben im Notfall? Äh, ja, falls ich es reinkacken sollte, ja. Falls irgendwas passieren sollte, man weiß es ja nicht. Äh, ich wollte nochmal sagen, äh, du hast gesagt, da war nur einer drin, gell, in dem einen Wagen. Da war nur einer drin, ja. Ich hab nämlich, äh, mit, auf der anderen Seite war so ein ähnlicher in so einer Farbe und ich hab da, äh, geguckt, da waren zwei drin. Also da ist noch irgendwo ein anderer Wagen, der so ähnlich aussieht, wenn dann weil... Selbe Farbe, oder? Das war so ein, so ein äh, Militärfarbener. Pickup war das. So ein grün, ja. Genau. Und da waren zwei drin. Auf der anderen Seite aber. Ich höre ein Helikopter. Kommt Heli hoch. Ah, perfekt. Ja, aber was soll er machen? Ich hab Bock drauf. Wir tun ja nix. Ja, die können doch eh nix. Nö, nö. Ja, kommt straight auf den Zug flogen. Ich mach den Fortnite-Tanz auf dem Dach. Äh, was ein Zufall. Was ein Zufall, aber auch meine Güte. Was ist denn passiert? Äh, ne. Ich mein, ja, was ein Zufall, dass die Heli da jetzt zum Ball kommt. Ja, weil das ist ein Fortnite-Tanz. Pass auf. Wenigstens ist der Heli jetzt bei euch und ich kann die Pflanzen normal abhören. Ja, wir sind die Ablenkung Nummer Romo. Die sind aber aus dem Privatheli. Ja, das ist ein Polizeihelikopter hier oben. Keine Ahnung, ich zeig mir mit den Finger. Nee, da sind Leute mit Kopfbedeckung drin. Also es ist nicht Polizei. Krass. Da kommt mir grad alles bisschen, äh, spanisch vor. Aber der Heli kommt doch grad auf dichter Polizei. Da waren Leute mit, äh, Turban drin. Naja. So, Privatheli ist kein Kopfheli. Seid ich schon. Frag mich doch was der gerade macht. Der fliegt die ganze Zeit rüber. Naja, das ist... Ah ne, wer meint das? Polizei, die verkleiden sich nur. Äh, nee. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich dachte zuerst. Äh, Jace Rock Wazel. Ja, das ist ein Wazel. Ja, guck. Ja, doch, doch. Jetzt sehe ich es auch. Ich dachte zuerst, der hat eine Wester an. Na, alles gut. Landet er jetzt hier? Cool wär's. Auf ne Spritztour. Also hier oben könnte echt neues, äh, Perum aufgebaut werden. Hoppala, Entschuldigung. Hoffentlich stürzt er nicht ab. Ja, warte, bleib mal hier, bevor es die Rotor noch weg geht. Ja. Uff. Ah, ah. Leider nicht auf dem Hausdach. Keine Ahnung. Oder viel einfacher. Ja. Ah ne, da ist so ein Ding oben vielleicht, dass er... Ja. Hallo. Necker. So krass, Alter. Wir seiten hier hochgekommen. Ja, mit ner Menge Fantasie. What the fuck. Wir suchen hier grad so ein paar Leute, weisch, wo wir vielleicht Tops nehmen können. Achso. Ich dachte zuerst, reiche Araber im Helikopter oben. Du darfst wirklich gerade, hä? Hä? Ja, du musst aufpassen. Von links und rechts Polizei. Die haben nämlich schon gesehen, was wir hier vorhatten. Also? Jetzt schieben wir hier oben und campen ein bisschen. Wir machen gerade Campingausflug. Ja, wir haben ein bisschen angebaut. Noch ein bisschen weiter weg. Ja, wir auch. Ja, wir auch. Moin. Na dann. Viel Spaß euch noch, ne? Dankeschön, ebenfalls. Okay, tschau. Jo, danke. Warte, du gehst gerade auf Hülschen, Jack. Du schaust, wo es, äh, äh, Stuff gibt? Ja. Stoff? Das machen wir immer so, ja. Mhm. Und die nimmst du dann Hops? Die werden wir dann Hops nehmen, ja. Aha. Aber werden die dann nicht mit auf dich, wenn du so angezogen bist? Ja gut, ey. Ey, meine Maske hast du nicht drüber, Prinzessin? Ja gut, aber nicht mit dem Hubschrauber. Ach so, ja, aber du weißt schon, dass die sich trotzdem verstecken können, dich sehen können, gell? Nicht, dass die da irgendwann eine Nachreaktion planen. Na. Ja doch, wenn sie ein Gesicht sehen. Das ist ein Problem. Ja gut, aber ich geh doch nicht so Hops nehmen. Ja, wie, wie machst du es dann? Zeig mal, wie darfst du das? Dann werden wir uns umziehen. Ja, zeig mal, zeig mal, wie siehst du denn aus, wenn du jemanden Hops nimmst? Ja gut, dann muss ich mich umkleiden. Ja, sag ich doch. Ja, 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 ja. Jetzt machen wir erst mal Rundzug und gucken, wo die sind. Aber schau mal, wir haben fast dasselbe, pass mal auf. So. Guck. Aber ich hab's besser. Willst du das doch so ein Habibi zeig? Ja, Habibi. 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 Mit AK47 drauf, oder? Ist das ein AK? Ich seh's nicht. Ah ne, doch nicht. So ein Auggie, so ein Auggie-Fake, wie da drauf ist. Ja, warum hast du nicht den genommen? Da sieht man dein Gesicht nicht wenigstens. Was ist das? Das ist doch... Wie ist das Licht da dran? Was ist das? Ist das... Ist das... Ist das... Viel besser. Ich hab' nicht gesehen, dass der Heli den Licht hat. Ich auch nicht. Aber sieht gut aus. Boah, krass, der hat echt Licht. Der sieht echt geil aus. Der sieht echt geil aus. Fresh, fresh. Frisch! Das sieht echt fresh aus. Ah! Hast du so ein Geblech für den Helikopter? Das ist keine Situation. Nein, wie meine, der seine. Arbeit... Nein, nein, nein. Der kostet in der Melle. Wo du die Räder einklappen kannst ist es in der Melle. Echt? Okay, ich hab' 400.000 gezahlt. Weil kommt's in der Melle, glaub ich. Was? Wo denn? Ich hab irgendwas gehört. Ich hab irgendwas gehört. Ich hab irgendwas gehört. Ja, ich hab auch was gehört. Sicher irgendwo. Ich schau mal auf die andere Seite. Ich hab irgendwo Reifen gehört gerade. Ja, ich auch. Ja, da ist er auch noch. Er ist weg. Wir landen ihn doch ein auf dem Grillfest. Hallo. 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 Nicht weg gehen. Wir grillen. Wir grillen gemeinsam mit ihnen. Wir machen großes Grillfest. Warten sie. Bitte warten sie. Und fährt der weg. Wir wollen doch nur grillen. Unglaublich. Unglaublich. Wir wollten mit ihm ein schönes Grillfest machen. Oh, schau, Coyote. Bacchella, tschüss. Bacchella ist weit unterwegs auf Jagd. Geil. Das könnten wir aber auch mal machen. Auf Heli-Jagd gehen. Oh, noch ein Helikopter. Ey Jungs, das ist ein Polizeielikopter. Der ist hier oben. Ja, ich sehe es. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Hast du Waffen mit Chef? Ja. Illegale? Ja. Ja, aber wir tun doch nichts. Die dürfen ja natürlich versuchen. Ja, ja. Wir machen doch gar nichts. Ich mache nur einen Fortnite-Tanz. Der, der, der... Der, der... Ich finde das so lustig. Weißt du, wir haben nichts gemacht. Gar nichts. Wir, wir, wir sind nur normale Camper hier. Wir campen hier nur hier oben. Ganz normal wie jeder andere auch. Ich mache mal den Grill ready. Ah, lecker Schmecker. So. Etwas laut hier oben. Wirst du auch nicht, dass hier etwas laut ist? Alles dafür, dass wir hier in der freien Natur sind? Verdammt laut, ne? Verdammt laut. Verdammt laut. Wenn wir oben auf dem Berg sind. Extra hier, damit es ruhig ist. Weißt du, dann machst du einmal einen schönen Urlaub. Denkst dir so, ja, schau mal, hier ist schön. Da bist du abgelegen. Kannst dir oben ganz entspannt campen auf dem Berg. Und dann sowas. Oh, schau, es fliegt da wieder weg. Also wenn wir jetzt circa eine halbe Stunde warten. Ja, dann ist er weg. Dann haben wir keine Air One mehr. Nur eine eine Viertelstunde. Ich glaube, die sind auch ziemlich nett, wenn wir hier oben nichts machen. Ja. Ja. Wir machen hier ja auch nichts. Aber ich find's so lustig. Weißt du, der guckt hier. 30 Minuten gefühlt und schaut, was wir machen. Wir stehen hier einfach nur. Und der steht da oben und starrt uns an. Das hätte mir was falsch gemacht. Naja. Nichts gemacht. Gar nichts. Die behandeln alle wie Schwerverbrecher. Ja. Ich stell dir mal vor, so eine Familie mit Kind und Hund geht zusammen campen hier oben. Und auf einmal kommt hier so ein Polizeihubschrauber und beobachtet die. Ist doch irgendwie creepy. Ich stell dir vor, wie wir in diese Familie. Also ich hätte einen Herzinfarkt für mein ganzes Leben. Ja. Du denkst ja auch, was in einem Film du lebst. Wenn auch ja mal ein Polizeiheli kommt mit einem Auto und halt weiß ich auch. Weil wir oben campen nämlich. Weil wir oben campen betun gar nichts. Ah. Geil. Wollen wir durch diese Teleskope schauen? Nee. Aber ich hab mein eigenes Fernglas mit. Ja ich auch. Ist da unten noch einer? Ja du es kann sein, weil der hat sein Licht ausgemacht. Ist dann ganz schnell runtergefahren. Der wartet nur drauf. Das seht man mit dem Motorrad runterfahren. Aber dann kriegst du eine Anzeige wie ein geklauten Fahrzeug. Kommst du erstmal in den Knast. Stimmt ja. Ah da kommt einer. Ah da oder? Nee doch nicht. Unter Autobahn fährt er wieder. Ich hab mal den anderen Weg im Auge und schau mal wenn du wegkommst. Joa. Joa. Tun sie sich nur keinen Zwang an. Übrigens war gerade ein Kaufhelie bei uns ne? Was? Es war eben PD Heli bei uns. War's Ryan? Was wollte der? Der ist einfach zu uns geflogen. Hat uns angeschaut. Die ganze 2-3 Minuten ist dann wieder weggeflogen. Der war komplett lost. Gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Ja das ist weil ich mal den Kocher stehen hab deswegen. Ja Kocher ist bei Wohnmobilen. Wir wollten Ausflug machen. Ist ja kein Kocher. Ist ja kein Camper. Ist ja ein Camper. Ja. Das sagst du aber für die ist es ein Kocher. Ja. Ja. Ich weiß. Pflanzen sind geerntet. Perfekt. Immerhin konnten wir für Ablinken sorgen. Jetzt suche ich den Urus. Den werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden. Hallo der Herr. Hallo der Herr. Ich bin hier bei der Müllverbrennung mit dem Skateboard. Ist der jemand drin? Hallo. Hallo. Da war ich aber bei voller Fahrt. Und jetzt ist er weg. Ich hatte mir vorstelle, dass sie sich irgendwo verstecken. Wo ein Busch drin. Nein das ist bei mir. Bestimmte Uhrzeit. Da krieg ich immer. Genau dieselbe Uhrzeit. Immer Kopfschmerzen. Tschüpp 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 tschüpp. Rhein kannst du mich abholen? Tschüpp 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 tschüpp. Was? Ich komme kurz mal kurz. Ist hier wer drin? Hallo? Hallo? Ja die Cops haben grad irgendwas in der Stadt zu tun anscheinend. Ich hör wieder ein Auto. Ja ich fahr grad mit dem Auto. Alter! Boah du wärst mir fast reingefahren. Ich stand da im Busch drin. Alter kurzer Herzinfarkt. Die Air Unit geht hoch ne? Die ist nur die ganze Zeit oben. Ich fahr durch diesen Busch und ich hör nur irgendwas wie ich anschreie, ich hab mich unmenschlich erschrocken. Ja alter du bist ja fast reingefahren. Ich bin wie so ein Idiot, wenn ich grad die Büsche abgehangen hab gefragt, hallo der Herr, ist der mehr drin, hallo. Wie lange ist die ungefähr schon in der Luft, wisst ihr das? Ich denke immer so 5 bis 10 Minuten. Ok. Ja 10 Minuten denk ich schon, der ist ja hierher geflogen. Hier auf dem Weg runter ist keiner mehr. Ja warte nur ab bis einmal jemand ganz kurz den Kocher anmacht, dann sind alle da, glaub mir. Naja. Ich denke auch nicht, dass die irgendwo am Weg schimmeln, sondern irgendwo aufschlaut halt. Ja ja. Wo ich gerade keine Lust hab mit dem Motorrad hinzufahren bevor es mich runter schmeißt. Oh wie, jetzt was? Uiuiui. Ich komm grad wieder hoch. Ui. Ich will nur kochen, glaub ich, ich will nur kochen. Ich will nur kochen. Wollen wir mal den Kocher anschmeißen? Ich hab irgendwie Angst. No rest no gun. Ja. Ich meine, wenn die Jungs sagen, die sind gerade in der Stadt beschäftigt. Ja, ich weiß nicht. Aber ich wette, was mit dir da wartet. Irgendwer auf uns. Ich kann's dir so gut vorstellen, dass da irgendwo wer schimmelt. Wer drauf wartet. Ey, so schimmelt auch wer, aber... Na klar. Aber schau mal mal ein bisschen. Wo seid ihr denn? Maun, chill dir erst. Oben auf dem Berg. Wir können ja gleich mal an der Kontrollfahrt mal mal gucken. Ja ne, wenn unten so die Spots abgesichert sind, dass keiner hochkommt, bin ich sehr zufrieden mit. Ihr wollt doch so oder so mit dem Koffer hochkommen. Oder nicht? Ja, ich weiß halt nicht wegen den Cops, ne? Nicht, wenn wir jetzt hochfahren und die Cops uns hinterher fahren, ist das ganze Ding im Arsch. Na ja. Was denn Rewas oben abgeht? Ist doch scheißegal. Ja. Wir machen hier ja nichts von daher. Ja. Können sie uns nicht, ob's dann... Stimmt. Ja, die Katze will rein, so süß. So lange wir die Dinger nicht anschmeißen. Ey, Eden. Warte mal, ich lass die Katze rein, die will so süß. Ich bin ja auch so süß, na komm. Na komm, komm her. Mein Gott, jetzt komm her, oh mein Gott. Oh mein kleiner... Mit kleiner Kacktauchen. So, komm mal. Oh, wirklich. Ja, besser drauf. So süß mir aus, du da draußen. Oh, er ist so ein Süßi. Er ist so ein Süßi. Jetzt probiert er die Tür wieder aufmachen, er ist so süß. Er ist so süßi. So, ich war kurz... Mal kurz pissen, hab ich was verpasst? Äh, ne. Bist du auf, dass wahrscheinlich mein Wagen gestohlen wurde, mein Urus? Der Urus wurde geklaut. Wo? Äh, wie? Ich hatte Kopfschmerzen und äh... Dann stand er logischerweise rum und jetzt finden wir ihn nicht mehr. Perfekt. Ich sag aber jetzt, wenn du irgendwen da dran siehst, klickst du den Weg, dass er sich überschlägt, ziehst ihn raus, nimmst den Ausweis und knallst ihn danach ab. Naja, wir suchen nochmal gerade richtig. Soll die Personalkauf, dass ich ihn nicht füren darf? Ne Idee, Leute. Sonst setze ich ihn hier wieder auf Montchiliers aus, alle? Und schieße ihm alle Knie kaputt. Mach auf weiter. Muss ja da unten kochen. Schlauer haben wir weniger Wege. Schaust du es dir da rein? Lockerflockig. Perfekt. Schaffe ich es bestimmt auch noch dahin. Du müsstest auf die andere Seite, dann kann der Kopf da nicht rein so wirklich. Du musst erstmal über das Ding drüber springen. Oha, Baby, nein. Was ist denn los? Steckst du fest? Ne, fast. Bei dem Wagen ist immer gut, äh, Gas und Bremse gleichzeitig und dann ganz viel. Das geht ganz easy bei dem. Jaja, ich krieg den Wagen hier einfach grad nicht rein, das ist das Problem. Ah, warte, ich guck mal. Ah, okay. Okay, 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 okay. Hm. Ich kann ja versuchen vorwärts reinzufahren. Äh, du könntest, also da wo du vorhin warst, da musst du einmal durch, da passt du rein. Dann müsstest du vorne einmal umdrehen, da hast du genug Platz. Aber jetzt, ah, jetzt bist du in einer scheiß Position, ja gut. Ja, wenn du weg gehst, machst du mit. Ja, ich schau nur wegen dem Stein da. Glaubst du, das geht das mit dem Stein? Weil es irgendwie schief geht. Okay. Ja, schau, der Offroader. Ich will jetzt rein da in die Olga. Und dann einmal umdrehen und dann soll sich das ausgehen. Das ist halt so doof, dass du Frontantrieb hast, ne? Ja, du wärst zu Huckers reingefahren. Ah, schau, klappt doch. Aua. Bist du wirklich hier? Ich hab gedacht, wir bauen vorne zu. Ach so. Ja, hier. Dann kommst du hier rein, dann müssen die hier außen rumgehen. Ist ja kein Problock und kannst hier auch rüber gehen. Ja, schau mal, dann kannst du dich hier als Cop. Müsste erstmal hier drüber. Ach, der kommt hier gar nicht rein. Der muss theoretisch, müsste der über diese Dinge vorne gehen. Ja, kann er ja machen. Ja, kann er ja machen. Ich bin ganz, ganz dran. Ich würde nämlich immer über dieses Geländer abhauen da vorne. Niemals weiter. Gut. Ich check nochmal ab, ob irgendwas da ist und dann können wir es angehen theoretisch. Jo. Bringt sie ja sonst nix. Haben wir das hier umsonst gemacht. Wie sieht die Auswahl? Ihr wollt ja auch kommen? Olli? Wir wollen einfach mal weg. Wer willst? Haben wir schlechten Empfang hier oben? Keine Ahnung. Keine Antwortet. Ach so. Was ist mit Olli und so? Ich wollte drauf kommen. Ich muss gerade Chef sein Kusch einlagern. Und wir haben hier gerade jemanden, der sich bei uns bewerben will und keine Ahnung wie er wieder auf uns kommt. Ah, ok. Haben wir die Tage schon oft genug gehabt? Ich jetzt? Boah. Ich hab's am Hauptplatz gegangen. Jesse Wappen verkauft und Kusch verkauft. Ja, am Hauptplatz. Das ist immer der Hauptplatz. Wir sagen nie von dem und dem Typen. Nein. Der Hauptplatz. Wie sah denn der Typ aus? Er ist gesagt. Ja, keine Ahnung. Hab ich mir nicht gemerkt. Ja, keine Ahnung. Der hatte halt so schwarze Sachen an. Und braune Haare. Welche Frison? Ja, keine Ahnung. Der hat auch einen. Der hat mir gesagt. Der Typ hatte braune Haare. Hab ich gefragt, was für eine Frisur der hatte. Meinte er zu mir Glatze. Was? Was? Ah, nicht los. Du hast es versprochen von einem anderen Level. Das Handy sieht man viel besser. Viel besser, Alter. Wenn du willst, schätze. Sonst fangen wir an. Ja, wir fangen an. Bringt sie ja nix. No risk, no fun. Na ja, Olli und so melden sich auch nicht. Dann, ja. Vielleicht hatten die einen Unfall. Bis die Fräulein komm ich jetzt. Jetzt meine ernsthafte Frage. Wie lange dauert das, bis die Cops jetzt bei euch sind? Zwei Minuten. Scheiß nicht. Ich hoffe, ich habe es eingetragen und eingelagert. Wenn du noch ein Stück nach hinten fährst, dann... Warte, noch? 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 Ja, genau. So. Kannst du auch aussteigen, dann bist du genau hier drin. Ich kann auch so aussteigen. Hä? Ja. Das ging bei mir nicht. Ich bin auf den Beifahrer in Zandung gestiegen. Ah, okay. Ja, mach lieber so auf sich, ja. Ja, ja. Besser. Ja, gut. Dann machen wir mal auf gut Glück, ne? Gut. Dann, let's go. Ja, gut. Dann, let's go. Dann, let's go. Dann, let's go. Dann, let's go. jackass. Das geile ist, hier oben ist es so ruhig, du hörst, wenn ein Auto kommt. Das ist ja nur ein bisschen der Motor von der Seilbahn, wenn ich. Ein ziel Problem ist, wenn die jetzt da hochkommen und dann, weißt du, so ganz langsam ohne Auto, das ist das Problem. Deshalb wäre es eigentlich besser, wenn immer einer gucken könnte, der unten steht und immer schaut. Ja, ich fahr, da wollte er gleich hinfahren. Ja, wäre super, wenn du vielleicht gucken könntest. Die fahren eigentlich nie ohne Auto an, kommen nie zu Fuß. Das kann auch sein, dass... Du, wie oft gab's dir oben schon einen Kocher, überleg mal. Das kann auch sein, dass die das Auto irgendwo weiter weg stellen und landen zu Fuß laufen. Ja. Das haben die bei der Sertorium Sache auch gemacht. Die pirschen sich dann an, wie so kleine Rehe. Das Gute ist, dass ich die eine Seite im Blick habe und du die andere. Ja. Ich kann halt mit dem P1 nur begrenzt unten aufpassen, aber den Zufahrsweg kann ich auf jeden Fall drauf machen. Ich sehe hier eine Cinematic Kamera voll fies, ne? Wenn du nur von hier oben gucken kannst. Ich schaue eigentlich nur gerade wegen dem Rauch, wie die Rauchentwicklung ist. also nicht dass er denkt, ich gucke irgendwo rein. Es schaut schon durch. Also ganz ohne ist die Rauchentwicklung nicht. Die ist nett ohne Nana. Raffi Randi, danke für 94. Dominik Schulte, danke fürs SIP-Werden. Henry Horstschäfer, danke für den Euro. Wie öffne ich nochmal mein Fallschiff? Was ist der Unterschied zwischen Casanova und... Ich fahr doch immer ordentlich. Das, danke fürs SIP-Werden. Kuske draußen, dich Dustin. Mir geht es super, kannst du schon ungefähr sagen... Na, ich kann doch nicht sagen, weil die nächste Phase ist. Leider, leider, leider. Leider weiß ich das nicht, wenn die nächste Phase ist, Leute. Das ist immer so ein Bauchgefühl, wenn wir sagen, jetzt brauchen wir wieder Spieler. Dann machen wir sie auf. Das ist so ein Bauchgefühl einfach. Kannst du auch den X-Muskel versuchen? Nein. Weißt du, was mir auffällt, dass der Wind immer in eine andere Richtung weht, ne? Ne, der hat es mir auch so bewegt. Ne, der geht jetzt statt, äh, seitwärts geht der jetzt Richtung Stadt bei mir. Ganz komisch. Ich sehe es halt nicht, weil, äh, nicht im Haus reinlaufen. Die ist auch nicht schlecht, man. Welcher Prozent bist du? 46, 48. Oh, ich bin bei 150, gut. Ich muss mich nicht erwischen lassen, Leute, das ist alles gut. Nur, nicht erwischen lassen. Oh, das kommt eigentlich hier ein bisschen entspannen gerade. Entspannter Stream. Wie schadet es bei euch? Ist jetzt ganz gut. Ganz gut, ja. Aber es wäre trotzdem mal gut, wenn wir gucken können, ob irgendwo wer chillt. Also, ich stehe jetzt hier da, wo ich euch hochgeschoben habe. Ganz am Anfang unten stehe ich. Ja, fahr mal hoch. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwer wartet. Ja, soll ich mit dem P1 hochfahren? Ja, ne, das nicht. Aber mit einem Auto, wo es perfekt läuft. Wobei, theoretisch könntest du mit dem P1 hochfahren. Ja, ja. Weil es ist eine Straße, ne? Ja, Straße, ja. Ich fahr mal langsam hoch. Ja. Also, mit Kennzeichen ist eh scheißegal. Ja, der Wind geht immer in eine andere Richtung. Jetzt geht er wieder in die hintere Richtung. Ganz komisch. Also, der weht mal so, mal so. Okay. Findest ne Hammer, dass wir hier oben direkt an der Station anbauen, äh, anbauen, äh, kochen. Pharao Korps. Danke auch fürs Zuckwerden. Mag mal dumm, meine Frau ist nur 1,50. Aber da sehe ich drüber weg. Ja, das ist halt echt. Äh, so flach. Okay, den Rauch, den sieht man so weit. Oha. Echt jetzt? Ja, man sieht den schon auf Hälfte der Strecke. Ja, sag ich doch, man sieht das. Hä, aber wo Freddy und Schäffe gekocht haben, war das gar nicht stark. Das war so minimal. Das ist halt auch nicht nur in meinen Augen, sondern auch bei Rolle. Also, es fällt auf. Wenn man so viel kann man sagen. Okay, krass. Letztes Mal war es nicht so. So lange da keiner hochkommt auf der Seite ist alles gut. Das geht ja alles auf die Seite rüber. Kannst du mal ein bisschen den anderen Weg noch runterfahren, Goebbels? Nein, den anderen Weg komme ich nicht runter. Ja, ist okay. Äh, Oli, ich habe hier noch einen Spot gefunden. Rennst du da gerade oben rum? Ja, ja, ich renne hier oben rum. Achso. Was klaut du kurz am Motocross? Also, den einen Weg bin ich hier hochgefahren. Da ist auf jeden Fall nichts. Der stand ja auch vorhin auf dem anderen Weg für runter. Und der hat ja auch vorhin gesagt. Ich hab nur einundzwanzig Stück bekommen. Das ist schon fertig hier. Hä? Du bist so fertig. Ja, wenn du Pech hast, kriegst du auch nur 15. 13. 19. Ach ok. Ich hab's immer wo ich so ein Kennzeichen warfst und ich kann mich halt rausreden. 32. Holy shit. Ehre. Da sind noch 5 Kopps im Start. Guck. 5 Kopperinos. 5 Kopperopas. 5 Kopperopas. Ja Leute so macht man halt Geld schnell ne. Das ist halt wirklich How to make money fast. Auf RELAVE Online. Schneller geht's nicht als das was wir jetzt gemacht haben. Mit anbauen und das hier. Außer man gehört der Fraktionen an und zieht Prozente ab ne. Wir brauchen keinen Schwerverletzten da oben ne. Uiuiui. Hast du den Weg jetzt da? Ne ne alles gut. Wo bin ich dahin geblieben frage ich mich gerade. Keine Ahnung ob sich der Held aufgefragt. Auf beiden Wegen ist es keiner oder wie? Ähm ne. Zwischenzeit kann ich mal auf mein Handy gucken. Markus. Dankeschön fürs Hüpfen. Markus geht raus in den Markus. Mal schauen. Ganz viele E-Mails bekommen. Scheinbar sind die wirklich abgezogen wieder. Die wird dann nochmal ausgesprochen. Xion wird ausgesprochen. Also wenn ihr jetzt Fragen habt jetzt könnt ihr sie stellen im Chat. Jetzt hab ich Zeit. Jetzt chillen wir nämlich gerade nur. Also wenn wir jetzt ne äh chatrunde haben wollen. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür Leute. Oft gechillt. Im Stream. Wie viele Cops sind eigentlich noch da? Fünf. Ah ne man meint jetzt sind sechs. Da sind ein paar dazugekommen. Also ich nenne es mal über sechs. Ab fünf Cops siehst du nicht mehr wie viele online sind. Damit man nicht metern kann. Das Mess wird zu schnell fest. Das machst du. Temperatur erhöhen. Druck senken. Äh Druck senken oder? Temperatur erhöhen. Danke. Bei der Frage haut es mich jedes Mal raus. Und immer alle festsitzen. Ja. Bei dem Propanrohr einsetzen. Sonst macht es gut. Ja das mach ich immer. Den Fehler mach ich nie. Ich glaub das Olli einmal passiert. Dann hat einmal sein Kochabs Kaboom gemacht. Das hast du gleich über die ganze Insel gehört. Ja das war ein PD Parkplatz. Äh. Kannst du wieder mal RP selber bewerten? Ich hör ein Auto. Ah. Eher nicht. Bewerten sowieso nicht. Aber äh. Es war einfach so zum Spaß mal zum drauf kommen. Ich glaub Motorrad. Motorrad? Okay. Den schießt du da direkt runter wenn er da hochfährt mit dem Polizeimotorrad. Da direkt weg. Es kann aber auch hier oben das Moped gewesen sein was umgefallen ist. Einfach mal. Was magst du hierher? Mehr Hund oder Katze? Der hat eigentlich Katze. Weil eine Katze was eigenes hat als ein Hund. Hund finde ich süß. Ich kann es aber nicht nachvollziehen. Weil ich. Also ich. Wisst ihr. Ich bin eher so der Katzenmensch. Weil ich hatte noch nie einen Hund. Ich hatte noch nie einen eigenen Hund. Ich hatte immer Katzen. Und deshalb bin ich so eher der der. Auch wenn es lustig klingt. Ich bin der Katzenmensch. Äh. Aber es liegt halt daran weil ich halt noch nie einen Hund hatte. Keine Ahnung. Ich weiß nur dass Hunde äh. Der beste Freund des Menschen sind. Und das ist halt. Eine Connection ist halt mehr da bei Hunden. Aber ich muss ehrlich sagen. Bei unseren Katzen die wir haben. Ist auch eine sehr krasse Connection da. Und. Du merkst einfach dass. Das Katzen trotzdem einen sehr gern haben können. Auch wenn sie manchmal echt. Anstrengend sein können. Also Katzen sind wirklich anstrengende Tiere manchmal. Die rennen um. Vier Uhr morgens. Einfach durchs Haus. Und sind. Haben einen Blick drauf. Das ist äh. Unglaublich. Denk an den Pflanzen. Warum die wurden schon abgeerntet. Von einem Kollegen. Über die müssen wir uns jetzt gar nicht mehr kümmern. Die sind schon abgeerntet. Äh. Wie kamst du auf den Namen Xion. Ich habe bei YouTube eingetippt. Was noch frei war. Damals war das so. Dass du. Auf YouTube einen Namen haben musstest. Der einzigartig war. Äh. Sonst wäre er schon vergeben. Also Username. Ich habe einen kurzen Namen gesucht. Und habe das auf die Tastatur eingeklimpert. Und nach 30 Minuten hatte ich den Namen frei Xion. Und dann habe ich den genommen. Also einfach Tastatur drauf klimpern. Und dann findet man sowas. Hast du die Idee mit den Kochern von Breaking Bad? Ja. Also die Idee. Also das Script so an sich gab es ja schon. Wir haben das halt nur ein bisschen abgeändert. Und das ist natürlich am Breaking Bad angelehnt. Natürlich. Mit diesen Kochern. Also die Kocher hier sind Breaking Bad angelehnt. Äh. Spiel ja bitte mit Karl-Heinz wenn ein Anti-Polizist ist. Ja. Das kann ich ja nicht vorher sagen. Das ist so wenn es mal so ist. Kennst du Leeds in der Steiermark? Ja. Aber ich war dort glaube ich noch nie. Was ist mit deinem Raptor? Da steh in der Garage. Sind deine Katzen Freigänger? Äh. Eine ja. Zwei nicht. Uiuiui. 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 Auf und gekocht wird. Und man sitzt ja einfach nur drin. Man macht eigentlich gar nichts. Man sitzt ja einfach und kocht halt ne. Wart bis es fertig gekocht ist. Wie groß bist du? 1,80. Ganz herrn 1,80. Man muss ja irgendwann mal ein Supersport fahren passen. Äh. Standard. Standard Größe. Kennst du den Burensee? Natürlich. Aber ich war dort noch nie. Ich bin da glaube ich mal, ich bin glaube ich mal dran vorbeigefahren. Bin mir aber gar nicht sicher. Ist Wuppel gerade bei dir im Zimmer? Ich habe keine Katze die Wuppel heißt. Ich verstehe nicht. Ich glaube manche Leute denken nicht meine Katze heißt Wuppel. Kann das sein? Was ist mit Taddel deiner alten Katze? Ja der ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. Der ist für immer verschwunden. Leider. Der ist leider nie wieder aufgetaucht. Der Kater. Finde ich immer noch sehr schade. Aber da kann man halt nichts machen. Ich verstehe nicht wieso du schade bist. Ach scheiße ich bin voll mit Meth. Mag ich mir was abnehmen? Ja du musst 29 behalten und den Rest in den Koffer rauben tun. Also 29 in der Tasche behalten und den Rest in den Koffer rauben tun. Das geht sich bei 5 Runden eigentlich noch nicht. Ja aber das ist doch scheiße dass die Polizei kommt. Ja ist halt so. Ja aber dann soll das doch wer von euch nehmen oder? Ist doch besser. Ich kann was nehmen und mein Auto. Warte ich gebe dir. Wieviel habe ich jetzt? Ja ich sehe es nicht. Fünfundfünfzig habe ich. Wieviel habe ich jetzt ganz schön lang gerendert bis ich das ausgerechnet habe. Im Kopfrechner bin ich so schlecht. Bin so schlecht im Kopfrechner das glaub ich mir gar nicht. Ein Mehrf ist ja nicht gleich ein Kilo ne? Nein halber. Halber genau. Wie große Schande das müsst ihr jetzt bitte selber fragen. Kennst du Berchtesgaden? Nein? Noch nie gehört. Hattest du mal Kontakt zu Nefex? Nein noch nie. Aber der Grund warum ich die Leader use ist. Weil Nefex so korrekt ist und die Leute sie free usen lässt ohne Sachen zu claimen. Also man darf die benutzen für in dem Fall ja kommerzielle Zwecke. Das finde ich krass. Das macht keiner. Der einzige den ich kenne der das macht ist Nefex. Da muss man schon sagen Ehre geht raus. Dass er sowas zulässt. Man muss halt ihn verlinken. Das mache ich natürlich in jedem Video und so. Aber das ist einfach Ehre dass man sowas macht. Aber wieviel Abonnenten zeigst du deinen Körper? So richtig so Fans Only oder was? Sowas gibt es bei mir nicht. Olli Rollo? Wir sind auf dem Weg. Ja könntet ihr mir vielleicht noch einen Urus zur Verfügung stellen. Dann kann ich vielleicht auch den Abonnenten geben. Wann wieder Fasmo? Weiß ich nicht. Das ist also Games sowieso. Das ist je nach Lust und Laune. Spinn ich halt ne. Ja komm wir mal. Olli dann ist irgendwie verschwunden. Marcel fragt ob ich am 19.4. Geburtstag hab. Das kannst du dich selber fragen. Das kannst du dir selber fragen. Im Internet stehen auch andere Sachen ne. Das lustige ist ja. Im Internet steht ich hab am 1.4. Geburtstag. Dann irgendwo hab ich gelesen 20.4. Ich kann nur soviel sagen ich hab im April Geburtstag. Das stimmt im April. Wann ist das erste Fan Treffen? Eieieiei. Hahahaha. Irgendwann setz ich immer so nen kleinen Shiba Inu in so ne Ecke. Und dann kommen einfach Leute und das ist das Fan Treffen. Genau. Willst du mal mit Schlorox RP oder LP spielen was? Das schau ich leider nicht. Also keine Ahnung. Ich zieh also mein eigenes Ding durch. Warum soll ich mit jemandem RP spielen oder irgendwie den ich nicht kenne so an sich. Gehört ja, aber so kennt nein. Shandle größerst du? Nein viel kleiner. Shandle ist viel viel kleiner als ich. Shandle ist ein Zwerg. So. 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 So den X7 Incendium Parkplatz stehen lassen oder? Oder weißt du was? Ähm. Wollen wir es so machen, Chefe, dass wir uns am F zusammenlegen und das dann durch zwei teilen? Oder? Wie meinst du durch zwei teilen? A1. Wir legen unseren F zusammen und teilen das durch zwei. Können wir machen, ne? Ja. Sonst, Goebbels schreit dir einfach auf wieviel du eingelagert hast die ganze Zeit. Ne? Und dann rechnen wir das Plus und rechnen das dann durch zwei. Äh. Goebbels, wir stellen den Urus Incendium an die Tankstelle, okay? Ja, lass den aber aufgeschlossen, gell? Jo. Perfekt. Habt ihr ne Sonderregelung bei Einsatzkräften, dass sie raus können, wenn sie zum Einsatz müssen? Ja, natürlich. Also, da brauchst du nicht mehr ne Sonderregelung, das ist, äh, aber hallo, es hat ja Vorrang. Also wenn, wenn jemand... Hallo, wer zur Tankstelle? Ja, bei Rennstrecke, dicke. Wenn jemand bei der freiwilligen Feuerwehr ist und dann kriegt ein Einsatz rein, dann werden wir nicht sagen, ich muss eine RP erstmal fertig spielen. Ich darf jetzt die andere Tankstelle. Äh, du hast versehentlich zu viel Aceton ausgleichen. Honda Accord CL7 für RNO, keine Ahnung. Stell ich dann hier in der Werkstatt. Das kommt auf die Models immer an. Wir schauen immer, was gut ausschaut, was gut reinpasst und dann tun wir es rein. Ähm, äh, ja. Was hältst du vom Immortal-RP-Server? Ich bin jetzt gerade, äh... Ja, die machen halt ihr Ding. Meins wär's nicht. Also in meinem Fall ist es nicht, aber das ist doch scheißegal. Jeder soll sein Ding machen. Wie es für richtig hält, oder? Ich bin der Letzte, der über irgendeinen Server ablästern anfängt, was sehr viele machen leider. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Also mein Ding ist es nicht, aber es gibt sicher Leute, denen gefällt's dort drauf. Muss jeder selber wissen. Es gibt auch sicher Leute, die sagen, bei uns ist scheiße drauf. Gibt's auch. Von dem her, äh, so die Meinung kannst du die sagen, weil... Jeder hat zu seinen eigenen Stil. Jeder macht das, auf das er Bock hat. Jeder hat andere Scripts. Jeder hat, äh, seinen anderen, ich sag mal, Stil von Serveraufbau. Manche nehmen Geld für Ingame-Sachen, manche nicht. Das muss alles die Leitung so wissen. Aber was ich davon halte, ich kann's ja nicht sagen, ich spiel ja da drauf nicht. Warum sollte ich so irgendwas meine Meinung bilden, weil ich da noch nie drauf gezockt hab? Aber ich sag ja so viel, also ich denke mal, meins wär's halt nicht. Durch die Streams. Man muss jeder selber wissen, heißt nicht, dass es gleich schlecht ist. Aber ich muss sowieso sagen, ich, äh, äh, glaub ich würde mich auf keinem Server wohlfühlen. Das ist auch der Grund, warum wir RLO gemacht haben. Also der Hauptgrund, warum RLO existiert. Ich kann jetzt sagen, warum das existiert. Ich habe mich vor Jahren mal, ähm, auf einen, also wirklich Jahre, Jahre her auf einem RP-Server damals, ähm, registriert. Vielleicht kennt ihr das Klärwerk. Und, äh, oder Klärwerke. Und, oder heißt das Klärwerk? Keine Ahnung. Das war bevor RLO überhaupt, bevor ich irgendwas damit zu tun hatte, so mit, äh, Aufsätzen und so. Wobei, doch, ich hatte, ich hatte zwischendurch so einen Test-Server hatte ich mal. Doch, doch. Aber so einen richtigen Server, wie das hier, hatte ich nicht. Und, äh, dieses Klärwerk, das war halt so ein richtig fetter RP-Server. Da hat auch damals Standard-Skrin so drauf gezockt. Und da habe ich mich damals registriert und wollte dort auch drauf zocken. Und, ähm, ich wurde dort abgelehnt, weil meine Bewerbung scheiße war. Gut, kann ich verstehen. Aber mir ist dann aufgefallen, die haben, ähm, meine Mods verwendet und haben die Credits irgendeinem anderen gegeben. Da hab ich halt gesagt, ja, eigentlich ist das meine Mod und der hat mich gefragt, pipapo. Da haben sie gesagt, okay. Na, ich glaube, rechts ist das graf, ne? Okay, und dann haben die mich aber angenommen. Und ich habe bis heute kein einziges Mal drauf gespielt. Und ich, ich weiß nicht, aber ich fand den Server irgendwie, ich hab das nicht gefühlt da drauf. Also ich hab, ich hab nicht einmal gejoint. An der Rennstrecke, ne? Keine Ahnung. Ja, ja. Hat er gesagt, ne, gefällt mir irgendwie nicht. So? Hat mir, irgendwas hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob es, ob es der Support war, irgendwas. Also wir hatten ja dieses Gespräch und irgendwie war das so alles so extremst ernst und so. Ich war auch gut sein. Ich hab nicht schön angefühlt. Vorne handelt es auch nicht. Weiß ich falsch. Aber was soll ich sagen? Ich hatte keinen Bock drauf zu zocken. Ganz ehrlich. Obwohl ich angenommen worden bin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Account dort noch habe. Ich glaube, ich hab den da drauf noch. Aber ich hab bis heute nicht einmal drauf gezockt. Und hab dann mir gedacht, ne, hm. Keine Ahnung. Ich, ich hab keinen Bock. Ich mach mein eigenes Ding. So war das dann irgendwie. Irgendwie, irgendwie gab es für mich keinen Server, wo ich gesagt hab, das passt. Ich muss auch sagen, das liegt auch daran, dass ich so ein bisschen Perfektionist bin, was das betrifft. Ich, ich will immer alles so perfekt wie möglich haben, so. Wenn irgendwas nicht funktioniert, triggert mich das so hart. Wo bist du denn, Digga? Ja, in der Tankstelle. Und äh, Lass mal Action machen. Ich chill da grad, Bruder, ich mach hier grad die Kohle meines Lebens. Kohle, guck mal, die Barne. Guck hier die Barne. Ja, ich kenn eine andere Rennstrecke. Welche Rennstrecke kennst du noch? Ja, die... Rennstrecke in Rendi. Die Kartbahn. Die Kartbahn, ja. Ach so. Ja, Lotes. Das ist für mich auch eine Rennstrecke. Ja, das ist halt eher eine Kartenbahn, aber egal. Ketchup mit oder ohne Marmelade. Felix darf, dafür soll ich dich echt bannen. Felix Tuske draus. Natürlich mit Marmelade. Wer isst denn Ketchup ohne Marmelade, sind wir uns doch mal ehrlich. Unglaublich. Dass es solche Leute gibt. War schon mal Cisco G bei euch? Nein, der war noch nicht bei uns. Ich glaube, er wird es auch nicht machen, aber ich würde es wundern, wenn er es schafft. Bei uns ist das echt heftig bei uns. Dass du da drauf kommst. Sag mal, könnte mal wieder jemand kommen, die Sachen abholen? Ich habe wieder zu viel. Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Jawohl, danke. Ich glaube, ich höre was. Ich habe gerade die Lage, wie der Käpt'n der Titanic. Sonst kannst du das gerade zwischenlagern im Kofferraum, dann kannst du weitermachen, dann holst du es mir dann von da raus. Ja, klar. Ich schaue mal ganz schnell, ob da irgendwo Polizei oder so wartet. Achso. Alter, seid ihr mich erschreckt. Boah, da war ein Kopfloser. Ich bin erschrocken, ne Schiffe. Alter. Ich habe mich da oben rumrennen sehen. Ich dachte schon, da kommt jetzt den Kopf an. Ich habe mich erschrocken, weil da so ein Kopfloser gerade rumstand. Alter, mein Herz ist gerade in die Hose gerutscht. Oh, dann ist los. Ihr macht doch mit. Ihr macht mit, oder? Wir machen mit bei der Rettung der Erde, ja. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem... ...dosen Bier saufen. Dosen Bier saufen. Wann die noch nicht einsteigen? Oh, retois. Ich werde nie mehr so sein. Achso, ich glaube, ihr müsst auch neue Pazerino nach Ziton kaufen. Weil ich habe nach der Runde nur noch eine Runde zu kochen. Äh, ja, wir haben ein kleines Problem. Was denn? Ja, no copalino. No copalino. Das war's. Jungs, sie haben gut gearbeitet. Ja, ich bin noch in einer Tour. Hätte ich nur früher angefangen, ich trottel. Bei der wieviel? Bist du bei der dritten? Ja, ja, ich bin hier bei der vierten. Bei der vierten? Ja, ja. So eine Scheiße. Ah, Gott sei denn, klingen wir zusammen. Hahaha. Ich sehe Gott. Aber den Absprung machen wir schon noch, ne? Mit dem Fallschirm. Äh, ja. Ja, wenn er dann trotzdem zu meinem P1 springt. Ich werde den Weg da mal dort ausprobieren. Ich fand's so krass, dass jetzt echt keiner mehr gekommen ist, hier oben. Ja. Wird dann schon echt kein Bock mehr. Die warten jetzt so 10, 15 Minuten, kommen dann wieder. Ich hätte, ich hätte meinen Arsch drauf verwettet. Lisa T. Kein Zimmer kommt an der Rollo ran. Ich liebe es. Oh, Kuss geht raus. Ja doch, es gibt, sicher gibt es ein paar Gutes, aber auch. So ist es nicht. Olli fahrt ja auch hoch, oder was? Aber danke, Lisa T. Fake Benny 2. Danke fürs Hitwerden. Markus. Bin echt happy, bei euch zu zocken. Grüße gehen raus. Dankeschön, Markus. Für 10er mit Fies. Heinz-Peter-Dietrich. Warte, er will den Fool. Äh. Bin dann mal raus für heute. Bis zum nächsten Stream-Hub auch im April Geburtstag. Zweiter, Vierter. Uiuiui. Dann Kuss geht raus. Dann hat er auch bald Geburtstag. Lucian, lalalala, danke für den Descent. Mark, cgn51, danke für 1,90. Leon Werner, danke für den Euro. Was ist Schüssler immer vorgelesen? Jawohl, das ist auch mal vorgelesen. Also wenn du noch Fragen habt, ihr könnt sie noch stellen. Du hast noch Meff im Kofferraum. Ich weiß, aber ich krieg's nicht rein, Leute. Ich hab ein Limit. Hier 30. Ich krieg nicht mehr rein. Dass das Limit auf 60 geht, ist, wenn du nur kochst. Du bist jetzt hier reingeschallert. Also ich weiß, dass noch was drin ist, Leute. Das weiß ich natürlich nicht. Seid ihr oben? Ja. Alter, ich hab grad gedacht. Sag doch Bescheid. Mein Herz. Also im Wohnmobil ist noch ein bisschen was drin. Äh, meinem auch. Er tut das alles in den Urus hier rein, sonst komm ich durcheinander. Ja, ja. Halleschön. Hallo. Wie viel hast du eben weggebracht, Gabels? Ich hab das noch dabei. Achso, okay. Wie viel war das? 2x26. Äh, ich find den Urus grad nicht. Ja, ja. Ich bin jetzt in einer Minute da. Achso, okay. Polizei kommt nicht außer Dienst. Liebe geht raus. Aber sieht man meine Rauchentwicklung sehr stark? Im Dunkeln sieht man's gar nicht. Also von unten hat man das extrem gesehen, aber jetzt bei Nacht ist das eh so ne Sache. Am Tag sieht man's kaum. In der Nacht sieht man's schon. In der Nacht sieht man's gar nicht. Also ich seh's volle Kamm. Also oben auf dem Berg sieht man das extrem, weil hier halt beleuchtet ist, ne? Ja gut, wenn ich hoch, auf, auf, wo ich jetzt nicht hoch bin, da bin ich gegangen. Ich dachte grad, du fliegst da runter, du Dummle. Ja, komm, lass mal. Das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht machen. Ich weiß, habt ihr noch was hier drin, oder? Ja, ja, da ist was drin. Wie viel ist denn da drin? 39, 29? Äh, 26 und 5 Aceton, aber ich glaub, Olli hat auch schon was rausgeholt. Warte, ich nehme das Aceton mit. Achso, ich bin voll mit Aceton. Ey, Goebbels, du musst noch zwei Mäffel gleich aus meinem Kocher rausnehmen. Wir nehmen die Schamkopf. Perfekt. Da hab ich 30 nochmal reingeschaltet. Ich pack dann auch nochmal 26. Das hat Olli gerade rausgenommen. Was hab ich jetzt alles, was hab ich, Leute, was hab ich am Anfang gehabt? Ihr habt so ein Utremen X7 auch nochmal was reinlegen. Ja, jeder von uns kann auch noch 30 tragen. Braucht er nicht, den Rest kann ich noch tragen, den ich jetzt rausbekomme. Weiß jemand, wie viel ich... Ich hab jetzt 26 auf Tasche. Wie viel hab ich am Anfang abgenommen bekommen? 26. Nochmal 26, okay. Der erste Durchgang hat aber nur 26? Du hast mir nur 26 gegeben. Okay, perfekt. Ja gut, dann hab ich 82, hab ich dann insgesamt, äh... Ja, wir legen ja eher das zusammen. Ja, klar. Du musst halt, falls du gerade sowas beides trägst, musst du das gleich Goebbels geben. Weil rechne das zusammen und, äh, total das. Du brauchst nichts zusammenzurechnen, weil alles in dem U-Bus drin ist. Achso. Achso, dann gib mir die. 114 MeV, Alter. Uiuiuiui, das ist viel Gole. Na, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil ein Roller-Ordner fast trinkt, mein Tee. Zumindest. Äh, hat heute eigentlich irgendwer was verkauft ans Kartell? Ich glaub ich keiner mehr da, das sind alle schlafen gegangen schon. Ne, weil, äh, ich hatte noch, äh, MeV bei mir liegen. Au. Also, ob heute schon noch wer verkauft hat. Ja, ich sag so, MeV kannst du eigentlich auch beim normalen Lieder verkaufen, kriegen wir keine anderen Preise. Achso, ja dann, aber jetzt... Du musst halt so warten, bis es guter Kurs ist. Achso, na gut, dann schau mal. Jetzt ist eh grad nichts los. Okay. Sonst, MeV können wir da auch beim Kartell verkaufen, zum Maximalpreis. Oh, na schau. Wo geht denn ihr hin? Ich hab jetzt noch 58 MeV bei mir. Äh, wir fahren. Ihr wolltet doch springen, oder nicht? Äh, wir wollen springen, aber ihr... Ihr fahrt, okay. Ja, gut. Wir fahren. Hier, weil der Urus da steht. Ja. Da fährt jetzt keiner den Urus. Äh, Olli warte, wir warten noch kurz auf Goebbels. Ähm, Eieruhr. Achso, äh, stimmt. Goebbels, wir können nicht warten, wir haben pflanzen. Ja, alles gut. Ich hab jetzt nur 58 bei mir. Ollo hat auch noch was. Ollo hat mir das gegeben. Achso, okay. Nee, das hab ich dir gegeben, Goebbels. Ja, das ist gut. Wie viel willst du? Zehn Stück kannst du mir noch geben, dann hab ich 30 und der Urus ist voll mit 120. Gut, dann hab ich jetzt noch 48 bei mir. Ja, dann sind's 198. Ja, das ist 6.2. Glasnudel. Hei, er hatte gestern 16. mal dritter Geburtstag gehabt. Jäger Stream Kuss, dann alles gut nachräglich an die Glasnudel. Bäh, das hab ich mir ja auch noch 6.2. Das geht nicht auf. Äh, 98.9. Glaub mir, ich kam rum, musste Erfahrungen sammeln, 5 Tage RLO und ich bin süchtig. Geile Community, geiles Team Hochgeile auf euch. Ah, Kuss, geht raus. Freut mich. Also muss ich schon sagen, RLO ist so, schon. Ich bin schon einander zu miede dafür jetzt. Im familiärer Server im Gegensatz zu anderen Server, das muss man sagen. Gibt ja sowas. Kann man schon Stülz drauf sein. Na, kann man Stülz drauf sein. Aber sowas, Hund. Dann, guten Flug euch. Danke. Dankeschön. Äh, wenn ich aufklatsche, müsst ihr mich bitte suchen, ja? Ich wünsche euch Hals und Beinbrauch. Also mit einem Schlagenmuskel war das, ne? Nein. Der F-Muskel, ganz wichtig. Hahaha. Natürlich. Das ist farsch, Hino. Oh, Abflug. Abflug, komm. Oh, Patsch auf! Äh, ROLLO, OLLI, wer ist von einem Freifahrer? ROLLO. ROLLO, kannst du in die Liste gerade bei RUMPO und bei EDIN? HUI! 99 MeV, jeweils einrollen. Boa, mach, ich jetzt. Bei mir ist noch was in der Liste drin. Bitte nicht überschreiben, danke. Einfach dazu audieren. Okay, wird schon gemacht. Ist gut. Cool, wir fangen schon mal mal. Äh, du weißt hier, wo der Wagen steht, ne? Ja, positiv. Ja, das ist doch mal schön hier. Das ist doch schon schöne Abschluss. HUI! Irgendwann hat so Spaß hier. Ja, ich habe mich zwar von Freddy fragen, wann der Elektriker kommt. Ja, da musst du erst mal Freddy nochmal ausrichten, dass er komplett abgehoben ist. So ein Ding ist das. Dann, wenn Freddy mit seiner Lufthansa landet, dann kommt der Elektriker. So ein Ding ist das. Kleine Waffen geschlagen. Ich fliege gerade durch die Bäume durch. Du, das mit den Bäumen hättest du auch vorhin nachdenken können, ne? Ziemlich kompliziert. War alles gut? Ja, ja, natürlich. War schon geplant so. Ja, natürlich. Perfekt beim Wagen. Ja, das Ding steht auf jeden Fall nicht für denken, ne? Ja, das war mal. Boah, das ist aber ganz schön knapp jetzt. Wissen du. Wie möchte ich da? Wie eine Eins. Oh, geil. Äh, A-Kloss oder wohin? Äh, was? Wir überlegen, ja, können wir machen. Ist das auf jeden Fall der richtige Weg? Äh, äh, ja. Oder wir fahren halt die richtigen Gewände. Ja, ja, klar. Ey, Köppel sitzt mich nicht da hinten. Das muss schneller gehen. Oder du willst, dass wir jetzt zum, äh, Preisechecken fahren? Ja, können wir auch machen. Wir fahren mal Preise checken. Willst du mit deinem eigenen Auto fahren? Ja, ja, ich fahr mit meinem eigenen. Ich hab gerade Bock wieder zu fahren. Hattest du mit dir geärzt? Danke schön. Danke. Jetzt haben wir ja sehr viel Cash gemacht. Sehr viel Cash. Das ist sehr gut jetzt. Sehr, sehr, sehr geil. Wir geben noch fix die Preise checken. Was fahren wir? M4 Competition, 18 Performante. M8, oh, den kannst du nicht vergessen. Komm, vom Kartell kriegen wir halt 800 Euro. Das ist super. Ja, vielleicht ist es ja gerade auf 800, weißt du? Wir fahren mal mit der Supra, oder? Mit der grünen Algen. Ja, geil. Oh, äh, Tank leer. Sehr geil. Aber ich glaube, die kriegen mehr für MF. Die kriegen auch mehr, aber du bist halt bei MF ein bisschen aufwendiger als bei Coach. Boah, die Supra sieht so geil aus mit den Felgen. Vor allem hier mit diesem blauen Licht. Hammer. Einfach nur Hammer, die Supra. Die mit den blauen Haaren, war das die neue Mitarbeiterin? Ja, ich denke ja. Ich muss eh nochmal fragen, ob das die Dame ist. Das ist eigentlich für ein Kack besser, ich sehe gar nichts. Oder ob das nur die Freundin ist, ich frag mal. Sag mal, die Dame mit den blauen Haaren, ist das eine neue Mitarbeiterin bei uns? Das ist eine Freundin. Freundin von Olli und die andere ist Freundin von Ollo. Habt ihr aber ganz schön rangemacht, du. Ging aber ganz schnell, gell, gell? Ja, und die Rote gibt es rum und ich bin irgendwie dabei. Das ging ganz schnell. Ach ja, ich schaffe nochmal ne Frage, ne? Ja. Äh, zuerst Cornflakes oder zuerst die Milch? Äh, zuerst die Cornflakes, dann die Milch drüber. Okay, danke. Ja, alles andere ist Psychopath. Rollo plus Freundin komplett, ja, hab ich auch gesagt. Rollo plus Freundin komplett Psychopath. Die machen zuerst Milch rein. Jetzt lass mal Rollo bitte nur erklären, wieso. Also Nutella ohne Butter, ganz wichtig. Ach stimmt, ohne Butter war es überhaupt nicht. Ohne Butter, ja. Und mit Butter, da kommt man mit Teufels Küche. Heißt wie 40, ne? Ich will nichts sagen, ne? Aber wenn ich mal ne Religion schreiben würde, ja? Dann würdest du bei mir mit so nem Butterbrot, mit Nutella direkt in die Hölle fahren. Direkt durchgeschickt. Aber direkt. Ich würde einfach reingekappt. Das ist nicht ja tatsächlich hier. Einfach zuerst die Milch und dann Cornflakes. Das ist aber echt psychisch. Warum macht man das? Dann schwimmt das doch oben. Das ist halt komplett psychopathisch, Rollo. Wirklich. Ey, da schwimmen die Cornflakes ja oben wie auf so nem See. Das ist doch richtig kacke. Das ist ja wirklich so. Ich will nichts sagen, ich hab grad den Urus gefunden. Der Urus steht mitten auf der Autobahn. Das ist doch mein Urus. Beim Walmart direkt. Der schwarze Urus ist ohne Kennzeichen. Ist der so lila mit nem roten Pear-Effekt? Ich seh's grad schwer, weil es ist sehr dunkel. Das war deiner. Ich bin ja Richtung Walmart gefahren, also am Walmart vorbegefahren. Aber der Motor läuft noch. Das ist noch warm. Kann mich dann wer abrunden zu dem Brink? Ich bin am Gelände. Ja, ich will ja mein P1 dann einparken. Naja, ob sie dann stehen, oder? Ne, mein P1 kann am Gelände stehen. Dann können MEF noch einlagern. Also wie gesagt, MEF ist gerade bei nem Preis von 771 pro Stück. Ist das? Ja, 800 kriegst du bei den Dings. Schaut auf die 29-Stelle ankommen, ich weiß nicht. Wenn der auf Ebay guckt, da verkauft ein Brian Sadler an Brian S. Und wenn der auf Ebay guckt, da verkauft ein Brian Sadler an Brian S. Er kann mal wer zusammenrechnen, was 29-Stelle ausmachen würden, den Preis ja. Kann ich die Rechte anzugucken, ne? Also wie viel Flöten gehen würde, wäre sehr interessant. 1.800 Dollar, also nicht viel. Wie viel? 1.871. Hast du gehört, komm, der ist ja scheißegal, die 1.000 Dollar. 1.800 Dollar, das sind 4.000 Dollar oder so. Ja gut, da ist doch auch schon egal, oder? Toll, jetzt habe ich den ganzen Kram ins Lager geschmissen. Ich ziehe die Löcher ab, oder es wird gut. Teil davon trage ich ja schon bei mir. Ich hanker keine mehr da, kein Nitro zum kaufen. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich fahre mal. Ich fahre mal Richtung, äh, Dings. Richtung Dings war ich, genau. Ich bin so ein Trottel, alter. 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 Er ist auf der Bank, ein bisschen was. Oh, ich habe die Richtung gehalten, mal perfekt. Und, kennt mich mal selber verarzten, Leute. Man hat noch irgendwer Lust, mir zu helfen, meinen Autos aus der Versicherung zu holen. Welches? Äh, mehrere Autos. Oh, halt ein, der mich, äh, also, der mich halt halt vom Autos aus dem Parkplatz bis zum, bis zum Versicherung. Das sind zwei, drei Metern, ist das nur zwei Touren fertig. Ich bin gleich wieder da, gerne, ich bin kurz vor. Oh, wie mein Mann. Oh, wie mein Mann. Oh, wie mein Mann. Oh, wie mein Mann. Kannst du noch fahren, der Wettbewerb? Ja. Ach, wie mein Mann. Also wie gesagt, der Wettbewerb. Ich hab wieder Angst, nicht? Oh, ja. Oh, nie. Oh, nie. Oh, nie. Nicht so gut für den Motor. Bitte? Nicht so gut für den Motor. Oh ja, oh ja. Was? Ja, alles gut, alles gut. Hab mich verdrückt am Arm von Gerät. Ich mach das mit Absicht. Mit Absicht? Ja, Versicherungsbetrug. Ja, was? Natürlich, ich krieg einen neuen Motor. Oh, hallo. Der Umwelt zuliebe. Ja, das müssen wir auch mal machen. Ist schon wichtig für die Umwelt. Richtig und wichtig, genau. Auf jeden Fall. Und so kriegt man mehr Downforce. Und das ist gratis. Oder ich glaub, der ist Ingenieur. Hm. Ja. Sind mir sicher. Ja, da hast du Anpressdruck hinten aber ganz schön drauf, du. Das kannst du mir glauben. Da hebt man definitiv nicht mehr ab. Schau noch eine Supra, wie schön. Der Kumbel. Downforce, dein Vater, Alter. Ey, kommst du nicht so vor, da geht das Ding jetzt schneller. Das Ding fährt schneller, oder? Das fährt schneller. Was? Das kann doch nicht irgendein Ding sein, oder? Das kann doch never wegen dem Ding hier sein. Kofferraum. Ne, oder? Ich hab grad nicht hier nur Glück gehabt. Hier bin ich doch keine 280 einfach so gefahren. Weil ich, ich war in eine Richtung, das gibt's doch gar nicht. Ist das so schnell, das Ding? Ne. Anti-Lag. Wie sind alle Anti-Lag, oder? A buongiorno, Vajella. Vajella. Look at this. Boah, Alter, die 300 hab ich grad gefahren. Uuuuh. Bin grad 300 gefahren. Oh mein Gott. Also mit ein bisschen Bumping geht das schon. Oh, ich hab grad das A-Wort genannt. Also die Bumps movement, ist das ja richtig geil. Oh. Und wenn du die Bumps mitnimmst. Ja, dann fahrt ihr den Verkaufen. Ist gleich. Okay, dann bin ich gleich unterwegs. Ich bin schon am Gelände. Ich kann noch nicht alles mitnehmen, weil ich noch Meffe in meinem BMW hatte. Ich kann uns helfen. Ich komm sonst nicht immer was mit. Ja, ist nicht hier was für mich. Will ich die Kohle heute noch haben, Leute. Äh, David Padowitsch, RLO. Hi. Was hast du für eine Grafikmod und welche Shader EDC und allgemein, was hast du damit dein Game so aussieht? Wo kann ich mir das auch machen? Das ist Selfmade, Brudi. Äh, schon lange her. Diamond Vision. Ich hab meine eigene Grafikmod geschrieben. Und die besteht aus Visual V und Visual... Äh, Natural Vision. Eine alte Version. Ist zusammen gemixt worden. Und dadurch ist dann hier diese Little Vision entstanden. Und Reshade und ENW hab ich dann noch selber geschrieben. Dann hab ich die Files komplett umgeschrieben. Immer wieder was angepasst. Und dann kam das irgendwann raus. Also kann man so auch gar nicht runterladen, die Grafikmod. rein in die Olga. Ja, sonst würde ich sagen, fahren wir einmal meine Fuhr rüber und dann deine. Warum? Wir können doch genug mitnehmen. Ich hab doch Kofferraum hinten. So viel für die Tasten, du. So viel für die Tasten, du. Ja, genug, oder? Sollen wir mal gucken. Ja, 40. Warte mal. Das kann sehr griechig werden. 40. Das hört sich doch ausgibt. So viel war es jetzt auch nicht, oder? Ich kann ja auch noch was nehmen. In die Taschen. 120 kannst du hier in den U-Bus reinschmeißen. Ja, du kannst. Er kann 80 in seine Supra machen. Er kann 30 bei sich tragen. Hat er 110, die er mit sich tragen kann, so gesagt. Für eine Schuhe. Und du hast insgesamt, Chef, 156. Heißt, dein Auto reicht nicht aus, wie der in den U-Bus. Okay. Ja, ich muss noch 21 bei dir reinschmeißen. Vielleicht hat's noch, äh, äh, Mess von meinem BMW drin. Bei den Supra passt er hier so viel an. Also, schau mal, wie low die ist, die Supra. Bist du deppert. Die ist ja, die ist ja lower als der, schau mal, der Rari. Der ist schon low. Aber die Supra ist auch noch lower, oder? Ne, der meinte, der Ferrari ist noch viel tiefer. Der war meins. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Der Rari ist tiefer. Ich frag mich nur, was haben die da mitgemacht? Also, Chef, du kannst bei dir 80 Mavs schon mal ins Auto tun und 30 auf Tasche. Und den Rest musst du halt in den U-Bus tun. Jawohl. Und das Schwarzgeld legen wir dann zusammen und waschen dann, ne? Und dann 50-50. 30 hab ich schon rausgenommen jetzt. Ja, oder wir legen, oder wir legen halt das Mav zusammen, weil wir eh ungefähr gleich haben. Mhm. An der Menge, ich glaub ich hab ein bisschen mehr. Legen das einfach zusammen, dann kommen wir nicht durcheinander und dann teilen wir das Schwarzgeld. Ja, meinte ich doch. Schwarzgeld 50-50 dann teilen. Ja, genau, meinte ich doch. That's what I said. That's what I said. So, also 30 und, äh, was ist denn drin? Habt ihr es eingelagert? Ah, hier. 156, das heißt wir müssen 80 bei dir rein tun und 30 kannst du tragen. So bei 110, dann müssen noch 46 in den U-Bus. Also 46 Mav müssen noch von Schäffe in den U-Bus. Naja, dann hol ich 30. Ich find die Abteilung einfach nicht. Und der Rest kommt halt, der Rest kommt in seine Supra und den Rest kann er bei sich tragen noch. Ich bin zu blöd, Dummes zu finden. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit. Alter, ich find's grad nicht. Das ist aber, weil ich komm... Also nicht, weil ich bin nicht lost. Ich bin einfach grade schon müde mittlerweile. Weißt du, das ist alles so... Alter, das gibt's doch nicht. Hallo? Diamant... Das kann's doch nicht sein, Bruder. Bin ich so blind? Dünger, Juwelen, Alter. Ich bin sehr so 50 mal rumgeskippt. Es tut mir leid, dass die Zuschauer sich so denken, was ist mit dem grad los. Aber ich bin grad echt... Ah, hier. 30. Tut mir leid, Leute. Manchmal brauche ich ein bisschen in meinem Leben. Manchmal brauche ich ein bisschen, bis ich alles in meinem Leben checke. Was ist alles? Ja, wenn du witziger bist, kannst du schon mal nochmal 20 holen. Noch. Und die nicht Supra schmeißen. 20 Mav. Ja. Schon mal sogar so lost bin ich. Verkaufen wir ja alles, was jetzt unten ist, ne? Äh, ne. Achso. Sonst verkaufen wir eigentlich von... Sonst verkaufen wir noch von irgendeinem anderen... Ja, okay, ne. Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Ich hab jetzt 30 Stück in die Supra reingeballert. Von hier. In die Supra, ne? Ja, 30 wird's rauskommen. Gut, ich hab auch 30 reingehauen. Herr Goebbels, du machst grad noch 20 in die Supra rein, ne? Ja. Dann... Nimmst du jetzt noch 30, dann ist bei dir erstmal finito. Okay. Und... Kann ich nicht abgeschlossen. Bei mir auch. Gut. Jetzt finde ich's gar nichts getan. Müssten wir durch sein, oder? Ja. Äh, äh, hast du schon, ähm... 48 in Urus getan von Scheffe? Hm, ne. Ich will noch 18. 18? Dann komm noch mal nach unten und nimm 18. So, jetzt aber. Ich hab noch 20 dabei. So, ja, die mach erstmal in die Supra. Dann hol du jetzt noch 18. Und dann gehen wir das verkaufen. Dann passt das. Wart mal, dann fahren wir gleich hinzu ab. Ja, ja. Habt ihr jetzt schon mal einen angebracht, oder? Beim Kartell, wegen Kreuzen, dem Netz, oder? Ja. Ja, das ist halt, äh, mit dem zu versprechen richtig. Batchelor, Alter. Mö, man's funny. Warst du vorhin als Ente unterwegs im Outdoor-Haus und mich erschrocken? Nein! Das, äh, Batchelor, das ist ein Script. Die Ente, die da vorne spawnen, die haben wir letztes Mal im Ding geschrieben. Kann ich dir am Ende, ich zeig's am Ende des Streams nochmal. Ich hab im letzten Stream, Admin on Duty, hab ich ein Script gemacht, das, äh, eine Ente im Outdoor-Haus spawnt und einmal Quack macht. Da hab ich mal mit Absicht so gescriptet. Also, war nicht ich. Und das kriegt jeder. Jeder, der jetzt ins Outdoor-Haus geht, ist wie so ne Türklingel. Du reinkommst, ding, ding, da kommst du in der Ende und macht, meh. Guck mal, die Gang. Oh, Alter. Das ist der hier Kopfloser. Fährt er mir einfach rein. Oh, mein Gott. Superfahren sei gelernt. Ding hebt uns ab. Ich hebe ab. Ein Kebab. Hab so Schiss, dass irgendwo ein NPC entgegenkommt. Alter, wie rast der durch mit Verrückter? Ach du Scheiße, ey. Der rast wie ein Verrückter, Alter. Also, so rase ich nicht, ne. Wie ich mir mal gesagt haben. So fahr und rase ich nicht. Meine Damen und Herren. Uiuiuiui. Oh, den Spot suchen genau, wo der ist. Der müsste ja oben sein. Oh, den Spot suchen genau, wo der ist. Was ist hier durch? Yes. Weiß ich. Ah, Leute. Da wäre ein Scheinchen gemacht jetzt. Und das ganze Kusch können wir dann nächstes Mal auch noch verkaufen. Da wird jetzt Geld und Umsatz gemacht. Ja. Ja. Ja, das erste Mal wieder so richtig gehustelt. Das erste Mal, dass es auch funktioniert hat. Das wundert mich, wenn wir in der Polizei letztes Mal wieder oben gecampt haben jetzt. Mhm. Das erste Mal, dass sich das richtig hart gelohnt hat für uns. Das schwarze Kuschel habe ich jetzt dabei. 84.000. Hast alles verkauft schon? Ja, bei mir ist alles weg. Schauen wir mal wegen Preisliste. Ach, das Tablet. Wie komme ich denn da? Oh, ne. Wie komme ich denn da wieder... Wie komme ich da wieder back am Tablet? Also wenn du willst, gib mir schon wieder dein Schwarzgeld, dann teile ich das fix. Ja. Soll ich es irgendwo einlagern? Oder einfach geben? Ja, was? Gib mir mal sonst fix dein Schwarzgeld, dann teile ich das. Ja, ja. Ja, ich hab's wieder kaputt gemacht. Perfekt. Ja, ne gute Idee. Wie ist das Ding nochmal? Komm mal her, dann gebe ich hier schon mal dein... Oder soll ich das erst waschen, dann geben? Ähm, erst waschen, dann geben ist vielleicht besser, oder? Oder... Ach ne, gib's mir jetzt schon. Ne, passt schon. Gib, gib ja. Ist eigentlich kein Problem. Dann... Dann sind wir bei 138.000... Ich kann schlafen. Gute Nacht euch. 300... Ja, gute Nacht. So. So. Ähm, ich hab grad Milly gefragt. Ähm, der geht jetzt schlafen. Ach so, okay. Gut. Ich weiß nicht, könntest du jetzt mal gucken, ob Steffi noch da ist. Äh, die kann man sich umsauce... Ja, ne, das Ding ist, Mike Kush kann mir nur Ryan abkaufen. Oder Steffi halt. Sag mal, die 156 Kush, die jetzt noch drinstehen im MDT, sind das die von jetzt? Nein, da meinst du. Ja, meine. Ja, willst? Was denn? Die Mess, meinst du? Ne, 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 das äh... So, doch. Aber die musst du austragen, Steffi. Die haben wir gerade verkauft. Ja. Das Kush kannst du eingetragen lassen. Ich hab schon eingetragen lassen. Ich hab schon was in den Westen los. Ja, mir geht das Tor langsam auf. Äh, best du mich fix zu meinem Auto, Gabi, oder? Wer macht das? Ich wollte jetzt endgain. Ja, dann hab ich schon wenigstens meinen Plusentmeter brauchen, weiß ich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nee. Ich dachte, das ist da anders zum Abfahren. Scheiße. Oh, nein. Nein, egal. Da bin ich grad wie in The Fast and the Furious. Ich steck grad durch die Straßen-Race, Alter. Das ist so schön, wenn Kalikopps da sind und du so am Abend einfach durchrasen kannst. Rattelfache! Okay, wo seid ihr jetzt? Ach, was ist denn? Genau! Wo seid ihr jetzt? Ah, wir gehen jetzt mal kurz her. Ich weiß nicht, was ich mache, dass ich jedes Mal das verkacke. Ah, da auf dem Pfeil muss ich klicken. Ja, gut. 156 ausgetragen. Zicke, die zacke, die boom. Hm, also 6 Kusch. Das gehört noch mir. Genau, aktuell im Lager. Ach, tut der automatisch? Wollen wir mal gucken. Tatsächlich. Was ist jetzt im Lager? 426 müsste jetzt im Lager sein. 426 an Math. Gucken wir mal. Ob das wohl so stimmt? Wenn nicht, dann habe ich einen Fehler gemacht. Im Lager kann was nicht stimmen. Ich habe mich jetzt ausgetragen. Das ist 380 oder so drin und das ist aber im MDT anders. Aber wir haben generell schon Differenzen. Auch 1000, irgendwas kurz zu wenig. Ja, das muss doch auffallen irgendwie. Äh, ja, irgendwie nicht. Wir wissen nicht wie es fehlt, aber es fehlt. Ja, dann müssen wir doch die Rechnung komplett neu machen, sonst kommen ja alle durcheinander. Ja, das passt eigentlich so. Ja, warum dann? Es passt alles. Ja, weil es passt eben nicht, weil so kannst du es nie nachstellen was jetzt eigentlich im Lager ist und was nicht. Jetzt steht da 380 MEV im Lager und dann steht da was ganz anderes als Zahl drin. Ja, das passt irgendwie alles gar nicht mehr. Passt alles irgendwie nicht mehr, aber irgendwie klappt es trotzdem. Ich weiß auch nicht. Ja, ich sag Ryan da morgen nochmal Bescheid. Ja, ja. Weil die meisten, also ein paar Leute vergessen halt immer ihren Werfen auszutragen, also ihre Drogen auszufragen und wieder einzutragen und so. Ja. Sag mal, woher hat Olli Bananakusch? Das meins, das habe ich vom Mechaniker geschenkt bekommen. Ja. Das macht aber seine Runden seit Jahren, ne? Ich weiß es nicht. Das ist echt krass. Ja, Wollo. Was ist das Bananakusch eigentlich wert, Chef? Eigentlich so gut wie gar nichts, weil der Typ sich das tatsächlich im Arschloch gezogen hat. Ich habe auch mal einen Bananakusch an Silvester bekommen von jemanden. Mhm. Aber das hat mir die Polizei dann weggenommen. War ich ernst mit dem Typen, habe ich dann auch drei Mal abgeknallt oder so. War der Mechaniker dieser Herr Matthew? Ja. Ja, dann hat er sich das aus dem Arsch gezaubert. Das ist nichts wert. Das ist nichts wert. Stück Scheiße. Ich glaube, er hätte mir das auch gegeben. Also Silvester. Olli, wo seid ihr, damit ich Rollo in den Horus zurückgeben kann? Ey, weißt du, was das Ding ist, Olli? Ich könnte theoretisch, ähm, hier, wie heißt er? Ja. Ich kann nicht bestanden. Was ist ein Arschloch, der mich immer richtig abfuckt? War Tario? Genau. Ey, das Ding ist, ich könnte eigentlich dafür sorgen, dass er geklemmt wird. 1, 2, 8, 3, 9, 4. Warum? Weil ich glaube, ich hatte noch auf einer Bodycam, wie er mit mir Koks zieht und Mev durchgezogen hat. Dafür könnte sein Job verlieren. Nur blöd, dass du es nicht mehr verwenden kannst, ne? naja ich habe es ja besser mit dem handy aufgenommen das foto gemacht ist naja wir stehen seit 20 minuten am krankenhaus und wir kommen hier einfach nicht weg wieso ist darin noch da oder was habt ihr alle was gegen darin ich weiß nicht mal wer das ist ich weiß nicht mal wer das ist was macht er denn also ich hab nix mit dieser darin weißt du was er macht das ist ein arzt aber das ding ist letztens haben welche vom kartell mit 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 hier erst niedlinger feuerwerk am hauptplatz geschossen hat darin eigentlich gesagt dass wir ein paar kopf hingehen sollen dass wir machen sollen weil das halt im krankenhaus durchgeschabert hat und die kopf wollte nichts machen haben einfach nur die eier dort geschaukelt dann ist halt dann zum hauptplatz hat selbst gesagt hier tut das nicht mehr und dann haben die ihn dafür angeschaut dass er sich zu groß spielt und nicht tut so als wäre polizisten sowas okay ja eben wird halt irgendwie nicht mehr von vom kartell glaube ich gemacht okay aber ich beständig verstehe mich eigentlich immer gut mit ihm gut dann haben wir alles leute so ich bin ja ich bin ich werde mich noch vor dem abmelden beim auto noch einparken wenn wunderschöne hobel so leute ich gehe mal außer funk ich leg mich mal hin alles klar hat spaß gemacht und wir hören uns wir sehen uns gut night gute nacht da steht ein roter porsche in der einfahrt mit dem gehörten da hallo hallo ist liam da müsste sein ist liam da ich denke ich habe außerdem alle nummern gelöscht ja ich gebe mir einfach liam und deine nummer ist recht oder super ist recht leer ist mir egal ich tank's immer früh jetzt haben wir wieder leute jetzt haben wir wieder ein bisschen cash auf der seite was uns gehört und das fette cash kommt ja noch das ist ja nicht alles leute wir haben ungefähr um die 200.000 ein bisschen mehr über die 200.000 gerade gemacht weil das kusch haben wir noch wenn wir das verschärbeln sind wir über 230-140.000 wieviel hatte ich? warte ich schau mal noch ins crd was kriegen wir denn für den preis 800 dollar? 850 waren es oder? lass uns mal die preise gucken 850 dollar waren es ja so 850 dollar und ich habe jetzt aber in der wo sind das denn? mein gott im lager habe ich 106 stück so 106 mal was waren es denn? 850 das sind da nochmal 90.000 90.000 also bisschen was über 200.000 ja also da sind wir dann wieder relativ gut beisammen wenn wir da wieder 200k auf der tasche haben auf der tash das reicht dann auch aber einzahlen jo 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 das zahl ich heute nur ein das kühlchen benny hey ich habe eine 4990 mitgliedschaft gemacht akkus geht raus benny hat er sich gegönnt? die diamanten so wir sollten vielleicht nochmal zur anderen der ente rüber fahren bevor wir dann weißt du was wir fahren dort hin dann mache ich dort nämlich dann schluss da fahre ich das auto ein und ihr wollt unbedingt anti lag ne? passt mal auf so dann habt ihr euer anti lag gleich gaming for life habt nur ich black screen anscheinend ja anscheinend ja so so pass auf zack boom nicht hier lag 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 ja schade ich habe so viel am hauptplatz aber merkt ihr wie krass stable das war? weiß ich, ich zocke seit sechs stunden ohne unterbrechung auf RLO. ich habe keinen einzigen crash oder irgendwas. Mordproblemokos. das ist echt heftig wenn man sich das so denkt. wenn sogar gta online in dieser zeit schon dreimal weggekirscht wird. schon mal ein geld einzahlen ding ding bank of america einzahlen 139.000. das bankkonto ist wieder voll. dann können wir uns nicht mal wieder was leisten muss wieder anti lecker eingeben ah ist doch schön. damit rum zur gurk macht schon spaß. ist halt sehr laut oh noch ein blöder. komm 11 dollar. komm wir können sich jetzt wieder rein schieben. das ist eigentlich noch online. ein mechaniker ist online. oha. krass. 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 Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch... Ah, das schallert. So, jetzt geht's. Gut. Oh, 2.000 Dollar. Ach komm, leck mich fett. Leck mich am Zügel, dann lass das Ding lieber stehen. Ich pack's mal hier ein. Zahlt jetzt keine 2.000 Dollar, vor allem, ich hab das Geld grad nicht dabei. So was von nicht. Bleibt hier schön eingeparkt. So, jetzt kommt nochmal das mit another moment, passt auf. Das, was Bachelard vorhin gemeint hat. Ist so geil, es ist einfach so geil. Oh Freddy, wie weit ist eigentlich der Architekt? Letztes Mal was gezeigt hast, war ja mega, freut mich schon. Freddy, ich hab gehört, der Architekt ist fertig. Wenn die Lufthansa endlich gelandet ist und nicht mehr abgehoben ist mit dir. Nee, kurz gedraht, Freddy, ja. Ich bin bis jetzt aber leider nicht weitergekommen. I had no time for it. Ich hab an den Stabilitätssachen auf und so weit jetzt erstmal arbeiten müssen. Weil es halt derzeit ein paar Problemchen gab mit, äh, mit ein paar Auslastungen. Die wir jetzt, ja, gefixt haben, anscheinend. Ui, Mim. Ui, Mim. Ui, Mim. Wow, ist das Aliens? Ui. 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 So. Gut, Leute. Ähm. Bachelard war zu geil. Ja, ist ja eigentlich wirklich lustig. Weißt du, einfach dieses Entchen, wie das da aufploppt. Ui. Haben wir ja, äh, also, falls es dich interessiert wird über das gestern, also, bisschen wie vorgestern, äh, live und streamen gescriptet. Auf Ehrenbruder Basis. Aua. Oh nein, nicht! So, jetzt aber die Leute. Ich glaube, jetzt ist langsam Zeit, dass wir alle mal schlafen gehen. Es ist, äh, früh genug. War mal wieder ein sehr spannender, langer Stream mit euch zusammen, Leute. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, sind heute im Gefängnis abgesessen. Haben einen neuen Style uns verpassen lassen. Haben auch, ähm, die ein oder anderen Sachen überlebt. Wie oben gerade der richtig krasse Fight mit den Cops, wie man mitbekommen hat. Komm. Also, Leute. Ich hoffe, ihr hätt's gefallen. Äh, lasst ein Like, dann lasst ein Abo. Da würde mich sehr hart freuen, wenn ihr das machen könntet. Das kostet nämlich nichts. Würde mich hart freuen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns höchstwahrscheinlich nicht morgen. Also nicht heute, sondern noch morgen dann. Weil es ist ja schon wieder. Ach komm. Ich darf nicht so lange streamen. Also, Leute. Man sieht sich. Haut rein. Und Marcella schreibt, ich hab mich erschrocken. Ja, Ehre. Gott sei Dank. Dafür ist es ja da. Das ist die Begrüßungsente. Weißt du, Hauptsache, er denkt, ich war's. Ja, 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 ja. Als wär's ich dann der gewesen. Ja, Andelsentenhaus hat jetzt wirklich eine Begrüßungsente. Also, Leute. Hau mal rein. Und dir eine wunderschöne gute Nacht.